ja hallo das ging heute erstaunlich schnell mit mit transcoding warum höre ich mich doppelt ja stop stop warum auf so jetzt ja kommt davon wenn man seinen stream doppelt oder kurz auf hat um zu prüfen ob transcoding aktiv ist und vergessen hat den ton dafür auszumachen ja einmal mit profis gut aber wir sind live transcoding ist da das heißt wunderschöne qualitätseinstellungen jeder kann ich reingucken ohne dass sein internet amok läuft und ich würde mal sagen ich drücke mal den knopf fürs intro und wir sehen uns gleich auf der anderen seite mal gucken was es heute für musik wird ich bin sehr 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 gespannt so ist gleich es ist halt nicht ganz gut ich bin sehr gut mit dem mann und ich kann das machen wenn ich nur mit dem mann und ich würde mal gucken dann kann man ja so wenn ich mit dem mann und ich bin aber ich habe eine gute Zeit jetzt ist das bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin jetzt gerade in diesem Moment ausgeschlafen, habe trotzdem hier meinen wunderbaren Kaffee stehen. Man kennt es, die große, schöne Tasse, die im Real Life deutlich blauer ist, als sie hier dargestellt wird onscreen, aber naja. Mach mal erst mal ein bisschen Hintergrundbeschallung an. Ja, sehr schön. Dann mal gucken. Ich habe Besuch von meinem Hund. Die wurde gerade gefüttert. Nicht wieder, nicht davon ausgehen, dass ich das vergessen hätte. Habe ich nämlich nicht, glücklicherweise. Sie steht gerade unter dem Tisch und wedelt mit dem Schwanz. Warum auch immer. Was ist los? Nichts. Einfach nur dastehen. Okay, cool. Sehr, sehr schön. Okay, ja. Wir haben heute ein strammes Programm. Oder was heißt strammes Programm? Ich habe hier tatsächlich relativ viele Notizen. Ich mache mir inzwischen ziemlich viele Notizen für den Stream. Um, sage ich mal, einen Leitfaden für mich selbst zu haben, was in irgendeiner Art und Weise angesprochen werden sollte. Oder was ich sagen will. Dinge, die mir halt dazu eingefallen sind, die mir dann vielleicht live nicht mehr einfallen würden. Und Hallöchen, Amy. Hi. Ein wunderschönen. So. Genau. Wo war ich? Richtig. Bei Dingens. Den Themen heute. Im Titel steht es. Das Talk-Rundenthema. Eure schönsten Urlaube. Ähm. Ich glaube, dass da mehr oder weniger jeder irgendwas dazu sagen hat. Ähm. Hoffe ich mal. Und ich sehe gerade, dass schon wieder Framedrops da sind. Ach Mann. Ich hasse es. OBS ist auf der aktuellsten Version. Grafikkartentreiber sind auf der aktuellsten Version. Ich weiß nicht, was das ist. Es nervt mich so dermaßen. Ähm. Aber egal. Zurück zum Dingens. Ähm. Genau. Talk-Rundenthema. Eure schönsten Urlaube. Wie gesagt, ich glaube, da hat jeder was dazu beizutragen. Dann gibt es natürlich auch noch so zwei große Spiele-Releases. Aktuell. Horizon Forbidden West kam letzten Freitag. Da hatten wir ja auch das Unboxing von der richtig, richtig großen Collectors Edition. Ähm. Die aber einfach mal gigantisch in den Schatten gestellt wurde. Von der Elden Ring Collectors Edition. Die hier neben mir auf der Heizung steht. Und darauf wartet, ausgepackt zu werden. Das ist, äh. Ihr dachtet, die letzte Woche war groß? Nein. Einfach nur nein. Ähm. Genau. Damit, blablabla. Damit habe ich auch schon vorausgegriffen. Und dann gibt es noch ein paar schöne, äh, Demos vom Steam Next Fest, das aktuell läuft. Und noch zwei Tage lang, glaube ich. Genau, zwei Tage bis 28. geht das. Wer mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm. Und ja. Ne. Da habe ich mir sechs Demos runtergeladen. Mal gucken, wie viele wir schaffen. Zwei will ich spielen. Das eine ist Farewell North. Und die andere ist Hell Pie. Und dann habe ich noch vier in der Hinterhand. Falls es noch nicht spät genug ist. Mal gucken. Und Heike Baro. Hallöchen. Ein wunderschönen. So. Genau. Das war so kurz umrissen das, was es hier heute zu hören, zu sehen, zu Dingsen gibt. Ich hoffe, ihr seid alle gut durch die Woche gekommen. Hallöchen, Hallöchen. Ähm. Und Jack Jack Gaming. Hallöchen. Einen wunderschönen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, oder? Der Name kommt mir jetzt gerade in diesem Moment zumindest nicht bekannt vor. Oh, doch. Du folgst schon länger. Dann sagt mir der Name gerade nichts. Hi. Trotzdem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nee, Amy, es liegt leider nicht an Twitch selbst. Das ist mein OBS. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das die neue OBS-Version ist. Das Problem ist nur, ich kann nicht auf die alte wechseln, weil dann meine Overlays teilweise nicht mehr funktionieren. Weil ich einige Features genommen habe, die die Browser-Sources da nicht unterstützen. Das ist, äh... Ja, schwierig. Es ist tatsächlich ein bisschen meh. Und ich habe inzwischen mehr oder weniger alles Mögliche ausprobiert. Jetzt glaube ich, muss ich langsam echt nochmal deutlich, deutlich tiefgehender da reinschauen in die Loks. Gesehen habe ich nichts davon, aber... Ne? Man... Vielleicht gibt es ja doch noch das eine oder andere, was man tun kann. Es ist halt mega nervig. Hm. Naja. Woche war ganz okay. Abends war es immer etwas stilliger. Gestern hattest du sogar frei, weil du vergangenen Sonntag gearbeitet hast. Am Sonntag? Oh. Das ist ja meh. Aber wahrscheinlich relativ ruhig. Na wohl. Im Support ist es wahrscheinlich nie ruhig, ne? Und ja, nee. Nee, dann muss ich nochmal auf die Suche gehen. Ich weiß nicht, seit ich das hier alles neu aufgesetzt habe, ist das so mit den Ruckeln. Und es... Ich verzweifle so ein bisschen, ne? Weil es ist nicht nur... Es ist nicht nur auf Twitch, ne? Es ist nicht nur dieser Video-Feed, sondern es ist auch die Aufnahme, die dann ruckelt. Und die Qualitätseinstellungen davon können es eigentlich auch nicht sein, ne? Ich weiß es nicht. I don't know. I don't know. Hallöchen, Ivo. Hi. Hallöchen. So. Wie war meine Woche? Ja, relativ entspannt, bis auf die Schlafprobleme. Das... Wenn du es halt nicht schaffst, eine Nacht halbwegs durchzuschlafen und am Ende so mit einer oder zwei Stunden rauskommst, das ist halt... Mäh. Das... Das macht einen fertig, aber... Gut, ne? Hilft ja nichts. Irgendwie muss man ja trotzdem durch. Aber ja. Na. Doof. Und den Sonntag war es tatsächlich ruhiger. Sonst ist es Sonntag tatsächlich öfter mal so, dass es sich manchmal anfühlt wie ein Montag. Sprich, jeder kommt und ruft an. Das ist, äh... Ja, okay. Ja, gut. Aber ja. So. Deine Lieblingsband kommt tatsächlich aus der Ukraine. Ja. Schwierig. Schwierig. Ich hoffe das Beste für die Menschen dort. Absolut. Gut. Das, äh... Ja, ich will es tatsächlich gar nicht so groß thematisieren. Ähm. Aber es ist, äh... Ich hoffe das Beste für jeden in der ganzen Sache. Dass es auch möglichst schnell wieder vorbei ist. Und vor allem noch ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ähm. Fakten prüfen ist jetzt, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil es wird unglaublich viel geteilt. Etc. Man liest unglaublich viel. Und, äh... Ob das immer so richtig ist, etc. Weiß man nicht so, ne? Also... Man sollte ja sowieso immer prüfen auf Quellen und so weiter und so fort. Aber aktuell ist es, glaube ich, fast noch wichtiger. Also, das Thema ist halt auch hochbrisant. Ei, ei, ei. Aber ja. Ich drücke jedem die Daumen, dass das möglichst schnell und möglichst glimpflich alles ausgeht. Ah. Das ist... Ja. War ich wegen dem Schlafproblem schon mal beim Arzt, sind die psychosomatisch bedingt. Der hat mir tatsächlich schon so ein, zwei Tricks und so verraten, was man dagegen tun kann. Das Problem ist aktuell, einschlafen tue ich ganz gut. Ähm. Momentan war es das Durchschlafen. Keine Ahnung warum. Ähm. Legt sich im Normalfall aber auch nach ein paar Tagen wieder. Hm. Das, äh... Geht dann schon wieder vorbei. Das ist glücklicherweise nichts Dauerhaftes. Oder... Ne. Nein. Nichts, nichts Dauerhaftes. Okay. Mein Hund ist weg. Sehr gut. Ja, so. Nichts, was jede Nacht kommt. Ja, ja, genau. Genau. Es passiert sporadisch. Und dann, äh, ne, haut es mir halt mein Schlafrhythmus durcheinander. Das gibt dann Schneeball-Effekt. Ähm. Bis, äh, bis es sich dann wieder legt. Äh. Meistens dann am Wochenende mit einem harten Reset. Ähm. Den ich dann da irgendwie treiben kann. Aber, äh, ja. Funktioniert. Bei so viel Mist in der Welt ist der Kopf schon ziemlich voll. Da kann man auch schwer schlafen. Ja. 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 Irgendwie ja. Weiß ich nicht, ob es tatsächlich was damit zu tun hat. Gedanken drehen sich glücklicherweise nicht da drum rum. Das hatte ich ja auch eine ganze Weile lang, dass ich nicht einschlafen konnte, weil Gedanken einfach amok gelaufen sind. Das läuft momentan auch halbwegs in Ordnung. Aber so, ja. Aber im Normalfall sollte das jetzt wieder vorbei sein. Ähm. Bei dir ist auch das Durchschlafen dann das Problem. Ja, ich frage mich halt manchmal einfach, woran das liegt. Also, ne, dass ich mal irgendwie kurz in der Nacht aufwache, so, ne, aufwachen, Uhr, äh, 4 Uhr, okay, umdrehen, weiterschlafen. Das ist ja normal, aber dass ich dann, ne, nicht mehr einschlafen kann und nicht, ne, dann, dann gar nichts mehr geht, das, das ist halt Mist. Aber ich glaube, jetzt nach dem Wochenende ist es wieder in Ordnung. Ich habe meinen Schlaf erstens nachgeholt. Zweitens, äh, hoffe ich meinen Rhythmus auch damit resettet zu haben. Im Normalfall funktioniert das. Das ist sollte, müsste, dürfte. Muss, sagen wir es mal so. Ah, naja, gut, ne, das ist auch der Grund, warum gestern halt der Stream nicht war, weil, äh, ich entsprechend fertig war. Jetzt habe ich vorhin nochmal auf der Couch gepennt. Ähm, und läuft. Gerade bin ich verdammt wach, tatsächlich. Trotzdem habe ich meinen Kaffee hier. Hier, ich versuche gerade Haare von meinem Mikroplüsch hier zu entfernen. Ich glaube, ich sollte den entweder mal austauschen oder waschen. Gut, dass ihr das nicht seht, wie der aussieht. Gut, dass ihr das nicht seht. Gut, dass ihr allgemein nicht seht, wie staubig dieses Mikro ist. Das ist einfach nur, äh, äh. Ich sollte das vielleicht mal abbauen und, äh, ein bisschen, ein bisschen sauber machen. Das ist nicht mehr schön. Ja, im Stream und im Video geht das glücklicherweise unter. Nicht so cool. Nicht so cool. Mach mal, mach mal den Arbeitsplatz sauber. Ja, das ist, äh, ja. Ja, kennt ihr das? Ihr sorgt überall für Ordnung, außer da, wo ihr dauerhaft quasi seid. Es, ja. Und hi, hallo gehen. Du bist gerade aufgewacht. Sehr schön, sehr schön. Dann hast du ja Zeit, ne? Wir sind noch eine Weile da. Voraussichtlich so, ja, bis um eins. Vielleicht bis um zwei. Mal gucken. Mal gucken. Tatsächlich will ich heute gar nicht mal so spät ins Bett gehen. Damit ich morgen endlich Elden Ring zocken kann. Das, äh... Ja. Das steht ja schon seit gestern hier rum und ich hab's noch nicht aufgemacht, weil ich die Disken nicht rausholen wollte. Obwohl ich's rein theoretisch schon anfangen hätte können, weil die Story von Horizon Forbidden West ist durch. Ähm... Ja. Solange ich kein ASMR-Mike hab und das ablecke, ist alles okay. Ich hab das hier schon mal abgeleckt, tatsächlich. Aber das, äh... Fragt nicht, warum. Das war irgendwie so ein spontaner Impuls und dann hab ich diesen Schaumstoff hier mal abgeschleckt und das war irgendwie... Näh. Das, äh... Ich hab in dem Moment festgestellt, erstens, es schmeckt nicht. Zweitens, es fühlt sich komisch an auf der Zunge. Drittens, warum hab ich das eigentlich getan? Ich weiß es bis heute nicht, aber das hab ich schon hinter mir. Das hab ich tatsächlich schon hinter mir. Und diese ASMR-Geschichten sind teilweise so eklig. Ja, was daraus geworden ist vor allem. Ne, es ist zwar... Eigentlich ist ASMR ja... Irgendwie... Ich weiß nicht mehr, was es genau bedeutet. Ich weiß nicht mehr, was die Abkürzung heißt. Ähm... Aber es sollte ja eigentlich was sein, was bestimmte Menschen halt irgendwie anspricht. Ähm... Und, äh... Im Normalfall für Ruhe sorgt. Was dann daraus geworden ist, ist... Glaube ich, kennt jeder. Gerade hier auf Twitch. Ähm... Das hat halt auch nix mehr mit ASMR zu tun. Da... Ja. Gut. Aber glücklicherweise... Muss man's ja nicht gucken. Oder hören. Also zocke ich heute kein Elden Ring? Ich sag, äh... Ich zocke kein Elden Ring. Nicht heute, nein. Tatsächlich nein. Hahahaha. Elden Rings freier Stream kann ich aber auch nicht sagen. Weil wir nachher die Premium Collector's Edition unboxen. Aber das ist alles. Dann hab ich die Disc in der Hand und die werde ich nach dem Stream in meine Playstation schieben, das Spiel installieren, mir den Day One Patch runterladen, die Bonus Contents aus dem Store holen und dann werde ich morgen damit anfangen. Genau. Dann, äh... Ja. Spiel ich aber auch privat. Ähm... Habe ich aber auch schon länger gesagt, dass ich das nicht on Stream spielen werde. Also den ersten Playthrough gar nicht. Und auch weiteres ja wahrscheinlich nicht. Ähm... Egal ob Metall- oder Holzwerkstatt, Graut und drüben. Doch du kommst damit klar. Ach so, bei ASMR meinst du. Ja, ja, okay. Ja, ja, ja. Tatsächlich schau ich mir unglaublich gerne so, äh... Das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich schau mir unglaublich Wood-Turning-Videos an. Also Drechsel-Videos. Ähm... Weiß nicht warum. Ich find die super. Aber nicht, wenn nur die Geräusche da sind. Ähm... Ne, von den Dingern oder... Ne, das dann nicht. Aber meistens sind die Videos insgesamt relativ entspannt gemacht. Mit Musik und, äh, Dings. Und ich hab's ja letzte Woche auch schon mal erzählt. Ich hatte furchtbar gerne eine Werkstatt. In der ich auch einfach mit Holz arbeiten kann. Ähm... Und, äh, ich glaub, deswegen find ich die so interessant. Aber, äh, ja. Als nächstes sitze ich im Borat-Kostüm hier. Nein, niemals. Was? Nein. Nein. Waa? Nein. Nein. Wirklich nicht. Hahaha. Da kannst du zumindest hier chillen. Ja, genau. 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 Ich seh's ja selbst auch auf Twitch. Ähm... Es ist... Wartet mal. Lasst mich mal kurz gucken. Also wir haben... Wenn ich meine Streams so durchgucke, die... Oder meine Follows. Wir haben Minecraft. Wir haben Elden Ring. Elden Ring. Wir haben Crash Bandicoot irgendwas. Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring. Horizon Forbidden West. Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring. Moment. Mehr anzeigen. Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring. Jetzt bin ich verrutscht. Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring. Bang on Balls Chronicles. Was auch immer das ist. Sea of Thieves. Nochmal Elden Ring. Binding of Isaac. Nochmal Elden Ring. So. Äh... Ja. Nein. Ich muss zum einen nicht der 100-millionste Elden Ring-Streamer sein. Zum anderen will ich das privat genießen. Wobei, ich könnte euch jetzt wahrscheinlich die Videos vom Netzwerktest zeigen. Die liegen immer noch hier rum. Ich habe ja tatsächlich alles aufgenommen, was ich da gemacht habe. Und glaube ich 17 Stunden Videomaterial. Inklusive Kommentaren. Äh... Ja. Gut. Aber... Dann habe ich zumindest einen Vergleich, was sich da noch geändert hat. Das wird noch ganz interessant, glaube ich. Nervt, findest du? Ja, es war aber zu erwarten. Das war absolut zu erwarten. Aktuell und äh... Aktuell... Kommst du mit anderen Kategorien auf Twitch deutlich besser. Ähm... Oder fällst du auf in Follower-Listen. Sagen wir es mal so. Ähm... FromSoft Titel seit... Seit Demon's Souls gezockt. Zwar relativ spät erst reingekommen in das Thema. Aber, äh... Ja. Ich weiß, was mich erwartet. Deswegen habe ich es auch glücklicherweise nicht ganz so eilig, damit anzufangen. Ähm... Die Klassen sind natürlich andere als im Netzwerktest. Ähm... Damit ist das Scaling auch anders. Die Gegner sind nochmal, glaube ich, neu balanced worden. Äh... Das war für die... Für die... Äh... Für den Netzwerktest extra. Aber ansonsten, das Gebiet kenne ich ja schon. Aber das heißt nicht, dass ich da nochmal so schnell... Äh... Ja gut, vielleicht komme ich ein bisschen schneller durch. Aber... Es gibt dann auch Nachbargebiete. Und die müssen verdammt groß sein. Aber ja. Ähm... Aber die spricht das Setting und alles nicht so ganz an. Ja, Souls Games sind auch immer noch so... Sage ich mal... Trotz des wahnsinnigen... Ähm... Kommerziellen Erfolges und... Äh... Der ganzen Communities etc. Die sich darum gebildet haben. Sind auch immer noch nicht jedermanns Sache. Muss man einfach so sagen. Weil... Ähm... Zum einen... Ja gut, ne? Die Spiele sind halt schon auch irgendwo speziell. Es sind meistens Fantasy-Sachen. In der Richtung. Das muss man erstens... Erstens mal mögen. Zweitens muss man auch den knackigen Schwierigkeitsgrad mögen. Ne? Man kommt zwar meistens auch durch. Oder man kann meistens Dinge tun, um durchzukommen. Wenn es einem zu schwer wird. Aber ja. Das ist nochmal so ein ganz spezielles, äh... Genre. Das da irgendwie sich erfunden hat. Sage ich mal. Ich dachte gerade, mein Hund wäre hier. Aber ne. Und nach der Pleite mit der PS4-Version von Cyberpunk... Wartest du lieber, wirst du dir einen PC kaufst für die PC-Version von Elden Ring? Ich habe noch nicht geguckt. Ähm... Vielleicht... Aber das könnte ich mal eben kurz tun. Vielleicht gibt es von Digital Foundry eine Analyse. Weil die sagen dir, ob ein Spiel gut ist oder nicht auf bestimmten Konsolen. Ähm... Digital Foundry... Okay, warte mal. Ich suche mal einfach nur nach deren Kanal. Das, glaube ich, ist schlauer als alles andere. Ähm... Bap, 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 bap. Vielleicht sollte ich auf YouTube suchen. Das wäre vielleicht auch noch so eine Sache. Da. Äh... PC-Performance haben sie gecheckt. Ähm... Nee, PC-Performance haben sie kurzzeitig gecheckt. Und die ist tatsächlich nicht so geil. Aktuell. Aber gut, das ist auch so... Es ist auch From-Software-Tradition. Irgendwie in PC-Launch verkacken sie immer. Und hi, Nico. Hallöchen. Hi. Hi. Also, ich glaube... Solltest du eine PS5 ergattern, spielst du da drauf. Da läuft es, glaube ich, noch am besten. Ähm... Was das angeht. Ich glaube, da läuft es tatsächlich noch am besten. PC ist momentan noch ein bisschen schwierig. Da arbeiten sie aber dran. Und, äh... Ja, gucken wir mal. Aber der muss schon... Also, der Rechner muss tatsächlich schon ein bisschen was können. Als ich die Systemantforderungen gesehen habe, habe ich meinen Rechner da unten kurz betrachtet. Der... Auch nicht mehr der Neueste ist. Aber immer noch schon stark. Also, schon stark, aber auch nicht mehr das Neueste vom Neuen. Und dachte mir so... Okay. Selbst der könnte da ins Schwitzen kommen. Ähm... Und, äh... Ja. Tatsächlich, äh... Ich werde es mir definitiv noch irgendwann für den Rechner auch dazu kaufen. Ähm... Das auf jeden Fall. Aber... Aktuell bevorzuge ich tatsächlich die PS5-Version. Sehr, sehr karos sogar. Du hast mir eindruckt, wie gut dein PC Elden Ring hinkriegt. Bedenken, dass du immer noch mit dem Ryzen 7700X unterwegs bist. Ah. First-Gen Ryzen. Ja. Angeblich sind die ja gar nicht mehr unterstützt, ne? Lass mich... Lass mich mal ganz kurz gucken. Ähm... Was waren denn die Systemanforderungen gleich wieder? Die waren ziemlich heftig. Ach, stopp. Stopp, 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 stopp. Ich bin zu doof zu navigieren auf Steam. Deine Werkstatt war vorher der Pferdestall. War eigentlich eine Farm. Fällt viel Dreck allein durch die ganze Rostarbeit an. Ja, das glaube ich. Das, äh, glaube ich dir sofort, ja. Ryzen 3 3300. Ja, okay. Ähm... Ja, Minimum, okay. Ja, ja, ja. Ja, gut. Das war aber dann so... Okay, die wurden aber dann nochmal angepasst. Die wurden runtergeschraubt. Die waren anders, als ich sie das letzte Mal gesehen habe. Okay, das geht aber. Das, das, das ist in Ordnung. Wenn das empfohlene Dings, äh, das ist, was da steht, dann kommt mein Rechner damit klar. Ohne Probleme. Ryzen 5 3600X hat ungefähr die gleiche Leistung wie mein, äh, 2700X. Oder der 8700K. Ja, 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 ja. Ja, okay. Ja, das ist dann kein Thema. Wird, äh, trotzdem dann kuschelig warm wahrscheinlich unterm Tisch. Du hast es auch auf Hallo, äh, auf PC, Hallo gehen. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich wollte irgendwie die PS5-Version, weil, na, ich hab die PS5 ja hier rumstehen und die stand jetzt lange Zeit einfach nur rum, sag ich mal, ohne dass ich groß drauf gespielt habe. Und deswegen bin ich jetzt irgendwie dazu übergegangen, mir Spiele vorrangig dafür zu kaufen. Ähm, weil, ja. Dann wird das Ding halt auch mal genutzt. Wie ist es mit dem 1-1? 9900K? Ja, gar kein Problem. Gar kein Problem. Viel, viel stärker als der 8700K oder auch das, was, was Dings ist. Also, wenn, wenn du den hast, bist du absolut fein. Ähm, das ist überhaupt kein Thema dann. Zumindest CPU-lastig. Grafikkarten technisch. Es ist ein FromSoft-Game. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig intensiv, was die Grafik angeht, aber dadurch, dass es eine Open-World ist und dementsprechend die Weitsicht hat und FromSoft-Games halt meistens nicht so brutal gut optimiert sind. Man kennt's ja. Da hast du ja auch kein Thema. 2080 TI, ja gut, dann hast du da auch kein Ding. Da hast du dann, nee. Da hast du kein Problem mit. Also, was dann halt eher durchkommt, ist das, wenn die Engine sagt, äh, ja, ne? Wenn die Engine dann an ihre Grenzen stößt und das tut die FromSoft oder das, äh, tut die Engine von FromSoft leider gerne mal. So ein bisschen. Das, was der Bot sagt, ich hab gerade meine Kaffeetasse wieder hier genommen. Hab ich gerade wieder in die Hand genommen. Du hast damals gut investiert. Ja, ja, definitiv. Ich hab ja auch, ich weiß nicht mehr, wie alt der Rechner ist. 2018? kommt das hin? Die 20er Serie von NVIDIA war jedenfalls gerade neu und ich hab meine 2080 für viel zu viel Geld gekauft. Viel zu viel Geld. 200 Euro über dem, was sie eigentlich kosten hätte sollen oder kosten hätte dürfen. Aber gut, ich wollte sie damals unbedingt haben. statt nochmal eine Woche zu warten oder so, wo sie günstiger gewesen wäre, aber, ne, da, äh, ja. Hab ich 200 Euro rausgeschmissen zum Fenster, aber, so what? Sie hält seitdem. Wunderbar. Absolut wunderbar. Das einzige, was aktuell Probleme macht, ist das, dass, äh, das Videoencoding leider ab und zu mal laggt. Äh, warum, weiß ich nicht, das muss ich noch nachforschen. Aber das könnte auch durchaus eine Treibersache sein. Ähm, ja, ne? Guck mal mal. Guck mal mal. Ähm, aber um nochmal, so, und jetzt um den Bogen ganz, ganz, ganz zurückzuspannen. Äh, ja, hier gibt's kein, äh, kein, kein Elden Ring, ähm, on Stream. Wie gesagt, bis auf das Unboxing. Und, äh, auch kein, äh, Horizon. Das hab ich ja inzwischen auch durch. Also, was heißt durch? Ähm, ich habe Dings getan. Äh, ich hab die Story durch. Ich hab bei Weitem noch nicht das Spiel durch. Aber, guck mal mal. Das Videoencoding konntest du noch nie über Graka machen. Mit einer 2080.ti kannst du das. Envenc New. Glaub ich, heißt immer noch so. Ähm, ähm, aber mit deiner, näh, mit der CPU oder über CPU könnte es ein bisschen knackig werden. Aber doch, die, die 2000er Serie. Oder auch die 1660 zum Beispiel. genau. Die 1660er haben auch die, äh, den, den neuen Nvidia Encoding Chip, also Envenc drin. Oder Envenc, glaube ich, so heißt es. Keine Ahnung. Ich nenne es Envenc. Aber das sollte gehen. Also, das dürftest du einfach so in OBS auswählen können. Dann noch ein bisschen rumspielen und die Settings sind nicht so wahnsinnig groß. Da kann man auch nicht viel falsch machen, was das angeht. So. Aber. Aber. Sollen wir mal so langsam zum, zum eigentlichen Thema kommen. Zu dem wunderschönen Thema, das auch im Streamtitel steht. Damals nur Geruckel gehabt. Probier es nochmal neu aus. Also mit, mit halbwegs aktuellen Treibern. Das sollte gehen. Also, seit der 20er Serie läuft das ohne Probleme. Wird auch jedem empfohlen. Nutz das. Außer du hast jetzt eine 12. Generation Intel CPU. Dann heißt es wieder, nutz die CPU. Zum, zum Encode, zum Encoden. Aber probier es nochmal aus. Das sollte ohne Probleme gehen. Also ich wüsste zumindest nicht, was dagegen spricht bei einer 2080 Ti. Genau. Ähm. Aber. Zurück. So. Eure schönsten Urlaube. Legt mal los. Ihr seid dran. Ihr seid dran. Ich habe tatsächlich hier auch noch ein bisschen was stehen. Ähm. Ähm. Ich habe tatsächlich auch so, so in der Vorbereitung erstmal festgestellt, wie oft ich tatsächlich eigentlich schon im Urlaub war. war. einfach so als Kind schon dieses weite flache Land irgendwie kennengelernt habe. Klingt jetzt irgendwie wild, aber ich glaube genau das ist es. Und falls ihr gerade einen größeren Ruckler hattet, weil mein Twitch-Player hier hat gerade geruckelt, und zwar massiv, dann, äh, sorry, das war seitens Twitch. Ähm. Ähm. Gab keinen, der erwähnenswert der Beste wäre. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die große Frage. Waren sie dann alle scheiße oder waren sie alle super? Ähm. Ne? Äh. Ja. Ähm. Hm. Es kommt jetzt irgendwie dann drauf an, ne? Alle so average. Hm. Okay. Dann andere Frage. Was würde denn denn den Urlaub für dich massiv verbessern? Das ist tatsächlich dann noch so eine, so eine Sache. Was, was bräuchte es quasi, damit du einen überdurchschnittlich tollen Urlaub verbringst? Hey Screener. Hallöchen. Hi. Hm. Also einen Urlaub habe ich halt massiv im, äh, im, im, im Kopf. Ähm. Das war mein erster Urlaub allein. Ich weiß nicht mehr genau, wann der war. Ich glaube, das war 2009. Oder 2010. Bin ich nicht mehr sicher. Wo ich allein, äh, erst nach Stuttgart und dann noch an Bodensee getingelt bin. Es waren nur vier oder fünf Tage oder so, aber die waren, die waren mega. Die waren richtig, richtig, richtig großartig. Und danach brauchte ich erst mal Urlaub vom Urlaub, weil ich nicht mehr gehen konnte, gefühlt. Keine Abzocke oder Idioten. Oha. Das klingt wild. Das klingt sehr, sehr wild. Wurdest du schon abgezockt? Das klingt tatsächlich so, als hättest du negative Erfahrungen, was das angeht. Idioten hast du überall. Aber, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich sowas wie Strandurlaub überhaupt nicht mag. Weil ich glaube, ich würde mich nur über andere Leute aufregen. Ähm. die dann da am Strand sind und keine Ahnung was. Das ist, äh, super nervig. Ähm. Da hätte ich, äh, Ich überlege gerade. Hatte ich schon mal einen richtigen Strandurlaub? Ja, es war als das geplant, aber es war mir zu doof. Deswegen bin ich dauernd spazieren gegangen. Das war in Kroatien. Ein gleiches Thema. Die Leute am Strand haben mich einfach massiv angenervt. Ähm. Du hättest sicher ein sehr lustiges, äh, Ereignis aus dem Urlaub, als dein Bruder und du noch kleine Kinder wart. Äh, da war der in einem Schwimmbad und plötzlich war dein Bruder verschwunden. Deine Mutter ist total am Ausschlippen gewesen. Du wolltest eigentlich im Wellenbad bleiben und hast gar nicht verstanden, warum sie so ausrastet. Du solltest dann auch am Wellenbad warten, während sie dein Bruder sucht. Äh, du weißt gerade nicht mehr, wo dein Vater zu dem Zeitpunkt war und du bist dann einfach zu Kinderbecken gelaufen oder dein Bruder dann saß und von dem anderen Kind, äh, äh, was? Und von dem anderen Kind den Spielzeugbagger geklaut hat, um mit dem zu spielen. Und dann kamen deine Eltern und hast dich schlapp gelacht. Oha. Ja gut. Schön. Ja gut, aber wenn dann plötzlich das eigene Kind verloren geht, ich kann die Panik schon nachvollziehen. Aber als Kind die Panik nachzuvollziehen, ist natürlich auch eher so, hm, ja gut, dann ist er halt weg. So what? Mehr Spielzeug für mich, ne? Ach, schön. Ach, schön. Ah ja, Spielzeug klauen ist natürlich auch eine fiese Sache, ne? Gerade in dem Alter, glaube ich. Ei, ei, ei. Da lacht ihr heute noch drüber. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Äh, b-b-b-b-b-b-b Wenn ich einem so Leihfahrräder, äh, verleihen wahrscheinlich, äh, wo die Räder krumm waren, der Sattel so hat, dass man nach einer Stunde Fahrt drei Tage was davon hatte. Wie geil ist das dann noch nachvollte Entschädigung wegen den krummen Rädern? Ja, okay. Ja, gut. Ja, okay. Ja, schwierig. Ja, ja. Ja, verstehe ich dann. Ja, ja, ja. Oh, das ist Mist. Und dann, ja. Hm. Ja, der wollte sich tatsächlich dann an euch irgendwie einen, äh, ja, weiß ich nicht was finanzieren. Aber das ist kacke. Gutes mit dem Sattel kann ich noch irgendwo nachvollziehen. So ging es mir früher auch immer. Wenn ich im Frühjahr das Rad rausgeholt habe und dann, äh, gefahren bin, dann konnte ich auch erst mal drei Tage lang nicht mehr sitzen. Das verstehe ich noch irgendwo. Aber, äh, ja. So alte Räder müssen halt echt nicht sein. Deswegen geht man ja zu einem Verleih, damit man auch halbwegs saugliches Zeug hat, ne? Das wäre genauso, wie wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, ich fahre über Weihnachten zu meiner Family und dann, äh, ja, kriege ich ein Auto, das irgendwie 30 Jahre alt ist und nur noch so ein, so ein, ja, keine Ahnung. Kriege ich denn einen Oldtimer? Was will ich mit dem Oldtimer? Ich will ein Auto, das zuverlässig ist. Nicht, wo ich Angst haben muss, dass es auf der Autobahn einfach mittendrin stehen bleibt. Ja, gut, schwierig, ja. Sehr schwierig. Okay, und Chunky? Äh, fällt dir schwer, dich festzulegen, äh, warst du sonst oft als Couchsurfer unterwegs? Ja, ja, kenne ich, kenne ich. Die schönsten Orte, die du fünf bis zehn Tage besucht hast, sind Berlin, Regensburg, Hamburg, Regensburg ist schön, ja. Hamburg ist auch schön. Lüneburg war ich noch nicht, Kopenhagen war ich noch nicht, Prag ist wunderschön, ja. Brüssel auch. Ne, warte, ich war nicht in Brüssel, ich war in Brücke. Rotterdam ist auch Hammer, ja. Ähm, du findest die alle schön? Dir fällt noch gerade selbst auf, äh, dass du auf dem Land wohnst und immer in der Großstadt Urlaub machst und die Zusammenhangen stechen bei dir Berlin und London hervor. Okay, hast du ja ein Jahr gelebt, gilt dann nicht mal als Urlaub. Ne, das stimmt, das ist dann, das ist dann kein, kein Urlaub mehr, ja. Aber ich kenne das, mit auf dem Land leben und dann Stadturlaub machen, habe ich auch gemacht. Ähm, heute ist tatsächlich eher, weiß ich nicht, wenn ich jetzt den Urlaub planen würde und machen würde. Ne, muss nicht unbedingt Stadt sein, aber es muss auf jeden Fall irgendwas zu tun geben, sagen wir es mal so, weil einfach nur rumliegen, rum, weiß ich nicht, denkst, das ist halt überhaupt nicht meins. Da kann ich gar nichts mit anfangen, ne. Pauschal Urlaube kann ich zum Beispiel, könnte ich nicht machen, weil, was machst du dann da? Im Normalfall hast du ein Hotel und bist quasi am Strand, so mehr oder weniger. Ich, ne, ne, absolut nicht meins. Den ganzen Tag irgendwie rumliegen, das kann ich daheim auch, da muss ich nicht in Urlaub für fahren. Und dein schönster Urlaub war auch mit deinen Eltern und deinem Bruder. Da war die auf Mallorca in einer Anlage, die viele angeboten hat an Unterhaltung für Kinder und Jugendliche. Was war der Zeitpunkt? So 13, 14. Okay, ja. Dein Bruder und du warst dann eigentlich den ganzen Tag unterwegs mit anderen, die ihr dort kennengelernt habt. Ihr habt dann sogar mit einem anderen Geschwisterpaar angefreundet, die ihr nach dem Urlaub dann nochmal besucht hattet. Leider ist der Kontakt auch irgendwann abgebrochen. Ja, das kenne ich. Das kenne ich tatsächlich auch. Mallorca habe ich tatsächlich auch schon mal in den Urlaub. War ich tatsächlich auch schon mal im Urlaub. Aber ich weiß nicht, wie alt ich da war. Acht? Neun? Sowas um den Dreh. Da hat mich meine Oma mitgenommen und das war halt nicht so der, ich sag mal, stereotypische Ballermann-Urlaub, sondern es war halt ein Urlaub auf Mallorca. Wir haben uns viel von der Insel angeschaut, sind da rumgefahren, haben uns die die ganzen Hotspots und so angeschaut und das ist eine echt schöne Insel. Wirklich, wirklich schön. Mallorca ist deutlich mehr als nur dieser dämliche Strand und feiernde Menschen. Den kann man nämlich ganz gut noch aus dem Weg gehen. Aber ja, das mit dem Kontakt abbrechen kenne ich auch. Auch als Kind tatsächlich waren meine Eltern und ich auf auf Cherba, glaube ich. Das ist eine Insel. Ich meine, es ist eine Insel. Und da hatte ich auch tatsächlich jemanden kennengelernt und eine Brieffreundschaft angefangen. Die ging auch einige Jahre, aber irgendwann ging es dann auch. War dann auch relativ, war dann auch irgendwann einfach vorbei. Leider schade, aber passiert, passiert. und wird es definitiv wieder hin, aber nicht um Sobaldermann zu gehen. Ja, ja, ja. Das gleiche hier. Flüge nach Mallorca sind ja super günstig. Günstiger als Inlandsflüge teilweise. Was merkwürdig ist, aber hey. Ja. Was ist denn dein schönster und zugleich schlimmster Urlaub? Oha. War der letzte, da du mit deiner Freundin in Südtirol und in der Schweiz? Ne, da warst du mit deiner Freundin in Südtirol und in der Schweiz. Okay. Ihr wart schon essen am Pool, entspannt zu einer Burg gewandert. In der Schweiz wart ihr an verschiedenen Städten. Ihr habt für alles außer Verpflegung vor Ort 150 pro Person gezahlt. Oh, nice. Weil ihr nur die Zugtickets kaufen musstet und für dich ging es dann allein weiter nach Rostock und Hamburg. Okay. Und Hannover? Und in Hannover hat deine Freundin sich dazu entschieden, Moment, hier per Telefon einen Ex zuzufügen. Moment, was? Magst du den letzten Teil nochmal umformulieren? Ich bin mir gerade noch nicht 100% klar, was du damit meinst. Hat sie Schluss gemacht? Hat sie mit einem Ex wieder zusammengefunden und dich dadurch absolviert? Hat sie per Telefon Schluss gemacht? Moment. Okay, sie hat Schluss gemacht zu dem Zeitpunkt per Telefon. Ja, wow. Ja gut, das ist eine miese Nummer. Ja, das ist doof, ja. Und dann war natürlich der Urlauber auch erstmal im Arsch, ja. Kann ich, kann ich verstehen, ja. Doof, echt doof. Lass mal zusammen den Flug buchen und Urlaub machen. Ja, warte noch ein bisschen. Das ist, äh, aktuell muss ich nirgendwo hin, um Urlaub zu machen. Da kann ich momentan noch ganz gut drauf verzichten. Das ist, äh, ja. Hotel geht oft nicht oder generell nicht, weil du zwei Hauskis dabei hast. Ja, das ist, ja, stimmt. Tiere machen es ein bisschen schwieriger. Gerade, äh, ja, gerade Hunde, ja. Ähm. Das ist auch der Grund, warum ich mich die letzten Jahre meistens, äh, na, meine Mom zieht es meistens hier so in den Norden, also entweder Nord- oder Ostsee, eins von beiden. Und, äh, da die selber auch einen Hund hat, sucht die halt auch immer, ja, Ferienwohnungen, ne, für, für zwei Wochen oder so im Normalfall. Und, äh, da sind halt Hunde schon öfter mal erlaubt. Kommt dann ein bisschen immer auch auf die Ausstattung drauf an, wie gut das funktioniert, ne, weil eine Stoffcouch geht halt nicht, wenn du Hunde erlaubst, beispielsweise. Aber ja, gerade Hotels, da ist es richtig schwierig, ja. Verstehe ich. Verstehe ich total. Also es gibt inzwischen schon viele, die Urlaub mit Hund ermöglichen, aber, ja, ja, es macht die Suche nicht einfacher. Ist genau das gleiche, wie wenn man eine Wohnung sucht. Gefühlt, 90% aller Inserate sagen von Haus aus keine Haustiere. Was sie, glaube ich, rein rechtlich gesehen nicht mal mehr dürften, aber, was willst du machen? Ne, du kriegst halt die Wohnung trotzdem nicht, wenn du sagst, dass du einen Hund hast. Mies, so dezent, diese hier bitte beliebige Beleidigung für eine Ex-Freundin einfügen. Ja, okay, ja gut, ja, ja, nee, nicht geil, absolut nicht. Dürfen sie nicht? Ja, richtig, aber Vermieter dürfen vieles nicht und hilft halt nix, ne? Wenn sie dann sagen, nee. Dann kommst du halt nicht durch die Bewerbungsphase. Vermieter sind aktuell leider in der glücklichen Position, sich ihre Mieter einfach auszusuchen aus mehreren, ne? Ist, äh, ja, wenn der eine halt einen Hund hat, der andere nicht, dann wird halt der andere genommen. Fertig. Aber ja, das ist schwierig, ja. Oder ist es manchmal gerne ein Haustier? Dann weißt du, dass es, äh, dann weißt du wieder, dass es dem Tier nicht fair gegenüber wäre. Ja, ja, ein Haustier bedeutet schon auch definitiv Kompromisse. Absolut, ja, absolut. Ne, ich habe ja damals, ähm, als ich hier hochgezogen bin, war ich ja so circa ein Jahr ohne Hund, nachdem ich vorher ja noch bei meinen Eltern gewohnt hatte. und da ja ein Hund immer zugegen war, oder immer noch ist, ähm, und dann habe ich halt so gemerkt, so, okay, cool, es fehlt halt was. Aber ich hätte jetzt auch keinen Hund, ähm, wenn ich sie zum Beispiel nicht mit ins Büro nehmen könnte. das geht halt gar nicht, weil das ist für mich, äh, schon durchaus Tierquälerei, dein Tier dann einfach acht, neun, zehn Stunden, je nachdem, ähm, am Tag allein zu lassen. Ne, das geht halt überhaupt nicht. Und jeden Tag in der Mittagspause heimfahren und wieder ins Büro oder so, das wäre mir dann auch einfach zu doof geworden. aber, äh, ja, Hund oder Haustier allgemein bedeutet definitiv Kompromisse. Und Zeit und Geld. Das auch. Du bist leider ab und zu zu absolut nichts zu gebrauchen. Da wirst du es nicht schaffen, dich drum zu kümmern. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Also ein Tier kann einen schon auch aus solchen Phasen rausholen. Weil, ne, die kriegen das ja auch mit. Ähm, wenn sich da erstmal die Vertrauensbasis, äh, gebildet hat. Aber klar, zum, ne, zum Ausprobieren ist das natürlich eher schwierig. Hey, cool, ich hab jetzt einen Hund. Ja, scheiße, wird dann doch nichts. Das ist dann, ja, ne, verstehe ich, verstehe ich absolut. Aber es könnte auch genauso passieren, dass dich dann, ne, gehen wir mal von dem Hund aus, ähm, weil ich mich da am besten mit auskenne, könnte natürlich genauso gut sein, dass dich der Hund aus dieser Down-Phase irgendwie rausholt. kann halt auch passieren. Ahem. Aber klar, solange du dir nicht selbst 100% sicher bist, dass du für das Tier sorgen kannst, ist tatsächlich besser ohne, ja. Vielleicht könntest du, das kam, glaube ich, auch letzte Woche mal auf. Oder war das letzt, ich weiß es gar nicht mehr. Falls du ein Tierheim oder so in der Nähe hast, die freuen sich, glaube ich, immer über Gassigänger und sowas in der Richtung. Falls dir sowas irgendwie Spaß machen würde und du dadurch, äh, den, den, äh, den, äh, Tierkontakt oder so hast, die freuen sich immer über Leute, die mit ihren Hunden oder so Gassi gehen. Ähm, oder sich mit denen beschäftigen. Du hättest gerne ein Tier, das wird bei dir nicht glücklich werden, deswegen hast du dich dagegen entschieden. Mh, ja. Ja, besser ist das. Besser ist das, ja, auf jeden Fall. Ähm. Du hast auch keine Zeit für ein Haustier, obwohl du denkst, dass es dir gut tun könnte. Deine Wohnung ist auch nicht unbedingt groß. Bist dann teilweise zehn oder elf Stunden nicht zu Hause, wenn du ins Büro musst. Ja, 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 das, ja, genau. Wobei, große Wohnung ist so das Ding. Meine Wohnung ist auch nur 47 Quadrat, Entschuldigung, auch nur 47 Quadratmeter groß, ne? Und, äh, das geht auch. Das geht tatsächlich. Aber ich glaube, mit einer kleineren Wohnung, ja, wäre es dann auch schon eher schwierig. Selbst Fische wären nichts für dich. Fische sind Profitiere. Holy shit. Das unterschätzt man. Fische zu halten ist richtig, richtig, richtig sportlich. Also, richtig sportlich. Das, äh, ja. Hm. Ich, ich, ich verstehe, ich verstehe den Vergleich total, aber das ist, es wird gerne unterschätzt, weil, ne, Fische, denen gibst du ein bisschen Wasser, schüttest dreimal am Tag, äh, schüttest einmal am Tag irgendwas zu Futter in der Reihen, passt schon, ab und zu machst du mal das Glas sauber. Nee, es ist tatsächlich deutlich, deutlich mehr. Das, äh, ist brutal, was, was ein Aquarium an Wissen auch einfach erfordert, damit das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Das ist gar nicht so einfach. Der Lebensgefährte meiner Mom hatte lange Zeit ein Aquarium und, äh, puh, sagen wir es mal so, ich bin froh, dass ich nur einen Hund hab. Das ist lang gemacht bei euch in der Schule. Ja, ja, okay. Das ist halt echt, boah, also, ja, wow. Fische würde ich mir nicht zutrauen, absolut nicht. Obwohl, es gibt ja inzwischen Aquarium-Meat-Services, wo du die bestaunen kannst und jemand anders kümmert sich um die. Ist aber auch schweineteuer. Das ist auch schweineteuer. Mieten hältst du persönlich oft für die schlechtere Option. Je nachdem, welcher Hintergrund. Könntest du dir aber auch nicht vorstellen, eine Stadtwohnung zu kaufen. Hierzu landest du Mietobjekte eher selten oder werden unter der Hand vergeben und das sind Community-Wohnungen. Man zahlt einen und wird auf eine Warteliste gesetzt, denn er hat fast zwei Jahre für seine Einzimmerwohnung in Stockholm gewartet. Ja, in Deutschland ist Mieten sehr, sehr, sehr verbreitet und, ähm, ich bin auch tatsächlich, ne, ich stand ja auch vor der Entscheidung, als die Wohnung hier, äh, den Eigentümer gewechselt hat. Ob ich die nicht auch vielleicht kaufen will? Und ich hab mich ganz klar dagegen entschieden. Weil, auch wenn's vielleicht jetzt momentan günstiger wäre, ich hab halt weniger Ballast, den ich mit mir rumschleppe. Was das angeht. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Ding. wenn's mich irgendwo anders hinziehen sollte, muss ich hier nicht irgendwie dafür sorgen, eine Wohnung wieder loszuwerden, sondern kann halt einfach rumziehen und ab dafür. Ähm, ne, also für, für mich ist Mieten immer noch das, das Optimale, was das angeht. Zahle ich gerne auch insgesamt mehr, als wie jetzt für, für Eigentum. Aber ich bin halt flexibler. Deutlich flexibler. Das Wasser muss auch öfter mal getauscht werden. Achso, ja, Fische sind sehr pflegeintensiv. Ja, genau. Richtig, richtig, ja. Du meinst nicht wegen dem Aufwand, sondern eher, weil du oft laut Musik hier hörst. Oh ja, das, das könnte für Fische auch schwierig sein, ja. Ja, verstehe ich. Du hast eine eigene Wohnung quasi, also Eigentum. Warum dann quasi? Dann hast du ja eine eigene Wohnung, wenn es Eigentum ist. Nee, aber für mich, ne, ich hab, ich stand auch schon, wie gesagt, vor der, vor der Entscheidung mit Dings und, äh, nee, kaufen ist für mich, nee, nee, es ist mir tatsächlich einfach zu doof. Ähm, das, das, äh, erzeugt, glaube ich, einfach, eine Abhängigkeit, die ich nicht haben will. Ist aber eine sehr, sehr, sehr persönliche Entscheidung. Ich kenne viele Leute, die auch, ne, die bauen dann halt oder kaufen sich eine Wohnung. Klar, manche nutzen es auch rein als Investitionsobjekt, so wie diese Wohnung hier zum Beispiel. Die ist auch reines Investitionsobjekt für meine Vermieter. ähm, das heißt, irgendwann wird die wieder verkauft und gut ist. Aber, äh, ja, das, äh, ne, für mich selbst. Hm, hm. Nee. Ist aber, glaube ich, auch, äh, auch eine Landessache irgendwo. Ist irgendwie kulturell teilweise bedingt. Finde ich auch interessant. Was ist mal großer AFK? Alles klar, bis gleich. Deiner Mutter gehören fünf, äh, fünf Mehrfamilienhäuser und du hast eine eigene Wohnung. Ah, okay. Okay, verstehe, verstehe. Verstehe. Ja, das ist dann schon auch praktisch. Das ist nicht schlecht. Das ist tatsächlich nicht ohne. Du hast es, auf dem Bett aufzustehen. Mag das jemand übernehmen und dich bekleide dem Wut zum Absetzen. Ähm, hast du schon mal überlegt, deinen Aufstehprozess zu automatisieren? Ich stelle mir gerade ein Bett vor, das dann einfach so nach oben fährt. Während du dann vornüber fällst, sind da schon fertig die Klamotten auf so einem Ständer. Du musst dann nur noch reinfallen in dein T-Shirt und in die Hose und dann wäre das Problem ja auch erledigt. Man könnte es, man könnte das technisch lösen. Ich sage nicht, dass es nicht aufwendig wäre, aber es wäre eine Möglichkeit. Wenn, dann lässt du dich gegen die Wand werfen. Ja, aber das tut auch weh. Das ist ungünstig. Hallo, Hund? Hi, was machst denn du hier? Wo wir gerade das Thema Hund hatten. Komm mal her. Ja, komm mal her. Hallo. Hm? Ich habe noch gar nichts für dich. Ich habe doch noch gar nichts für dich. Nee. Nee. Oh. Hm? Kommst du rauf? Warte. Hm? Da kennst du ein Video. Screener, bevor du den Link postest, poste den lieber irgendwie im Discord oder so, weil hier gibt es einen Timeout im ersten Moment. Ich habe das noch nicht 100% fertig gemacht, dass das sauber sauber läuft mit Link Purchtend oder nicht. Das erkennt aktuell auch noch Sachen falsch. Du liebst deine Wohnung? Kannst du mir momentan überhaupt nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Ja, ja, gleiches Problem habe ich auch, obwohl ich an sich gerne mehr Platz hätte. ich suche halt jetzt auch ähm, es gab ja auch die Story mit der Eigenbedarfskündigung, die dann zurückgezogen wurde bei mir. Ähm. Die gab es ja auch. Deswegen suche ich auch nach Wohnungen immer noch. Oder sagen wir es mal so, ich habe auf Immobilienscout halt einen Suchauftrag laufen. Ab und zu kommt da mal eine Mail. Aber, ja. Da war halt auch noch nichts dabei, wo ich sage, hm, ist preislich in Ordnung, sieht gut aus, hat gute Lage und da kann ich guten Gewissens hinziehen von hier, weil an sich liebe ich diese Wohnung. Was wird denn das jetzt, Hund? Du stehst auf meinem Kopfhörer, das ist ungut. So. Kenn ich Colin Firth? Sagt mir was. Sagt mir was tatsächlich. Gehört habe ich das schon mal. Doggo. Ja. Inzwischen gut alter Hund, ne? Ja. Noch ein halbes Jahr, dann bist du elf Jahre alt. Mhm. Das ist jetzt richtig scheiße, ne? Hier ist richtig doof. Hm? Wieso? Du von dem Licht da hinten angestrahlt wirst. Hund, du hast Hero Lighting hier so. Und du bist zu lang fürs. So, guck mal. So, jetzt, jetzt bist du zu sehen. Hm? Gibst du, du willst eigentlich Leckerlis. Hm? Eigentlich willst du Leckerlis. Das ist der Grund, warum du hier bist. Hm. Wir sind jetzt irgendwie ganz schön abgekommen vom eigentlichen Thema, ne? Hm. 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 Miau. Ja, warte. Warte. Oh. Viel zu weit weg. Ja, ist zu, ne? Ist zu. So. Nimmst du die Nase da raus? Doch. Nase raus. Ne, 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 ne. Nein. Nein. Hm. Jo. Jo. Ah, ah, ah. Nee. Da. Oh, Lecker. Oh, Lecker. Als hättest du kein Abendessen gehabt. Das hattest du aber. Mhm. Du hattest was zu futtern. Bonk, 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 bonk. Sag mal. Du. Du stehst wieder hinten auf meiner Wampe. Ja, der Fuß da. Der steht auf meinem Bauch. Gehst du mal runter mit dem Fuß? So. Freuden eines Hundebesitzers. Und Freuden eines Hundes. Hauptsache Leckerlis, ne? Hauptsache irgendwas Leckeres zwischen die Zähne. Vorsicht. Nicht runterfallen. Vorsichtig, ne? Äh, äh. So. Hoppala. Stopp. Hier bleiben. Hier bleiben. Ja, ja. Hinten wieder auf den. So ist besser. So. Hm. Lecker, ne? Ja, shit. Was war jetzt eigentlich unser Thema? Bevor wir hier von so einem Hund, ähm, einfach unterbrochen wurden. Wir waren irgendwie bei, bei, bei Mietwohnungen. Äh. Äh, war ja bei Haustieren. Ich glaube, hingekommen sind wir über Hotelsuche. Ja. So. Aber Wohnung suchen ist momentan halt auch so, so, so ein Ding. Das macht keinen Spaß. Gerade in der Stadt. Obwohl auf dem Land, glaube ich, ist es auch nicht so viel besser. Ähm. Aber hier in der Stadt ist, 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 ist furchtbar. Du warst beim Aufstehen? Ja, dann, äh, ja. Kannst du abbeißen, Hund. Super. Ja. Ne? Die kleinen Beißerchen. So. Ja, Leute. Habt ihr noch was zu, zu Urlauben? Irgendwer muss mein ernstes Wort mit deinem Schlaf reden. Kenn ich. Kenn ich. Kenn ich gut. Kleiner Tipp, falls es irgendwie am, äh, einschlafen liegt. Probier mal Melatonin, äh, Melo, Melo, Melatonin, Melatonin, eins von beiden, äh, Spray aus. Das hilft verdammt gut zum Einschlafen. Also zumindest bei mir. Das sprühst du dir in den Mund, wie so ein Mundspray. Melatonin war das. Ja, gut. Ähm, genau, Melatonin ist das Schlafhormon. Sprühst du dir in den Mund und später, spätestens eine halbe Stunde später, wirst du so extrem müde, dass nichts mehr geht quasi. Also wenn es am Einschlafen liegt, äh, ich nutze das auch gerne mal. Ähm, hilft tatsächlich. Also bei mir zumindest. Du stehst schon wieder auf meinem Kopfhörerhund. So. Ja. Oh nein, Manni-Sex. Hallöchen. Hallöchen. Sammy, willst du mal winken? Gib mal fünf. Gib mal fünf. Nee, nee, fünf. Super. Super. Und das im Ste... Achso, ja. Entschuldigung, ich habe das Leckerli vergessen. Ja, natürlich. Ja. Oh mein Gott. Ja, hier, bitte. Warum stehst denn du jetzt auf dem Schreibtisch? Jetzt habe ich hier hinten so einen Hundehintern in der Armbeuge. Weil der Hund auf dem Schreibtisch steht. Was wird denn das? Kommst du mal wieder hier runter? Komm. So. Sehr gut. Gut. Gehst du wieder runter? Ja, runter mit dir. Runter mit dir. Nee, nicht hoch. Nein, nicht auf den Schreibtisch. Gehst du? Nee. So. Hierher. Hoppala. Ja. Der runter. Runter. Dann sie hier runter. Super. Super. Manni-Sex. Alles gut bei dir? Wie du gerade gesehen hast, beim Hund geht es hervorragend. Mir auch, nachdem ich weniger Haare auf mir drauf habe. So. Scheiße, ey. Hund, warum hast du so, hä? Okay. Sehr gut. Das ist bei dir alles. Manchmal einschlafen, obwohl Hunde müde oder Schlafen sind von ca. 1,5 bis 2. Ja, okay. Okay. Ja, verstehe, verstehe. Aber wie gesagt, also, falls es am Einschlafen liegt, da kann man ganz gut entgegenwirken. Wie gesagt, das hilft bei mir auch ganz gut. Ach so, ich sollte vielleicht noch den Disclaimer bringen. Obwohl das Ganze kein Medikament ist, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel. Was ich persönlich nicht verstehe, aber okay. Ne, Risiken und Nebenwirkungen. Ihr wisst Bescheid. Fragt einen Arzt oder Apotheker. Das ist jetzt nur meine eigene Erfahrung. Ich will mich hier nur nochmal absichern. Nicht, dass irgendjemand dann auf mich zukommt, was schlimme Dinge sagt. Ne, 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 ne. Aber ich habe da persönlich halt gute Erfahrungen jetzt mitgemacht. So. Hervorragend. Und du nust generell das Auto. Deine Autos sind meist 40 bis 60 Jahre alt. Die fetten Blöcke laufen wie ein Uhrwerk. Doch wenn du fliegst, also Kanada und Alaska stehen auf deiner Liste. Kanada würde mich auch wahnsinnig interessieren. Kanada würde mich wahnsinnig interessieren, ja. Oder Neuseeland. Oder auch Japan. Tatsächlich. Das wären so die Länder, wo ich unglaublich gern mal hin würde. Oder Island. Ja, Island auch. Obwohl es da wahrscheinlich sehr, sehr kalt ist. Und ich Kälte nicht wirklich mag. Aber ich mag auch keine Hitze von dem her. Hm. Ja. Das sind dann eher Reisewünsche. Ja, ja, ja. Aber das, äh, ja, kenne ich. Kenne ich, kenne ich. Das, ähm. Ich habe da schon so, schon so ein paar Ziele oder so. Äh, Moment. Ich weiß nicht mehr, was ich gerade sagen wollte. Ja doch. Reisewünsche, genau. Ich habe da schon so ein paar Ziele, die halt momentan auch nicht so einfach zu erreichen sind. Vor allem nicht, wie ich den Urlaub teilweise halt einfach plane. Schöne Grüße an den Hund. Sammy? Schönen Gruß. Sie guckt doof. Das heißt danke. Bei dir alles super. Die Woche eine neue Arbeit angefangen und da ist bisher alles sehr gut. Das hattest du erzählt. Ja, doch. Ich glaube, ich glaube, das hattest du erzählt, ne? Ja, cool. Sehr schön. Sehr schön. Freut mich. Freut mich. Freut mich. Wenn da bisher alles super ist. Ist ein bisschen ungewöhnlich vom Datum her, oder? So mitten im Monat. Okay. Aber, ja, nice. Sehr, sehr schön. Dann hoffe ich mal, dass es auch so bleibt. Ne? Daumensinn gedrückt. Für Japan zahlst du allein schon für den Flug richtig viel. Ja. Ja. Also ich habe tatsächlich zwei Reisen in meinem Kopf, die, sage ich mal, beide fünfstellig kosten. Das eine ist Japan, weil das wären dann auch so, sage ich mal, wunschmäßig sechs Wochen. Eine Woche für Tokio und fünf Wochen dann mit einem Leihwagen oder so durchs Land tingeln und alles anschauen, jede einzelne Präfektur und so weiter und so fort. Inklusive ganz viel Budget für, ja, für Zeug, das ich mir einfach heimschicke. Das, ja, und die zweite Rundreise, auch sechs Wochen lang, wäre, jetzt muss ich ganz kurz durch die Länder gucken. Wartet mal, ich muss mal eben kurz Google Maps aufmachen, weil ich mir nie merken kann, welche Länder das genau sind. Das ist furchtbar. Aber die andere Rundreise, die auch fünfstellig wäre, wäre so mehr oder weniger über, was ist denn das für eine Insel? Ich glaube, Fehmarn ist das. Ich glaube, es ist tatsächlich Fehmarn. So, ne, von Fehmarn aus. Ähm, Richtung Kopenhagen. Also Dänemark. Von da aus dann, das dürfte Schweden sein, ne? Genau, Schweden nach Stockholm. Ähm, oder über Göteborg nach Stockholm. Dann rüber nach Norwegen in Richtung Oslo. Möglicherweise auch Bergen. Dann wieder zurück nach Dänemark. Und dann wieder hierher. Aber das kostet halt so viel Geld. Aber das wäre auch so eine Rundreise, die ich unglaublich gerne machen würde. Das, äh, das wäre der Hammer. Aber da fehlen mir aktuell auch einfach schlichtweg die finanziellen Mittel dazu. Muss ich ganz klar so sagen. Aber, ja. Das wäre das. Reisen würdest du nur ins Warme. Das liegt ja am besten. Südeuropa oder Türkei, Ägypten. Ah, okay. Mich zieht es tatsächlich mehr in so gemäßigte Gefilde. Ich könnte mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen. Äh, ich suche mir jetzt mal irgendwas. Brasilien. Ne, in Äquator. Ne, könnte ich mir gar nicht, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da würde ich einfach eingehen. Ich würde aus dem Flieger einsteigen, äh, aussteigen. Genau, ich steige aus dem Flieger ein. Ähm. Und ich würde einfach in dem Moment schmelzen wahrscheinlich. Richtung Japan hat es einmal vor Jahren gerechnet. Zwei Jahre Japan mit Sprachstudium in Akehabara. Die helfen gern bei der Vermittlung etc. Kostenpunkt ca. 65k. Ja. Ja, ja, das ist super teuer. Aber Japan ist tatsächlich das Land, das mich aktuell am meisten fasziniert. Sagen wir es mal so. Das, wo ich fast schon am dringendsten hin will. Wegen Jobs in die Kündigungszeit nehmen am 15. des Monats oder zum Ende des Monats. Ja, das wusste ich tatsächlich. Das wusste ich. Ich dachte nur, dann ist der Start halt auch am 15. entsprechend oder so. Das war jetzt dann der 21., wenn es diese Woche gestartet hat. Deswegen war das etwas, äh, verwirrend. Es war halt irgendwie so eine halbe, dreiviertel Woche verschoben quasi. Aber hey, wichtig ist, neuer Job und gefällt dir. Ist cool. Sehr schön. Komme ich dich besuchen? Ja, schwierig. Tatsächlich schwierig. Ich habe gerade noch Finnland entdeckt auf meiner Route. Vielleicht will ich das auch noch mitnehmen. Einmal über die Ostsee rüber nach Helsinki ist dann auch nicht mehr das Problem, glaube ich. Vielleicht sollte ich auch einfach die Route über Litauen und Lettland und so nehmen. Die Rundreise macht dann so rum fast schon mehr Sinn. Einfach Richtung Örebro abbiegen. Okay, ja, cool. Meine Reiseroute könnte ich mit so einem Frachtschiff machen, den da Ostsee rumfahren. Tatsächlich ist das als Autoroute geplant. Ähm, ich will, also ne, das ist tatsächlich so eine Sache. Ich will nicht tagelang auf einem Schiff verbringen. Weil, was kann ich mir dann anschauen? Wasser. Wow. Unglaublich, ne? Deswegen wäre das schon als Autoroute gedacht. Und, äh, also ich habe das noch nicht wahnsinnig durchgeplant. Das ist nur so eine, so eine spontane Idee, mehr oder weniger. Aber das müsste eine Route sein, wo zumindest hier in Google Maps jede Menge Straßen sichtbar sind. Auch größere Straßen, die das dann miteinander verbinden. Von dem her sollte das gehen. Aber ja, das wäre auch so ein Träumchen. Mal so die nordischen Länder abklappern. Island ist ein bisschen weit weg, da müsste man mal extra hin. Aber ja, ja, das wäre schon hübsch. Abgesehen davon war tatsächlich das weiteste, was ich jemals von nachhem weg war, tatsächlich Czerba. Also, Tunesien. Ich weiß gar nicht, wo Czerba ist. War das eine Insel? War das einfach so Festland? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es ziemlich sandig war. Ich finde es gerade nicht auf Google Maps. Ich müsste jetzt suchen. Da bin ich jetzt gerade zu faul für. Oh, da unten ist das. Oh. Ist tatsächlich eine Insel. Okay. Oh, schön. Ja. Ähm. Gut. Ist tatsächlich gar nicht mal so weit. Es ist gar nicht mal so wenig weit weg. Schön. Sehr schön. Okay. Manni 6. Hast du noch was zum Schönsten? Oder hast du noch einen Urlaub, an den du dich richtig, richtig toll erinnern kannst? Also, positiv erinnern. Quasi schönster Urlaub. Weil ansonsten würde ich so langsam mal in Richtung Unboxing gehen. Ich schaue mal nach links und sehe einfach riesige Pakete vor mir. Das, äh. Ja. Das könnte man nämlich dann auch als nächstes mal so langsam angehen. Google mal, Örebro. Untergekommen ist mir das schon mal. Aber ich mach mal. So. Ach, das ist ja... Gut, nicht ganz Hälfte zwischen Stockholm und Göteborg. Aber ja, da könnte man tatsächlich abbiegen. Könnte man... Ja. Könnte man. Tatsächlich. Ich bin gerade fasziniert von wie vielen Seen Schweden durchzogen ist. Wenn man sich das mal so anschaut. Das sind schon echt viele. Auli. Das Land ist ja fast mehr Wasser als Land. Es ist mir noch nie so aufgefallen. Tatsächlich. Das ist mehr, als ich jetzt erwartet hätte. Anglerparadies. Oh, das glaube ich, ja. Das glaube ich. Das glaube ich gern. Irgendwie mag ich... Ich weiß nicht, warum. Aber irgendwie mag ich diese ganzen schwedischen Namen. Mit den Umlauten. Ich weiß nicht, warum. Aber irgendwie finde ich die... Die Schrift... Super. Also... Die Namen, die da auf der Karte stehen. Irgendwie mag ich das sehr. Warum auch immer. Es wirkt so... So total fremd irgendwie. Da hast du mal eine Rundreise an der Westküste USA gemacht. Mit Ende in Las Vegas. Das war meine Reise wert. Oh, nice. Nice. Nicht schlecht. Ich suche gerade Las Vegas. Ah ja, hier. Genau. Hast du dann die Reisekost in Las Vegas wieder eingespielt? Oder hast du gesagt, nur gucken, nicht spielen? Was wahrscheinlich die deutlich, deutlich schlauere Lösung ist. Wenn man so drüber nachdenkt. Wo ist denn hier überhaupt der Strip? Ich gucke gerade. Finde ich den einfach so? Ich glaube, den finde ich nicht so auf der Karte, ohne zu gucken. Da könnte es sein. Naja, wahrscheinlich ist der... Ne, das ist ein Airport. Keine Ahnung. Hat was von Herr der Ringe. Ihr seid die Mischung aus hochgewachsenen Elfen und Schuldigen Zwergen in einer Person. Finde ich in Ordnung. Vor allem die Kombi. Ich bin aber definitiv Club Gimli und nicht Club Legolas. Muss ich ganz klar so zugeben. Das, äh... Ja, nein. Zwerge sind cooler als Elfen. Sorry. Aber das ist einfach so. Da kann man nicht drüber diskutieren. Das ist so. Ich glaube, ich hatte mal einen, äh... Oder ein Kollege von mir. Hat, glaube ich, auch mal eine Rundreise in den USA gemacht. Ich weiß aber nicht, welche Strecke. Oder ob das vielleicht sogar Route 66 war. Es war auf jeden Fall eine relativ große Sache. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ach, da muss ich tatsächlich auch zugeben. In die USA selbst sieht es mich persönlich gar nicht. Das ist so... Ja, die existieren. Gibt schon spannende Orte, aber... Ähm... Nicht spannend genug, dass es mich da wirklich hinziehen würde. Die Reinkosten waren nicht wieder reingekommen. Hast du ja insgesamt nicht so viel... Äh, nicht so viel verloren. Vielleicht 50 Dollar. Ja gut, aber das, äh... Das, das geht ja noch. Aber egal. Zeig mal dein Elden Ring Package. Ja, Moment. Ich trinke noch eben ganz kurz meinen Kaffee aus. Dann, äh... Kann ich den Streamtitel nochmal ändern. Und dann können wir mal dieses Riesending hier öffnen. Ich, äh... Hab echt Respekt vor dem Teil. Ähm... Ja, Bala. So. Detroit reißt sich als Motor down. Mega von Ford on GM. Ja, okay. Ja, das, das... Okay, das, das kann ich verstehen. Das kann ich absolut verstehen, ja. Da bin ich, äh... Ja, ja, ja. Gerade wenn man da drauf steht. Oder Daytona wahrscheinlich auch. Wäre jetzt auch so ein Ding. Was mir noch spontan einfällt. Ähm... Zumindest wenn es um, um Rennsport geht. Ähm... Was wollte ich jetzt gerade tun? Ach ja, genau. Ding jetzt anpassen. So. Kanaladministration. Elden Ring... Unboxing. So. Elden Ring... Premium... Collector's Edition Unboxing. So, das Tag noch dazu. Speichern. Gut. Dann sollte das, äh... Jetzt erst mal erledigt sein, ne? Glaube ich, denke ich, hoffe ich. Warte mal, dann kann ich das hier wieder zumachen. Tschüss. Ne, muss jetzt gerade nicht gesichert werden. Passt schon. Okay. Ja. Wo verstaue ich meine Tastatur? Moment. Einfach mal da unten. Die Maus kommt hier rüber. Mamm Flörk. Alles klar. Dann, äh... Guten Hunger, ne? Guten Hunger. Gut. Ähm... Fangen wir mal... Fangen wir mal einfach an. Ich hab tatsächlich schon eine Sache ausgepackt. Weil das komplett ein Schaumstoff war. Und ich wissen wollte, ob da was drin ist und was da drin ist. Und das ist das Ding hier. So. Wirkt jetzt relativ uninteressant. Aber in der Premium Collector's Edition ist ein Helm dabei. Und ich vermute ganz stark, das hier ist der Helmständer. Ich bin nicht 100% sicher. Ich glaube, das ist Plastik, kein Holz. Obwohl doch, das könnte Holz sein. Das hat eine Holzmaserung. Es könnte Holz sein. Aber das Wichtigste hier dran ist tatsächlich... Wie sieht man das? Äh... Äh... So. Genau. 1480 von 6000. 6000 dieser Collector's Editions sind im Umlauf. Und ich hab noch eine relativ niedrige Nummer. Finde ich sehr, sehr geil. Ähm... Was mich etwas irritiert, ist das, dass auf der Box, die hier ankam, außen 1480 von 5000 und nicht von 6000 steht. Also irgendwie... Weiß ich nicht, was mit den anderen 1000 Stück ist. Würde mich noch interessieren. So. Ne? Aber soviel dazu, dass es einfach nur so ein kleines Ding, das man halt hinstellen kann. Den packe ich mal eben kurz eher hier auf die Seite. Moment. Und mach ihn einfach kaputt. Das ist natürlich hervorragend. Okay. Dann... Wartet. Äh... Next. Wechsle ich mal kurz die Szene hier rüber. So. Moment. Ich hol das nächste Paket. So. Ach so. Das hier ist das nächste Paket. Das ist aber noch klein. Das ist tatsächlich noch sehr, sehr klein. Und ich bin gar nicht sicher, ob diese Box hier nicht quasi auch die ist, die in der normalen Collector's Edition auch drin steckt. Und die Premium nur noch diese Extra-Box hat. Die übrigens ungefähr viermal die hier ist. Von der Größe her. Und die ist schon nicht klein. Aber ich kann hier noch bequem drüber schauen. Und das war letzte Woche zum Beispiel bei Horizon auch nicht so leicht. Okay. Gucken wir mal, was da drin ist. Ich hab tatsächlich nicht die leiseste Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was ich bestellt habe. Ich hab einfach nur die teuerste Edition bestellt, die ich gefunden hab. So. Schauen wir mal. Ach so. Oben drauf steht übrigens... Elden Ring, natürlich, ne? So. Ähm. Ist das... Okay, wartet. Ich glaube, das hier ist ne Box. Ja. Das hier ist nochmal ne Box. So, zeige ich euch gleich, was da drin ist. Und das hier, das ist was Größeres. Okay. Machen wir das ganz kurz. Ich verliere gerade den Chat, ne? Wenn ich das hier hinstelle, dann sehe ich euch nicht mehr. Ähm. Ja, ich stelle es mal kurz da hin. So. Also, wir haben hier ne Box. Weißt du was? Ich schiebe euch einfach hier woanders hin. Ich schiebe euch einfach hier hin. Ja, das ist in Ordnung. So. Okay. Das hier ist die erste Box, die da jetzt drin war. Die ist noch relativ klein, relativ übersichtlich. Und ich hab keine Ahnung, was da ist. Ist die Magnet... Oh, die ist magnetisch. Oh, die ist magnetisch. Oder? Naja, nicht ganz. Ich schiebe euch rum. Ja, ich schiebe euch rum. Das ist korrekt. So, was haben wir hier? Sammelfigur. Hinweis. Es handelt sich nicht um mein Spielzeug, sondern um ein Sammelobjekt für Erwachsene. Empfohlenes Mindestalter 15 Jahre. Das ist nicht erwachsen. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Das ist keine Figur. Das ist ein Buch. Ein Artbook. So. Das sieht jetzt schon ziemlich geil aus. Das ist aber relativ dünn. Aber es ist ein richtiges Buch. Mit Hardcover, wie es aussieht. Ja, doch. Das ist ein Hardcover. Mit allem, was dazugehört. Moment. Das müssen wir mal kurz öffnen. Also richtig öffnen. So. So. Kurz mal operativ hier. Aufschneiden. So. Okay. In bester Manier von letzter Woche. Werfe ich das einfach mal durch die Durchreiche in die Küche? Damit ich den Müll hier nicht rumliegen habe. Räume ich nachher auf. Gut. Ja. Fängt relativ entspannt an. Die Art of Elden Ring. Das ist tatsächlich ein richtig. Oh. Okay. Das ist wertiges, dickes Papier. Und natürlich ist das erste Bild hier drin. Der große Baum. Ist gar nicht so leicht, das zu zeigen. So, dass ihr das halbwegs vernünftig seht. Aber ohne, dass ich hier alles kaputt mache. Okay. 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 Ich glaube, das hier dürfte so ziemlich... Ich bin gar nicht sicher, ob das das Startgebiet ist. Aber sieht man einiges. Ich bin gerade... Ich bin gerade nicht sicher, ob das Screenshots sind, die bearbeitet worden sind. Oder ob das tatsächlich Konzeptart ist. Es wirkt in Teilen so, als wäre es ein Screenshot, der nochmal ein bisschen nachbearbeitet wurde. Und teilweise wirkt es ein bisschen wie Konzeptart. Weil manche Sachen sind einfach super detailreich. Nee, das hier ist Konzeptart. Oh, guck mal. Das erinnert ein bisschen an Anor Londo. Wow. Da mit den Schrägen oben drauf, ne? Das hat was. Das hat was. Das ist sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Wie viele Seiten sind das? 30 rum, oder? Okay. Charaktere ist das nächste Kapitel. Wo man so offensichtlich die wichtigsten Charaktere mal sieht. Zum Beispiel hier. Ich glaube, ich sollte Gönny da mal wegstellen. Der stört nämlich gerade ein bisschen. Moment. So. So ist besser. Dann kann ich euch das nämlich besser zeigen. Dann ist da nicht einfach so ein Glas im Weg. Okay, Waffen. Ja. Ja, ja, verstehe. Gegner. Gegner zeige ich euch jetzt vielleicht mal nicht. Oh, das hier. Das hier kann ich euch zeigen. Das ist nämlich aus dem Trailer. Oder zumindest zum Teil. Sehr, sehr geil. Ich mag so Artbooks, ne? Ich schaue mir die einmal an, wenn ich sie auspacke. Und danach nie wieder. Aber ich mag sie. Ich bin da irgendwie großer Fan von. Sehr, sehr großer Fan. Oh, ja. Okay. Das ist das Artbook. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wow. Was wow. Dass ich mir das einmal anschaue und danach nie wieder. Ja, ich weiß. Ich bin furchtbar, was das angeht. Aber du schaust dir halt einmal die Bilder an. Und dann war es das im Normalfall, ne? So, was ist das hier? Also, das hier ist so eine Art Kuvert. So ein kleines Schächtelchen. Denn ich weiß noch nicht, was da drin ist. Aufkleber. Oh, nice. Elden Ring Aufkleber. Die hier. Also, wer will, ne? Kann sich die aufs Auto kleben. Die hier werden nie verklebt. Und dann noch ein paar... Artprints. Nochmal ein paar einzelne. Bei dem hier muss ich jetzt tatsächlich gerade kurz an Demon's Souls denken. Das ändert schon ein bisschen... Ein bisschen sehr an Boletaria, ne? Also, finde ich zumindest. Vor allem nach dem PS5 Remake. Was haben wir noch? Okay, bekannte Dinger. Was ist das hier? Moment. Das ist kein Artprint. Das... Ist das eine Weltkarte? Will ich das Buch nur schonen und in guten Zustand lassen? Ja, genau. Meine 6 hat es erkannt. Okay, nein. Das ist keine Weltkarte. Das ist ein Mini-Poster. Von... Scheiße, heißt der Typ Godfrey oder Godric? Ich bin nicht 100% sicher. Eins von beiden, glaube ich. Auch sehr hübsch. Ich versuche es mal so hinzubiegen, dass es nicht zu sehr spiegelt irgendwie. Ja. Okay, cool. Das ist nice. Das ist schön. Ja. Nicht verknicken. Dann sortieren wir das mal wieder hier rein. Der Karton ist übrigens noch nicht leer damit. Da kommt noch was. Okay. So. Das ist das. Dann haben wir hier... Ach so, das ist jetzt nur ein kleines... Aha, okay. Nur damit diese Karte hier höher ist. Ah. Okay, den Code zeige ich euch jetzt nicht. Aber hier ist Code hinten drauf. Für den Original-Soundtrack, den man sich dann runterladen kann. Ich drehe die Karte jetzt nicht um. Das ist nämlich mein Soundtrack. So. Das ist meiner. Nice. Sehr schön. Du hast es geschafft aufzustehen und stehst jetzt in der Küche. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Oh, und wir haben ein Steelbook. Ein sehr, sehr schönes, klassisches Steelbook, wie ich finde. Das ist übrigens die Rückseite. Ja. Und das ist innen. Welches Motiv auch sonst, ne? Okay. Das gefällt mir. Ich liebe Steelbooks. Dann haben wir hier noch... ...nen Aufnäher. Okay. Ne, kein Aufnäher. Ein Aufbügler. So rum, glaube ich, gehört das. Ja, genau, so rum. Für alle, die ihre Rucksäcke aufwerten wollen. Auch schön. Und... Hier ist endlich das Spiel. Diesmal auch tatsächlich mit Disk. Nicht so wie bei... ...Horizon, wo keine Disk drin ist. Hier ist tatsächlich eine Disk drin. Ich habe nur einen Download-Code für die Extras bekommen. Schauen wir mal, was da noch Hübsches drin ist. Ob da noch was Hübsches drin ist. Ich bin... ...nicht sicher. Wahrscheinlich ein kleines Mini-Booklet. Sicherheitshinweise, bla bla bla. Oh ja. Was ist das hier? Ah, okay. Okay. Ein Bonus-Code für... ...irgendwas. Für den Bandai Namco-Store. Bandai Namco-Store. Genau. Das hier ist die Disk. So. Den Code zeige ich euch nicht. Die werde ich nachher endlich in meiner PS5 versenken. Wo sie auch so schnell wahrscheinlich nicht mehr rauskommen wird. Oh, ich freue mich da ein bisschen drauf, ne? Ich freue mich da drauf. So. Moment. Ansonsten ist innen drin übrigens tatsächlich langweilig. Einfach nur weiß. Mit ein paar Warnhinweisen. So. Gut. Dann haben wir die erste Box hier drin. Und dann hat das ganze Ding hier... ...irgendwas erwähnt von einer Figur. Zack. Ich gebe zu. Sollte da eine Figur drin sein, habe ich das komplett vergessen. Aber... Warum sollte die Box sonst so groß sein? Wenn wir das hier mal umdrehen. Und das hier langsam rausholen. Oder auch nicht. Ja, vielleicht sollte ich es doch an zwei Seiten gleichzeitig ziehen. Moment. Oder abwechselnd. Ich weiß nicht, was uns da gerade erwartet. So. Ich setze das hier mal da hin. Nee, Sammy. Das ist nicht richtig. Nein. Sofort eine Hundennase, die hier her schaut, ne? Sofort. Okay. Ist da noch was drin? Nope. Nichts von Interesse. Okay. Cool. Ich stecke mal das mal kurz... Hier rein. Okay. Es raschelt. Was man sagen muss, verpackt ist es super. Verpackt ist es mega. Und ich glaube, das hier ist eine sehr, sehr, sehr interessante Box. Sehr interessante Box. So. Moment. Weg mit dem Plastikmüll. Okay. Einmal so rum. Mit dem Erdbaum. Oder Earth Tree. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde den einfach weiter Earth Tree nennen. Das habe ich jetzt schon so oft gehört. Einmal von der linken Seite. Einmal die Rückseite. Mit Text. Ich bezweifle, dass du es dir jemals vorstellen könntest, dass derjenige, der die Sterne kommandiert, Leben in seiner breitesten Brill... Oder in seiner vollsten Brillanz erschafft. Mehr oder weniger. Der Eld... Was? Doch. Der Elden Ring. Oh, Elden Ring. Oh, ist schön. Oh, nice. Das kennt man, ne? Das war mindestens in einem Trailer schon mal. Und jetzt ist das hier so ein Ding, dass man... Es zieht so aus, als könnte man es... Oh, ja. Oh, ja. Leute, man kann es aufklappen. Das ist tatsächlich eine Figur. Ich weiß es nicht. Ich habe komplett vergessen, dass da eine Figur dabei ist. Oh, riecht die Fabrik frisch. Hui, ui, 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 ui. Okay. Gut. Sehr schön. Der Ring wurde geschmettert. Wir wissen ja noch nicht mal, ob der Ring tatsächlich ein Ring ist. Das kann ja auch nur so heißen. So, ich mache das hier mal kurz zu, damit ich hier Platz habe. Moment. Moment, 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 Moment. Ich stelle das einfach gekonnt hier oben drauf. Okay, das, das, äh... Trocknungs... Die Trocknungskugeln werfe ich jetzt nicht in die Küche. Falls der Midi findet. Okay. Ist das hier irgendwie verklebt, wie letzte Woche? Nein. Ich glaube, mir fällt hier gerade ein Schwert entgegen. Ich lege es mal hin. Moment. Okay. Ja, gut. Da ist noch ein Schwert. Das, äh... Gebe ich hier gleich. Ich weiß nur noch nicht wie. So. Was sieht denn hier nach Schwerthand aus? Du wahrscheinlich. Ähnlich. Äh... Moment. Wo gehört das reingestöpselt? Die Tante mit dem Metallarm. Die Tante mit dem Metallarm, ja. Der übrigens unbeweglich ist. Ich bin gar nicht mehr sicher. Es gibt so viele Namen mit M in dem Spiel. Das könnte jetzt Mareika, das könnte Marike, das könnte Marina, das könnte alles sein. Ah. Obwohl. Doch. Nein. Ja. Vielleicht. Oh, warte. Oh. Ja, gut. So gehört das. Links. Immer links ist das Schwert. Nicht, nicht immer. Nicht überall. Äh, ja. Steht dein Name vielleicht unten drauf? Elden Ring. Not intended for children. Bla, bla, bla. Oh, hergestellt von Pure Arts, wie es ausschaut. Aber tatsächlich sehr, sehr geile Figur. Sehr, sehr geile Figur. Bisschen umständlich hier damit. Sie greift übrigens hier auch in die Klinge vom Schwert. Ähm, aber scheint sie nicht sonderlich zu jucken. Aber anders hält's glaube ich nicht. Ich dreh dich einfach mal ganz fies am Kopf, ne? Das ist spinnbar so gemein. Hinten der Druck auf den Cape ist auch sehr schön. Ja, Schwert hängt fest. Und die ist auch gar nicht mal so klein, die Figur. Die ist ungefähr so groß wie der Bebenzahn letzte Woche. Nur halt nicht so massiv in, im Volumen. Aber sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. So ein bisschen Sephiroth-Vibes, ne? Mit diesem Riesenschwert. Ich fühle mich so ein ganz kleines bisschen an Final Fantasy 7 erinnert. Okay. Ja, geil. Sehr, sehr cool. Oh, sie hat übrigens Füße. Äh, nein, Schuhe. Wo die Zehen frei sind. Wenn ich das richtig sehe. Also entweder sind die Zehen frei, oder es sind so Zehenschuhe. Warte mal, das kann ich euch wahrscheinlich hier besser zeigen. Äh. Moment. Das sieht man hier wahrscheinlich besser. Wenn man's sieht. Ja, doch, sieht man. Ach so, ja. So sieht ihr sie übrigens nochmal in bessere Auflösung. Ist schon... Sehr, sehr cool gemacht, die Figur. Sehr, sehr cool gemacht. Ich hätte jetzt gern so ein kleines Ding, wo ich sie draufstelle, wo ich sie einfach nur rotieren lassen kann. Kennt ihr das aus Autoshowräumen oder so? Wo man Auto draufstellt und das einfach sich ewig lang dreht und so. Das wär super. Ja, sehr, sehr cool. Die hat Sandalen an. Nee, die Sandalen haben schon auch Knöchel und Dings, ne? Also... Warte. Sieht man das hier so? Ja, siehst du? Die Sandalen gehen auch schon noch ein Stückchen weiter hoch. Das sind feste Schuhe. Bis auf die Zehen. Ja, interessant. Aber geil. Voll gut. Hab ich nicht damit gerechnet. Ich hab tatsächlich... Ich war der Meinung, da ist keine Figur drin. Und nur der Helm. So. Stell ich die mal wieder hier hin. Ähm... Machen wir das hier mal so. Jetzt... Hab ich ein Problem. Ein logistisches. Ähm... Jetzt muss ich nämlich... Erstens das hier wieder einpacken. Jetzt hab ich den scheiß Karton da reingeworfen, ne? Den kleinen. Das war nicht so schlau von mir. Moment. Entschuldigung. Es tut mir leid. Für jedes Störgeräusch, das hier übers Mikro kommt. Ich brauchte eigentlich einen extra Tisch zum Unboxen oder so. Mit einer Kamera und einem Mikro, das nicht so direkt nah dran ist. Das würde vieles, vieles einfacher machen. Ähm... Hier drauf. So. Dann können wir nämlich... Das hier... Wieder hier reinschieben. Hi, Liedem. Hallöchen. So. Ja. Sofern ich's treffe. Da unten ist nämlich noch so ein kleiner Karton drin. Ja... Ah, jetzt. Okay. So, dann können wir das hier nämlich da reinschieben. Das hier... Wieder hier drauf schieben. Das Buch... Oder das... Das... Das Gedöns... Wieder hier drauflegen. Äh... Die Figur bleibt natürlich draußen. Hier wieder zumachen. Wir machen jetzt ein... Nicht ein Unboxing. Wir machen einfach nur ein Boxing. Zum Unboxen wäre ein Sansack dafür nicht besser. Ja... Jein. Kommt drauf an. Okay. So. Moment. Ich muss mal ganz kurz hier logistisch umordnen. Und erst mal Zeug hier aus dem Weg schieben. Hättest du dir diese Version mit der Figur gekauft, wärst du ja schon Tilti gewesen, bevor du das Spiel überhaupt gestartet hast. Was? Warum? Warte mal. Wir sind noch nicht fertig. Das war Teil 1 von dem Ganzen. Teil 2 kommt jetzt. Und... Achtung. Ja, ne? Die Box ist noch ein bisschen größer. Die Horizon Box letzte Woche war vielleicht bis... Scheiße, sieht man das? Ja, so bis hier oder so. Wenn überhaupt. Ich dreh sie mal so rum. Dann seh ich von euch vielleicht noch was. Moment. Ich muss den Chat wieder verschieben. Wo seid ihr denn? Hier. Ja. Ja. Noch mehr Kartons. Ja. What the hell? Ja. Deswegen Premium Collector's Edition. Ich musste sie kaufen. Und ständig verschiebe ich euch. Ja, ich will euch ja im Auge behalten. Ne? Ich will euch ja im Auge behalten. Und hier ist das eigentliche Goodie drin. Das, warum diese Kollektion, glaube ich, 50 Euro teurer war. So. Ich öffne mal hier auf der anderen Seite. Die Lasche. Und dann müsste rein theoretisch das hier aufgehen. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ähm. Ich habe hier zu wenig Platz. Ich habe viel zu wenig Platz. Okay. Moment. So. Jetzt wird es aber spannend. ein Echtheitszertifikat. Ein Echtheitszertifikat. 1480 von 6000. Und im Hintergrund eine Anleitung, wie man den Helm zusammenbaut. Und man braucht einen Schraubenzieher dafür. Aber den habe ich glücklicherweise. Aber den habe ich glücklicherweise. Das ist nicht das Problem. Erste Weltproblem von Unboxing. Ja, echt jetzt. Das ist, äh... Das ist korrekt. Das ist echt ein First-World-Problem. So, Moment. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier machen soll. Ich glaube, ich stelle mich dafür tatsächlich mal hin. Ich schiebe mal kurz meinen Stuhl hier aus dem Weg. So, jetzt bin ich zwar abgeschnitten im Overlay. Aber das ist mir jetzt auch egal. Das macht das Ganze hier nämlich deutlich bequemer. Äh. Oh. Okay, das Ganze ist bisher... Styropor. Viel Styropor. Sehr, sehr viel Styropor. Kann man damit Fahrrad fahren? Unsicher. Ich würde jetzt mal eher nicht drauf wetten. Ach so, warte mal. Den Karton sollte ich noch offen lassen. An sich. Nur kurz unter den Tisch stellen. Styropor-Hype. Ja, ne? So. Okay, cool. Das heißt, jetzt müssen wir das Ding hier aufmachen. Wo ist mein schönes Messerchen? Hier. Ich will nicht ins Styropor schneiden, wenn ich ehrlich bin. Das ist immer so eine Mega-Sauerei dann. Okay. So. Moment. Ja, fast. Hier noch ein bisschen. So. Bitte nicht quietschen. Das tut mir leid. Wir sind bei dem Teil angelangt, wo ich nur noch das Klebeband abziehen muss. So. Das ist übrigens ziemlich satisfying. Was, selbst das Styropor ist gebrandet? Oh, wow. Scheiße. Dann kann ich es nicht mal wegwerfen. Dann bleibt das Styropor wohl in dem Karton. So. Okay. So. Das waren jetzt... Ich weiß nicht, wie viele Kilometer Klebeband. Ab jetzt wird es spannend. Spannend. Relativ. Erstmal das Trockengel-Zeug weg. Oh. Oh. Okay. Okay. Ja. Man könnte ihn aufsetzen. Wenn man denn wollte. Scheiße. Ich glaube, ich kriege den nicht mal ganz hier drauf, ne? Sogar das Papier ist gebrandet. Da... Ist es? Nein. Ich glaube, nein. Aber hier oben, das Styropor... Das ist auf jeden Fall... Ähm... Moment. Helmständer. Okay. Sehr schön. Das hier ist auf jeden Fall, wenn man sich das mal so anschaut, das hat die perfekte Kopfform für den Helm. Gleich weiter verkaufen für 100 Euro. Ja, nee. So einer bin ich nicht. Ich bin einer von den Guten. Ich kaufe das. Mach euch neidisch. Aber wir halten es wenigstens. Okay. Ist der Helm aus Plastik? Das, äh... Ja. Plastik ist es ja. Ein Flügelchen? Ich suche noch den zweiten Flügel. Moment. Oh. Tiefer da drin. Aber ja, der Helm ist aus Plastik. Also der macht jetzt... Ja. Ja. Nee, nee. Das ist Plastik. Aber relativ hart ist Plastik. Das muss man dazu sagen. Immerhin das. Okay, cool. Ja. Äh. Ich kann mich gleich wieder hinsetzen, glaube ich. Ich muss nur kurz hier wieder... Kartons zusammenbauen. Sieht cool aus. Sieht mega cool aus. So. Ich glaube so rum. Nee. So rum. Selbst der Karton ist ein Puzzle. Holy shit. So. Moment. Ich will das gleich wieder halbwegs ordentlich verpacken. Das heißt... Dass ich das Styropor jetzt wieder... In die Box packe. Die muss nämlich auch noch eine Weile als... Äh... Ja. Ständer für das Ganze hier herhalten. Sag ich mal. Achtung. Okay. Gut. Sehr schön. Das hat funktioniert. So. Okay. Wohin jetzt mit der Box? Hilfe. Hilfe. Ich glaube, man merkt, dass ich massiv überfordert bin. So. Oh, die kann man hier runterstellen. Okay. Tschüss. So. Gut. Endlich wieder sitzen. Okay. Ja. Also das ist der Helm. Ist nicht so, wieso Karneval passt ja dann. Ja. Weiß ich nicht, ob ich den jetzt unbedingt als Karneval-Gimmick tragen wollen würde. Dafür war er, glaube ich, etwas zu teuer. So. Kurze Anleitung. Die Flügel. Die gehören nicht so rum hin. Sondern so rum vermutlich. Ja. Das heißt, wir haben hier erstmal Stöpsel, die weg müssen. Okay. Ah, verstehe. Verstehe. So läuft das. Okay. Ja, ich muss das tatsächlich jetzt zusammenschrauben. Das könnte noch spannend werden. Äh, da sind die Schrauben. Okay. Stell mal das Ding kurz hier hin. Drehe dich mal so hin. Wenn erstmal alle besoffen sind, bin ich der Held mit dem Ding. Ja, wahrscheinlich. Aber muss trotzdem nicht, ne? So, ist das hier das richtige Bit? Ja, fühlt sich gut an. Okay. Äh, so. Welches? Welcher Flügel muss da hin? Der hier. Ich gebe zu, ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass ich heute noch irgendwas schrauben muss. Aber, okay. Was tut man nicht alles? Hältst du schon? Ja, so mehr schlecht als recht. Okay, jetzt kommt ein bisschen Widerstand hier rein. So. Ja, noch ein bisschen. Ich glaube, ich war noch nie so vorsichtig mit Schrauben, dass ich die nicht überdrehe, ne? Noch ein bisschen. Ja. Okay, ja. Das ist fest genug. Wunderbar. Und dann haben wir hier noch zwei so Nüpsis, die wir runter machen müssen. So. Jetzt wird es schwieriger, weil ich den hier nicht mehr so leicht auf die Seite legen kann. Äh, so rum. Ach so, warte mal. Ich sollte den so rumdrehen. Ich bin Rechtshänder. Ich muss so rumschrauben. Oh Gott, ich bin echt leicht überfordert von dem Ding. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, so rum, ne? Ja, genau. Wo sind die Löcher zum Schrauben? Hier und da. Ja. Festhalten wäre ganz cool. Habe ich mir sagen lassen. Ist so ein Heimwerker-Profi-Tipp, habe ich gehört. Ähm. Wenn ihr das hier so seht, glaubt ihr mir, dass ich schon mal Möbel gebaut habe. Also nicht nur Ikea-Möbel aufgebaut, sondern richtig komplett selbst gebaut. Weil ich glaube es mir gerade selbst nicht. Ähm. Das ist gar nicht so leicht, das hier so festzuhalten, dass es hält. Und gleichzeitig innen drin zu schrauben, ne? Moment. Loch. Loch. Kann ich dich da ein bisschen festdrücken? Ich brauche halt nur irgendwie einen Winkel, dass ich es festhalten kann, damit ich einmal dran schrauben kann. Jetzt. Ikea ja, sonst nein. Ne, tatsächlich schon komplette Möbel selbst gebaut. Also inklusive Design und allem. Wie gesagt, ich glaube es mir jetzt gerade in diesem Moment selbst nicht. Aber glaubt mir, die waren einfacher als dieser Helm. Obwohl sie viel, viel komplizierter waren. Und Blacky, danke schön für, oh mein Gott, 36 Monate. Ich Nerd. Was? Warum bin ich jetzt ein Nerd? Was heißt denn das? Ne. Okay. Gut. Ja, die Flügel sind fest. Ja, Leute. Das ist der Helm. Krasser Shit. Holy. Der ist mega. Der ist richtig, richtig gut. Das Schlimmste ist, ich habe immer noch keinen Platz dafür. Ich habe jetzt temporär Platz geschaffen für das Ganze. Aber ich weiß noch nicht so wirklich, wo dauerhaft hin damit. Das ist gerade ein Problem. Aufsetzen. Zu klein, oder? Oh ne. Oh. Passt. Ja. Ach so, warte. Ist schief. Stoße ich da hinten am Greenscreen an? Nein. Ja gut, ne. Kann man machen. Ich mache mal diesen hier. Dann sieht man es noch ein bisschen besser. Sehr, sehr geiles Ding. Sehr, sehr geiles Ding. Holy shit. Ah, wow. Mhm. Cool. Einer von 6000 auf diesem Planeten. Aber das war es mir wert. So, und jetzt kann ich das nämlich hier draufsetzen. Weil glücklicherweise haben sie an so einen Helmständer gedacht. Das will ich sehr, sehr, sehr zuvorkommend. Holy shit. Ist das Ding geil. Das ist mega. Das ist echt richtig gut. Genial. Absolut genial. Oh mein Gott. Ich freue mich so auf das Spiel, ne? Was hatte ich da in dem Netzwerktest war? Ist da noch mehr drin? Ne, okay. Das ist nur das Blatt Papier mit dem Echtheitszertifikat. Läuft. Ähm. Oh, warte mal. Dieses Dokument zertifiziert, dass dieser Helm eine akkurate 1 zu 1 skalierte Reproduktion dessen der roten Königin in Elden Ring ist. Okay. Er hat Ständer gesagt. Oh mein Gott. Ja, ich habe Ständer gesagt. Oh mein Gott. Ich sage nochmal Ständer. Ständer, 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 Ständer. Das da ist ein Ständer. Hier, das Ding hier drunter. Die Red Queen. Ja, ich hatte jetzt auch gerade leichte, ähm, ja. Resident Evil Vibes. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine andere. Holy shit, ist das Ding groß. Ja, gut. Das heißt, ich brauche ein neues Regal hier in der Wohnung, weil ich sonst nicht weiß, wo ich es unterbringe. aber das war's. Das ist es wert. Absolut. Mega Teil. Richtig, richtig gut. Ich glaube, wenn das hier Metall wäre, weil vorher ja die Frage war, was, äh, ist, ist das, äh, Plastik, ähm, ich glaube, wenn das hier Metall wäre, dann müsste dieses Ding hier deutlich massiver sein. Weil das, das Ding wiegt jetzt schon. Also das, das gesamte Paket insgesamt war bei über sieben Kilo. Und ein Großteil davon ist dieser Helm. Ähm, leicht ist der jetzt auch nicht unbedingt. So, ich glaube, so, so, so ist besseres Gleichgewicht hier, wie es ausschaut. Ja. Gut. Ja, sehr schön. Holy shit, ist das Ding massiv. Geil. Okay. Ich stelle mir morgen einen Wecker. Ich, ich will morgen nicht, nicht ausschlafen. Ich werde heute Nacht ins Bett gehen, mir einen Wecker stellen nach sechs Stunden und dann morgen endlich loszocken. Maßstab 1 zu 1? Äh, Maßstab 1 zu 1, ja. Das hier sind nur 24 Zöller. Nee, gar nicht mal. Das sind, äh, 22 Zöller. Oder? Nee, 24er. Doch, 24er Cent. Meine Monitore sind nicht so wahnsinnig groß. Aus Gründen. Viel Erfolg dabei vom Elden Ring Träumen. Ja, ich hatte überlegt, ob ich noch nach dem Stream anfange, aber dann ist es mitten in der Nacht und das ist dann auch nicht unbedingt das. Außer ich mache heute den Stream sehr, sehr kurz. Da habe ich aber irgendwie auch keinen Bock drauf. Das muss dann auch nicht sein, dass ich jetzt dann das, äh, wenn ich schon nur einmal in der Woche streame, dann soll wenigstens der Stream ein bisschen, ein bisschen, äh, Länge haben, sage ich jetzt mal. Auf deinem Monitor sehen die Helme viel kleiner aus. Nee, der ist, äh, ach so, ja gut. Nee, nee. Der ist schon gut groß. Also ich habe einen großen Kopf und ich kriege den über meinen, also, ne, du hast es ja gesehen, glaube ich, ähm, ich kann den bequem aufziehen. Das, äh, ja, wie gesagt, ich habe tatsächlich einen großen Kopf, von dem her, der ist schon nicht klein. Stell dir einen großen Fahrradhelm vor, so von der Grundform her, ohne die Flügel jetzt. Okay, cool. Sehr, 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 sehr geiles Ding. Ähm, ja, ich muss jetzt kurz aufräumen, ähm, damit ich hier wieder Platz habe. Euch schicke ich ganz kurz in die Pause, ne? Spiel Tetris und danach spielen wir, äh, ein, zwei, drei Demos vom Steam Next Fest. Wir fangen an mit Farewell North. Ähm, sehr, sehr cooles, kleines Spiel. Wir spielen einen Border Collie. Ähm, das ist eigentlich die wichtige Info. Wir spielen einen Border Collie. Ach so, du meinst, was, im Spiel sind die Leute viel kleiner, da passt der Helm über mehrere Gegner. Och, ja gut, okay. Boah. Ich spiele das Ganze auf einem großen Fernseher. Von dem her. Da kann schon mal passieren, dass vielleicht nur noch ein Gegner reinpasst. Mal gucken. Mal schauen. Genau. Ähm, aber euch schicke ich jetzt ganz kurz in die Pause. Ich muss hier kurz aufräumen. Ähm, und, äh, das Ganze da verstauen, wo ich so aktuell verstauen will. Spiel Tetris, ne, Teamarbeit, Chaka, und wir sehen uns dann gleich, ne. Äh, Moment, jetzt muss ich hier kurz umschalten, weil ich nicht zum, zum Dingens komme. Ähm, zum Stream Deck. Das ist hinter dem Helm. Goodie, ne. Bis gleich. Und, äh, dann geht's los mit Demos. So. Und wie gesagt, Teamwork bei Tetris. Denk dran. Das ist eigentlich das Wichtigste. Teamwork. Teamwork. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, das finde ich als Erklärung tatsächlich schon mal ziemlich cool von der Spielmechanik. Positive Erfahrungen oder Gefühle oder Erinnerungen lassen die Farbe wieder, äh, ja, bringen wieder Farbe in die Welt. Ein Spiel von Kyle Banks. Oh, da. Okay, wir sind der Hund. Ja, wir sind der Doggo, der kleine Border Collie. Unser Frauchen bereitet das Kanu vor für unseren Trip auf diesen Inseln oder an diesem See oder was auch immer. Und wir gucken mal, ne, wir sollen uns erstmal umschauen, gleich mal die Steuerung ausprobieren. Oh. Oh, ist das da Steuerung? Mehr oder weniger. Okay, das ist ein Wegweiser. Alles klar. Falls es zu laut ist, mir kommt es nämlich gerade sehr, sehr laut vor. Sag Bescheid. Ich glaube, die Musik kann ich noch eine Lautstärke runterdrehen. Gucken wir mal. Und hier geht es wieder gut. Warst du sehr lang krank? Oh nein. Jetzt auf dem Weg der Besserung. Sehr schön. Sehr schön. Dann hoffe ich, dass es, äh, dass es auch weiter so bleibt. Und du hast, mir geht es gut. Und ja, abgesehen von Schlafproblemen aktuell ist, äh, ist tatsächlich alles in Ordnung. Ah, okay. Ja, wir kriegen gerade die Steuerung erklärt. X ist... Oder war Hüpfen. Gerade in diesem einen Moment. Dir gefällt es jetzt schon richtig gut. Es ist ein sehr, sehr, sehr entspanntes Spiel, glaube ich. So, was ist... Okay. Ah, so laufen wir. Alles klar. Mit dem Trigger. Das ist ungewöhnlich. Warte mal, sind wir jetzt gehüpft? Automatisch? Oder? Oh. Uns ist ein Felsabhanden gekommen. Moment. Kann ich auch anderweitig hüpfen? Oder sind wir da jetzt gerade automatisch hoch? Nee, da muss ich tatsächlich X drücken. Alles klar. Gut, wir brauchen diesen Felsen hier. Das ist jetzt, meine ich, eines der Rätsel hier schon. Jetzt, es gibt so ein paar, ähm, Perspektiven-Rätsel, die es hier zu lösen gilt, wo man aus bestimmten Richtungen gucken muss. Ich kann aber auch einfach jetzt mal diesen hier machen. Okay, gut, wir sind Border Collie. Wir können natürlich schwimmen. Jeder Hund kann schwimmen. Meistens wissen sie es nur nicht mehr. Und man muss es ihnen erst wieder beibringen. Was ist das hier? Was kann ich damit machen? Nichts. Haben wir hier noch einen Hinweis? Nee, gerade nicht. Okay. Okay. Dann schauen wir uns mal weiter um. Wir werden hier hingeleitet. Okay, die Kamerasteuerung finde ich tatsächlich gut. Also du kannst sie frei steuern, aber sie geht dann halt auch dahin zurück, wohin du läufst. Und das ist sehr, sehr smooth. Das ist nicht in allen Spielen so. Okay, da kommen wir glaube ich nicht hoch. Wir sollen aber, wie es ausschaut, zu diesem Leuchtturm. Kann ich eigentlich bellen? Ich weiß nicht, ob ich noch andere Sachen machen kann. Außer rumlaufen gerade. Ich bin da noch nicht sicher. Okay, aber wir müssen hier hin. Dann schwimmen wir mal kurz. Schön zu hören. Ich glaube, jeder hat ab und zu Schlafprobleme. Du drückst die Daumen, dass es bald wieder wird. Ja, ich hoffe, dieses Wochenende hat als Reset dann auch gereicht. Oh, schön. Okay. Okay. Noch sind wir glaube ich mitten im Tutorial, ne? Also, was anderes macht jetzt noch nicht wirklich Sinn. Okay, da kann ich hochhüpfen. Ich kann nicht einfach so hüpfen. Das geht nur vor Hindernissen, wie es ausschaut. Dafür sind wir relativ schnell im Sprinten. Oh, was ist das hier? Oh. Das wurde gerade freigeschaltet für uns. Wir können hier einen Farbimpuls aussenden. Und das hier ist ein Schmetterling. Was macht der Schmetterling? Ah, guck mal. Oh ja, die Musik muss echt ein bisschen kleiner. Äh, ein bisschen leiser. Die muss tatsächlich ein bisschen leiser. Oh, ich mag den schottischen Dialekt jetzt schon. Und wir heißen offensichtlich Chesley. Und ich muss ganz, ganz kurz. Äh, Audio, Musik kann ein bisschen leiser. Ach so, Änderung übernehmen. Ja, doch, das ist angenehmer. Okay. Gut. Wir haben jetzt hier mit einem Schmetterling schon mal ein bisschen Farbe freigeschalten. Aber die wabert noch sehr. Das ist jetzt noch nicht so dauerhaft, wie man sich das vielleicht wünscht. Du bist auch froh, nach fast zehn Wochen spital, wieder in deinem eigenen Bett zu schlafen. Oh, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Das klingt ja richtig heftig. Also, du musst es nicht verraten, aber darf man fragen, was es war? Das ist ja, oh, die Shit, ey. Zehn Wochen lang? Ist nicht ohne. Oh. War das? Ja, gut, das war jetzt schade. Das war auch für den Border Collie etwas zu hoch. Etwas zu fies. Ähm, wo ging es denn hier runter? Äh, hallo? Wo müssen wir überhaupt hin? Da ist unser Auto. Okay, cool. Moment. Moment. Wo sind wir hergekommen? Kann ich nicht einfach den gleichen Weg zurücklaufen? Ging es hier zurück? Heißfahrt. Ah, hier. Oh, warte mal. Oh, wir färben noch mehr um. Moment. Warum färben wir noch mehr um? Ne, das wandert mit uns. Okay. Ich spiege hier erstmal Ingame selbst. Moritz, sollte ich dir das zu denken geben? Ne. Ich wollte eigentlich nur zurück zu Frauchen. Das hat halt gerade in dem Moment nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Eine Blume. Chesley. Bei Okami auch. Das habe ich nie gespielt, tatsächlich. Gut möglich. Also, warte. Das war hier. Genau. So, jetzt haben wir Blümchen. Jetzt kann ich Blümchen mitnehmen. Und was mache ich jetzt mit Blümchen? Ich bring das mal hier hin. Oh. Okay. Oh. Oh. Blümchen ist weg. Aber Tür... Aber Weg ist offen. Sehr gut. Den Wawo hat der Praktikant vertont. Für den Schreier hat die Sekretärin tiefgetreten. Hat sich zumindest so angehört. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist... Ich vermute mal... Ich bin da jetzt gar nicht sicher. Aber ich würde davon ausgehen, dass die Töne oder die Vertonung von Dings kommen. Tatsächlich vom Hund des Entwicklers. Ah. Okay. Hüpf. So, bevor das Blümchen weg ist, bitte hier rüber. Dankeschön. Jetzt haben wir den Stein hier wieder hergestellt. Oh, coole Sache. Traurige Story. Du hast nach meinem letzten Stream Teilpum eingekauft und hast festgestellt, das läuft auf Windows 11 nicht. Oh nein. Auch nicht im Kompatibilitätsmodus für Windows 10. Vielleicht würde das noch helfen. Also, würde mir so spontan einfallen. Oh nee. Das ist ja doof. Wundert mich tatsächlich. Weil normalerweise sollte nichts auf Windows 11 nicht laufen. So prinzipiell. Ist ja auch nur Windows 10. Mit neuer UI. Du hast eine Wundrose an beiden Weinen gehabt. Rotlauf auch im Volksmund genannt. Okay, sagt mir beides tatsächlich nichts. Klingt aber fies. Klingt fies. So. Okay, was mache ich jetzt? Warte. Oh, wir bellen. Okay. Ähm. Frauchen? Ah. Ah. Okay. Wir können unsere Frauchen anbellen. Das ist gut. Ach so. Und. Ah. Verstehe. Das einsteigen wurde. Oh, das ist aber schön gemacht an sich. Die Dess haben schon gemeint, sie kennen das Problem. Irgendwann in den nächsten Monaten kommt da mal ein Patch. Ah. Okay. Ja gut. Aber na immerhin. Dann ist es ja bekannt. So. Okay. Das Kanu fahren. Ich weiß, dass das relativ lang gedauert hat zu entwickeln. Und ich weiß, dass es hier so einen bestimmten Rhythmus gibt. Den man nutzen kann. Und ich bin gerade so doof, diesen Rhythmus zu treffen. Okay, warte mal. Können wir auch lenken? Ach so, ja. Wir können lenken, indem wir... Wie bei einem echten Kanu das machen. Ist es Absicht, dass die weiß wird? Ja. Ja. Ist es. So. Ich versuche gerade hier beim Kanu fahren Farbe zu erzeugen. Also die Story ist, wir müssen die Farbe quasi zurückbringen in die Welt. Sagen wir es mal so. Unserem Frauchen geht es nicht so gut. Und ich glaube, das ist hier so ein Flucht-Trip. Mehr oder weniger. Und ähm... Zwischenzeitlich hat es die Farbe gehabt. Ja, richtig. Zwischenzeitlich ja. Ne, jetzt gerade hat es die Farbe, weil ich den richtigen Takt beim Kanu entdeckt habe. Das sollte nicht so schwierig sein. Ich bin zu doof, Kanu zu fahren. Moment. Jetzt. Ja, fast. Ab und zu kommt da so ein Kreis um die Dings rum. Um die Paddel. Und dann muss ich drücken. Jetzt zum Beispiel. Ja, okay. Das sieht gut aus. Okay. Keine Ahnung, wo wir hindüsen. Aber jetzt wird es zum Beispiel farbig, weil Kanu fahren ist für sie halt ein positives Ding. Ja, über positive Erinnerungen, Assoziationen, Gefühle etc. stellen wir hier die Farbe wieder her. Und ich bin halt echt zu doof, Kanu zu fahren. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich bin noch nicht sicher. Ich schaue mich mal um. Ich glaube nämlich, dass wir hier falsch sind. Ziemlich falsch. Aufs offene Meer will ich nicht. Also nicht, dass ich wüsste, dass ich da hin will. Ich suche eigentlich eine Insel oder so. Hat dieser große weiße Strich da im Hintergrund was damit zu tun, wo wir hin müssen? Okay, wartet mal. Wir düsen noch mal zurück und dann schauen wir mal. Oh, jetzt. So. Ich versuche mich gerade echt hier aufs Kanu fahren zu konzentrieren. Dass das gut funktioniert. Ich mache das übrigens abwechselnd mit den Triggern vom Control. Es ist gar nicht so einfach. Hier den Rhythmus zu finden. Der gut funktioniert. Und vor allem gleichzeitig noch zu lenken. Und jetzt suche ich eine Stelle, wo ich anlegen kann. Ähm. Da drüben sieht doch gut aus, oder? Gehen wir mal da hin. Ich habe keine Ahnung, ob wir richtig sind. Ob die Demo uns hier haben will. Wir werden es gleich rausfinden. Seine Weine waren ums Doppeln angeschwollen. Mit offenen Stellen, die sehr schlecht zuheilen. Hm. Okay. Ja, verstehe. Okay. Gut. Jetzt sind wir hier... ...an einem Strand angekommen. Ich bin aber nicht sicher, ob wir hier richtig sind. Kann ich hier was tun? Warte. Nö. Gut. Gut. Ich kann hier nichts tun aktuell. Aussteigen ist nicht, wie es ausschaut. Kann es natürlich an der Demo liegen. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwo anders hin. Vielleicht sollte ich doch mal diesen großen Lichtern da folgen. Vielleicht sind das doch Hinweise, wo ich hin soll. Vielleicht sollte man ab und zu einfach mal aufs Spiel hören. Klingt komisch. Aber ist so. Oh, warte mal. Da ist unser Auto. Ja, super. Wir sind wieder zurück. Ja, Leute. Sorry. Demo vorbei. Wir haben unser Auto wieder gefunden. Das war's. Nein, hier bin ich dann definitiv nicht richtig. So, warte, 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 warte. Äh, Bonk. Okay. Es geht nur da raus, ne? Das ist der einzige Weg, den wir gerade haben. Okay, ich muss unseren Marker wiederfinden, glaube ich. Ja, ich muss unseren Marker wiederfinden. Den habe ich vorhin irgendwann einfach verloren. Weil ich so aufs... ...paddeln konzentriert war. ...dass das einfach verschwunden ist. Oder in meinem Kopf nicht mehr wichtig war. So. Kurve. 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 Wir sind zu schnell. Oh nein. Oh nein. Oh, 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 oh. Oh. Ja, gut. Kannst du einen Kompatibilitätsmodus für Vista 7 und 8 machen. Das bringt auch alles nix. Äh, schade. Ja, da musst du ja aufs Update warten. Aber hey. Ne? Wenn die Entwickler das schon wissen. Dann ist es ja nur eine Frage der Zeit. Gerade wenn sie schon angekündigt haben. Ist wahrscheinlich gar nicht so einfach nachzustellen. Würde ich jetzt mal vermuten. So. Wir suchen trotz allem eine Anlegestelle. Anlegestelle. Ich glaube, hier war irgendwo der letzte Hinweis mit, äh, wir könnten doch mal da lang paddeln. Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Immer noch nicht. Hier, glaube ich, kam der Dialog mit offenes Meer. Okay. Geht's da rechts weiter? Ne, oder? Ich gehe mal davon aus, dass da jetzt auch nur Berge sind. So. Ja. Da sind auch nur Berge. Okay. Vielleicht müssen wir doch einfach weiter. So. Orientierung. Orientierung. Ich streite erneut ab, dass ich im echten Leben auch so orientierungslos bin. Das bin ich nämlich nicht. Das ist nur in Spielen so. Und ich weiß nicht, warum. Okay. Zumindest klappt inzwischen das Paddeln ganz gut. Aber wir fahren hier auf eine, auf einen Berg zu. Oh, da hinten. Oh Gott. Okay, gefunden. Da müssen wir raus. Alles klar. Ich glaube, wir müssen tatsächlich raus aus diesem Loch. Also, Loch im Sinne von, äh, schottischer See. Ich weiß gar nicht genau, wofür das Loch steht. Ich weiß nur, dass die das gerne nutzen für ihre Seen. Hinaus aufs offene Meer. Ja. Oh, das sieht vielversprechend aus. So. Auf zum Licht. Auf zum Licht. Das scheint eine Anlegestelle zu sein. Hoppala. Paddeln verkackt. So. Ja, da ist auch unser Wegmarker. Das uns führende Licht. Okay. Ha. Sehr schön. Wir, wir haben eine Insel gefunden. Hahaha. Aber wer rechnet auch mit einem Loch im Felsen? Oh mein Gott, hey. Okay. Cool, cool. Dann schauen wir uns mal um. Dann gucken wir mal, was wir hier so tun können. Erstmal durch die Gegend flitzen. Warte mal. Kann ich dich nicht zum Streicheln auffordern? Was kannst du sehen? Nix. Aber, hallo? Streicheln? Bestes Feature im ganzen Spiel. Man kann einfordern, gestreichelt zu werden. Bestes Feature ever. Okay. Wir haben hier... Achso. Da bellen. Ja, warte. Klar kann ich dich durchlassen. So, Hausfriedensbruch läuft. Wobei, das ist eher Höhlenfriedensbruch, aber egal. Hauptsache, wir kriegen irgendwelche positiven Assoziationen hier hin. Kann ich die Pilze farbig machen? Nee. Die machen nicht sonderlich viel. Haben wir hier sonst was, was ich schon mal farbig markieren kann? Nee. Okay. Dann kurz Frauchen hinterher. Oh, das... Das ist ein Rätsel. Ja, warte. Warte, Frauchen. Das, äh... Überlass das mal deinem schlauen Hund. Der keine Ahnung hat, wo er hinläuft. Aber der weiß, wie das Rätsel funktioniert. So nämlich. Oder? Ja, doch. Eigentlich. Es müsste dieser Blickwinkel sein. Muss ich noch was drücken? Ah, okay. Hey, Jess, komm mal. Ich glaube, ich habe einen Weg raus gefunden. Das ist, finde ich tatsächlich eine sehr, sehr coole Rätselmechanik. Ist jetzt nicht unbedingt einzigartig. Kennt man auch aus anderen Spielen inzwischen. Aber durch bestimmte Sichtwinkel, Blickpunkte, kann man schon hier dann auch so kleinere Rätsel lösen. Da gibt es ein paar von im Spiel. Im fertigen Spiel. Ich weiß nicht, wie viele in der Demo drin sind. Als Loch werden in Schottland stehende Gewässer und manche schmalen Meeresbuchten bezeichnet. Ah, okay. Ja, okay. Also quasi Seen, ja. Also, ja doch, das ist das... Also Seen definitiv. Und Fjorde. Möglicherweise. Weiß nicht, ob man den Fjord so bezeichnen würde. Aber okay. Ja, dann war ja meine Vermutung gar nicht mal so falsch. Finde ich gut. Was, wenn ich Pilze esse, glaube ich bestimmt, dass es farbig ist. Ja, kommt auf die Art der Pilze an, ne? Kommt sehr auf die Art der Pilze an. Okay. Frauchen, komm mal her. Das ist übrigens tatsächlich ein ganz klassischer Fall von Hund geht mit Menschen spazieren. Nicht andersrum. Okay. Wie gesagt, Frauchen ist gerade nicht so wahnsinnig, ne? So wahnsinnig glücklich mit dem Leben. Und wir ändern das. Wir ändern das. Wir machen Frauchen wieder happy. Und zwar nicht nur dadurch, dass wir gestreichelt werden, sondern überhaupt. Okay. Ein Tor. Und eine Hand. Okay, Hände sind fies. Was macht die Hand? Kann ich relativ wenig mitmachen, aber ich kann es mal anbellen. Moment. Uff. Gut, dass ich das auch schon gesehen habe. Okay, Blümchen. So. Warte. Blümchen, Blümchen, Blümchen. Wir bringen das Blümchen zur Hand. Und damit ist die Hand weg. Und Bella ist da. Hallöchen, Bella. Hi, hi. Dankeschön für den Raid. Was gab es bei euch? Hallöchen, Hallöchen. Und willkommen beim verpassten Elden Ring Unboxing. Und bei Farewell North aktuell. Also, oder besser gesagt zur Demo davon. Leider noch nicht das ganze Spiel. Das dauert noch ein bisschen. Ich kann das einfach ohne dich machen. Ich bin nicht sicher, was Frauchen gerade in der Hand hatte. Es sah ein kleines bisschen wie eine Urne aus. Na ja. Gut. Dann ist das jetzt so. Warte mal. Kann ich Frauchen eigentlich eine Blume bringen? Wo ist denn die? Die wollte ich ursprünglich Goffig spielen. Äh, das hat dann nicht geklappt. Dann hast du auf Windbauend umgeschwenkt. Kenn ich das? Bin ich gar nicht sicher. Oh nee, die Blume kann ich nicht hierher bringen. So. Das sieht tatsächlich aus wie eine Urne. Und ich glaube, Frauchen hat gerade eine massive Panikattacke. Was machen wir da dagegen? Du hast das Unboxing verpasst. Ja. Ja. Das gehört zum Talkteil. Aber du kannst es, wenn alles gut geht und YouTube nicht gerade vier Stunden zu, äh, nein, vier Tage zum, äh, für die HD-Version braucht, kannst du es ab Montagabend, 18 Uhr, auf YouTube nachschauen. Ausrufezeichen, Wotts. Okay. Wir haben ein Blümchen, aber ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Warte. Ich bring das mal. Ich bring das mal. Du, geh weg. Frauchen? Nein. Oh. Das ist nicht das Rätselslösung. Darf ich nicht, nicht Frauchen bringen. Okay. Dann schauen wir uns mal weiter um. Was können wir hier tun? Die Cutscene vorhin hat Vögel gezeigt. Vögel, die in der Luft stehen. Und es gibt diese Brücke. Die auch lustig verschoben ist. Während Rätsel ich glücklicherweise auch schon kenne. Dank Devlogs. Das mag jetzt gecheatet wirken, aber... Ja. Das wusste ich noch nicht, dass da eine Barriere ist. Ups. Okay, aber die ist relativ einfach zu durchbrechen. So. Du merkst, dass du dieses Spiel auch spielen willst. Dann lörgst du mal eine Runde. Das ist nur die Demo. Also die ist auch irgendwann relativ schnell wahrscheinlich vorbei. So. Gucken wir mal. Und es ist bisher auch nichts... Also ich kenne das meiste, weil ich die Devlogs vom Entwickler schaue. Es ist bisher noch nichts dabei, wo ich jetzt wahnsinnig fremd bin. Sage ich mal. Deswegen wusste ich jetzt auch sofort, wie ich das hier löse und auch das erste Rätsel. Schauen wir mal, ob hier irgendwas drin ist, was ich noch nicht gesehen habe in den Devlogs. Würde mich tatsächlich wundern, wenn ich ehrlich bin. So. Kann ich, Frauchen, hierher bellen? Nee, ne? Die hängt halt immer noch da hinten mit ihrer Panikattacke rum. Ich weiß noch nicht, was ich gegen die Panikattacke mache. Das ist nämlich neu. Das sagt mir noch nichts. Also heute gibt es tatsächlich nur Demos. Also jetzt wäre ich aber North. Danach habe ich vor, Hellpye anzuspielen. Das ist richtig schräg. Also richtig, richtig, richtig schräg. Und dann schauen wir mal, was da noch ist. Ich habe noch vier weitere Demos. Okay, wartet mal. Wir haben Vögel gefunden. Oder den Vogel aus der Cutscene. Oh, sehr gut. Alles klar. Alles klar. Eines der Gedankenmonster ist weg. Sehr schön. So, kann ich hier einfach runterhüpfen? Ich kann auch einfach fallen. Das ist auch in Ordnung. Was gestern auch ein Demo-Stream gemacht, bietet sich ja an zur Zeit. Ja, Steam Next Fest. Ich finde das großartig. Aber ich habe mal geguckt, was das an Aufwand ist, um so eine Demo dann einfach mal schnell bereitzustellen. Oder was heißt einfach mal schnell, ne? Da muss man schon relativ viel tun als Entwickler, damit man dann auch angenommen wird fürs Next Fest. Aber offensichtlich haben circa 600 noch was Entwickler das getan. Und ihre Spiele da bereitgestellt. Also es ist definitiv mehr als genug Auswahl da, was das angeht. Aber ja. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich habe es jetzt zum Beispiel hier von Farewell North gesehen. Ich bin vorhin auf die SteamDB-Seite davon gekommen. Und allein die Wunschlisteneinträge davon sind massiv angestiegen. Einfach nur dadurch, dass es halt jetzt diese Demo gibt. Und das finde ich großartig. Also es funktioniert offensichtlich auch. Was hast du denn für eine Demo gespielt? Jetzt bin ich neugierig. Oh, warte mal. Da ist noch was. Hier ist noch was. Da sind nochmal Vögel. Okay. Gefunden. Gut. Von wo aus müssen wir das hier betrachten? Hier? Ne. Nope. Okay. Das Rätsel kenne ich noch nicht. Das ist jetzt mies. Das 6 Stück tatsächlich gespielt. Du schaust nochmal den Namen nach. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt, ob ich was davon kenne. Gibt ja doch so einiges, was ich schon irgendwoher anders kenne. Oder schon auf meiner Wunschliste habe. Die 6 Spiele, die ich jetzt für heute runtergeladen habe. Keine Ahnung, ob wir alle schaffen. Das wird sich zeigen, wie lange die Demos vor allem noch sind. Das sind alles nur Wunschlisteneinträge von mir. Okay. Warte, 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 warte. Moment. Muss ich hier hoch? Das kann sein, ne? Komm ich da hoch? Ne. Ne. Da komme ich nicht hoch. Ups. Ne. Das ist noch nicht die richtige Stelle. So. Ich mag so entspannte, ruhige Spiele wie das hier. Sehr, sehr gern. Wenn ich ehrlich bin. Das ist auch noch nicht die richtige Stelle. Das müsste zu leuchten anfangen, ne? Nope. Ach so, warte mal. Ist es einfach das Blümchen? Reicht das schon, um da rüber zu kommen? Ist das so ein Ding? Ah, okay. So ein Ding ist das. Alles klar. Gut. Das war gar nicht so ein Verschiebe-Perspektiven-Rätsel. Da habe ich jetzt zu viel rein interpretiert. Sehr schön. Okay. Dann haben wir noch ein Gedankenmonster übrig, das wir beseitigen müssen. Das scheint dann vermutlich mal so in dieser Richtung zu sein. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Hier sind wir auch nicht hergekommen. Da sind... Ach so, nee. Warte. Das ist die Brücke. Stopp. Da waren wir wohl. Ähm. Dann hier rüber, oder? Hier drüben sieht's. Nicht wirklich vielversprechend. Oder was? Oh, da. Da. Hier. Da. Das ist vielversprechend. Lost in Play. Point and Click. Rätselspiel. Glaube ich, habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ist bei mir raus, weil Point and Click kann ich nicht. Point and Click ist, äh, mein Nemesis-Genre, sage ich mal so. Äh, Little to the Left, Organisationsspiel. Und Eilets, Plattformer Abenteuer. Ich glaube, das letzte habe ich auch schon mal gehört. Ich bin nicht sicher, aber ich meine, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, cool. Ah, nein, 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 nein. Ah, nein. Oh, nein, oh, nein. Border Collie fällt. Border Collie über Bord. Okay. Wie gesagt, Hunde können schwimmen. So. Jetzt nehmen wir Blümchen nochmal mit. Und versuchen, hier rüber zu kommen. Ohne zu fallen. Ah, ja, das hätte ja fast schon wieder nicht funktioniert. Okay, ich glaube, dadurch, dass ich die Blume jetzt einfach mitgenommen habe, haben wir hier einfach das Rätsel schon mal gelöst. Das ist gut. Oder den Durchgang geöffnet. Sagen wir es mal so. Und hier ist die letzte, oder das letzte Vögelchen, oder? War das nicht hier? Ach da. Mie blind, ne? Alles konnte mir vielleicht auch gefallen. Ja. Möglich, ja. Möglich, möglich. Muss ich nochmal gucken. Aber ich meine, gehört habe ich es schon mal. Wahrscheinlich ist es auf Twitter durchgelaufen. Wenn du einmal in dieser Solo-Dev-Bubble, sage ich mal, drin bist, kriegst du extrem viele, viel mit, ne? Angefangen hat alles mit einem Solo-Dev, den ich gefolgt bin. Und plötzlich kam noch einer dazu. Und noch einer. 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 Aus einem Devlog auf YouTube wurden plötzlich 20. Und, äh, ja. Man ist dann da relativ schnell drin. Und kriegt viele coole Spiele aber auch mit. Was das angeht. Und hey Lilith. Hallöchen. Border Collie über Bord. Ja. Ja. Border Collie über Bord. Also im, im, aber es ist, äh, Border Collies können ja glücklicherweise auch schwimmen. Also hier fällt gerade bei dir auf Twitter auf. Ein, zwei Retro-Sammler folgst du. Plötzlich hattest du sieben neue, äh, Follower. Alle solche Retro-Seiten. Die sind heute alle weg. Was, die sind seit heute alle weg? Dachten die etwa Follower für Follower? So, das machst du nicht. Ich gebe nur Follows auf Twitch, Twitter und Co. Wenn mich die Leute auch interessieren. Ja, du. Durchaus. Kann sein, ja. Kommt halt dann immer so ein bisschen drauf an, wie groß die auch sind. Also oft sind so Follows, die dann wieder verschwinden, auch durchaus automatisiert. Okay. Wir haben Frauchen befreit. Aus ihrem Gedankengefängnis. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Weil nichts anderes war das gerade. Aber ich bin immer noch verwundert, was sie in der Hand hat, das, äh, oder hatte. Das wirkt tatsächlich wie eine Urne. Das ist jetzt möglicherweise auch ein Teil der Story, den ich schlichtweg noch nicht kenne. So. Okay. Gut. Lilith. Ich hoffe, alles gut bei den Kleinen. Bei den Youngsters. Hast du auch gesagt, das war eine Urne? Ja, ich glaube auch. Gut. Bäume fällen können wir. Sehr schön. Äh, ich und balancieren, ne? Das ist auch so ein, so ein Ding. Was eine starke Frau. Ja, aber ich glaube, der Baum war auch schon, war, war auch schon angeknackst. Das macht es etwas leichter. Oh, Perspektivenrätsel. Ja, warte. Warte, warte, warte. Perspektivenrätsel. Äh, Perspektive finden. Krieg mal hin. Irgendwann demnächst. Die Tochter von Obelix. Ja. Gott, ja. Aber Urne ist, glaube ich, gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ähm, allein von der Cutscene vorhin. Äh, warte. Warte, warte, warte. Ich glaube, wir brauchen das Blümchen, um erstmal da hochzukommen. Naja, vorhin kam ja ganz kurz auch die Cutscene mit. Sie war oft mit ihrer Mutter hier. Ja, das hat super funktioniert. Ähm. Wenn man so doof zum Hüpfen ist, passiert halt sowas. Ne, nicht bellen. Blümchen nehmen. Blümchen. Genau. Und hopp. Und hopp. Und... Ah! Schon wieder Border Collie über Bord. Äh. Es ist... Ja. Wenn man mal eben schnell machen will, ne? Es ist... Kontrolliert würde wahrscheinlich die besseren Ergebnisse bringen. Weil eben schnell ist meistens auch nicht so gut. So, gut. Jetzt sind wir hier oben. Wir laufen nochmal weiter. Okay, knappe Kiste. Und jetzt schauen wir mal. Ja, okay. So, das ist Teil 1. Das ist Teil 1 von dem Ganzen. Achso, und Teil 2 ist auch schon? Ne. Warte. War das hier schon da? Achso, ne. Ist schon komplett gelöst. Ja, nice. Sehr gut. Und es hustet und schnieft. Gucken wir mal, was morgen Abend bei rauskommt. Ja, okay. Ich drück die Daumen. Ich drück die Daumen. Oh, warte. War da ein Loch in der Wand? Komm ich da durch? Ne. Okay. Gut. Ja, Frauchen. Warte. Laufen wir mal hinterher. Unauffällig. Wir laufen mal da hoch. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Aber Torbögen sind immer spannend. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nur noch gehen. Oh, Farbverschiebung. Oha. Oh, ich glaube, das könnte das Ende dieser Insel sein. Sehr, sehr gut. Armer Collie. Nicht sehr talentiert. Man muss als Hund nicht talentiert sein. Okay. Frauchen. Sitz. Achso. Ich muss aus dem Weg. Okay, und das ist eine der Erinnerungen. Jopala. Eine sehr, sehr positive Erinnerung offensichtlich. Ich weiß, dass du sie möchtest, nicht, Jess? Okay. Wir müssen weitergehen. Okay, ja. Ich glaube, es geht tatsächlich. Ach so. Das war die Demo. Okay, cool. Das war tatsächlich die Emo. Die Emo. Ja, genau. Ein optionales Mini-Dings und Five Wisps. Ah, okay. Okay, warte mal. Continue playing. Dann sind wir noch nicht durch. Es gibt noch eine zweite Insel. Dann machen wir die auch noch. Hallo. Die emotionale Demo. Ja, das ist gar nicht mal so falsch, ne? Aber ich glaube, in der Story geht es tatsächlich darum. Es war vorhin die Rede von der Mutter, ne? Und sie war als Kind mit ihrer Mutter öfter hier. Und wahrscheinlich ist die Mutter jetzt gestorben. Und sie will... Also würde ich jetzt mal so vermuten... Ihre Asche hier irgendwo verstreuen. Das erklärt natürlich auch, warum sie jetzt... Sag ich mal... Emotional instabil ist. Und weswegen wir als Hund... Oder wir als ihr Border Collie... Ich habe unseren Namen schon wieder vergessen. Großartig. Warum wir auch gerade so ein wahnsinniger emotionaler Halt sind. Okay. Aber das Spiel sieht auf einmal komplett anders aus, wenn es farbig ist. Also logischerweise. Aber es sieht gut aus. Es sieht richtig gut aus. Großer, großer Fan vom Style. Okay. So, warte. War das ein Wisp? Ich weiß nicht, ob ich... Ob ich alle diese Wisps sammeln soll. Ich bin nicht auf dem Discord tatsächlich. Auch wenn ich dann so eine coole Rolle... ...bekommen könnte. Ja, das sind die. Hinter mir ist der Counter. Eins von fünf. Ach so, warte mal. Was passiert mit denen? Die hauen ab? Was ist denn das? Die hauen einfach ab? Ah, okay. Ich muss sie an... ...an... ...anpingen. Mehr oder weniger. Jess wurde eben erst erwähnt. Ja, das war aber eine Abkürzung. Das war eine Abkürzung. Vorhin ist irgendwann mal der komplette Name gefallen. Aber das ist länger als zehn Minuten her, deswegen... ...ne? Ich hab's ja nicht so mit Erinnerung. Ah, vielleicht muss ich ihnen auch einfach nur folgen. Das ist auch eine Möglichkeit. Chester? Nee. Chesley, glaube ich. War's Chesley? Hat irgendjemand vorhin aufgepasst, wie der Hund heißt? Ich glaube, es war Chesley. Wir sind auf jeden Fall ein Good Boy. Und kein Good Girl. Das habe ich mir gemerkt. Okay, suchen wir mal ganz kurz die... ...die sogenannten Wisps. ...die kleinen Lichterchen, die hier auftauchen. Und gar nicht mal so viel machen. Also wir haben jetzt drei von fünf. So. Ja, Frauchen, ne? Äh, oh. Oh. Ja, ich wusste nicht, dass du so sportlich begabt bist. Cool. Dann ist es nicht Chesley. Nee. Nee, Chesley war es nicht. Frauchen ist Magical Girl. Ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie jetzt komplett außen rumläuft. Vom Routing her. Aber nö, sie wurde offensichtlich einfach zu uns teleportiert. Klassischer Trick. Aber damit habe ich nicht gerechnet. So, das ist Wisp Nummer vier, wenn wir dich gleich haben. Genau. Und wo ist Nummer fünf? Wenn wir schon dabei sind, ne? Wenn wir schon dabei sind, können wir die Demo auch komplett spielen. Und irgendwo war auch noch so ein Pfahl in der... ...äh, so ein... ...Lichtmarke. Da müssen wir aber, glaube ich, erstmal zurück zum Kanu. Und die andere Insel finden. Und dann können wir da auch nochmal gucken. So. Apropos Kanu. Wir müssen das Kanu finden. Ich habe natürlich wieder mal die Orientierung einer Erdnuss. Ähm. Und keine Ahnung, wo das Ding parkt. Also, vorzugsweise am Wasser. Vorzugsweise da. Okay. Gut. Kanu ist gefunden. Dann fehlt uns jetzt noch ein so ein Lichtding. Ähm. Wo auch immer das jetzt auf uns wartet. Gab's da drüben? Da drüben gab's noch einen Weg. Okay. Ich finde es aber auch cool. Von der Mechanik her. Also, ich weiß nicht, was diese Wisps dann schlussendlich tun. Hier bringen sie einem eine Discord-Rolle ein. Äh. Ich bin nicht auf dem Discord. Ähm. Aber das ist jetzt, äh... Ne. Ich mache das jetzt einfach so, um die zu finden. Hm. Aber irgendeine Bedeutung haben die dann natürlich auch im finalen Spiel. Ich weiß nur nicht welche. Vor allem da die Welt ja dann schon wieder farbig ist. Okay. Das waren alle. Okay. Äh. Da-da-da-da-da-da-da. Click the build, äh... To copy the redemption command to your clipboard. Okay. Okay. Continue playing. Gut, dass wir in dem Moment nach vorne gelaufen sind. Hallo? Oh nein. Ah ja. Okay. Border Collie ist befreit. Gut. Ähm. Hier ist Dingens. Das Kanu. Das heißt, wir bellen mal kurz wieder Frauchen an. Komm, komm. Und wir suchen die zweite Insel. Wir suchen die zweite Insel. Erst mal umschauen. Wo war... Da ist der Lichtdings. Genau. Suchfrauchen. So in der Richtung, ja. So, kriegen wir den Rhythmus hin? Ja. 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 Oh, da, 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 da. Ach so. Scheiße. Nichts lenken mit Stick. Wir müssen ja rudern. Das ist ja ein Kanu. Wir müssen ja tatsächlich rudern, um da hinzukommen. Okay, Moment. Moment, Moment. Schaffen wir die Kurve? Oh, ich bin nicht zuversichtlich. Oh. Okay, doch. Sehr gut. Gleich Bum. Nee, die Katzin rettet uns glücklicherweise vom Bum. Glücklicherweise rettet die uns. Okay. Neue Insel. Was haben wir hier für eine... Was? Ach da. Bei mir haben halt Enten auf dem Balkon gebrütet. Das war ein Spaß. Vor allem die kleinen Enten dann erstmal vom Balkon wieder runterzubringen. Weil du da... Glaub mal nicht, dass du an ein Entennest hinkommst, während die brütet. Holy shit. Ich hab noch nie so aggressive Enten gesehen. Oh, hallo Entchen. Das sind aber Erpel. Das sind keine Enten. Das sind Erpel. Okay, aber es sind auf jeden Fall schon mal... Zwei bunte Enten. Das ist gut. Suchen wir mal die anderen, oder? Kann ja nicht so wild sein. Da sind auf jeden Fall die kleinen Entchen. Die Küken. Ähm... Warte mal, mehr gibt's hier nicht. Kann ich bei denen hier? Ja, er verpufft aber sofort. Okay. Das müsste ja rein theoretisch hier oben vielleicht noch was sein. Zumindest wäre das hier jetzt ein logischer Ort. Für... Irgendwas. Okay, ich kann da nicht hochhüpfen. Muss ich... Fraue ich denn da hinten anbellen? Muss ich... Oh mein Gott, ich häng fest. Oh nein, ich glaub ich häng. Ah, 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 okay. Ich bin frei. Oh, warte mal. Muss ich die... Muss ich jetzt Border Collie spielen? Also so richtig und die da runter treiben? Doch, Enten. Oh. Oh. Das ist ein kleiner Wasserfall. Jetzt. Und... Rotte mit dir. Quack. Ah, zwei kleine Entenfamilien. Okay. Dann muss ich dich auch noch da runter treiben. Oh, wie cool. Oh, wie cool. So, jetzt. Hopp. Quack, quack. Quack, quack. Guter Hund, ne? Okay. Hey. Das ist eine coole Idee für ein Rätsel. Das ist tatsächlich eine coole Idee. Ah, und wir schwimmen hier noch. Lustig durch die Gegend. Aber das war's jetzt, ne? Das war jetzt der Rest der Demo. Mehr Lichtkegel habe ich nicht gesehen. Okay. Sehr gut. Ja, dann haben wir das erledigt. So. Holen wir uns noch eine Streicheleinheit von Frauchen ab. Und dann wechseln wir so langsam das Spiel, ne? Frauchen? Ja, du sollst da auch nicht hinkommen. Du sollst mich streicheln. Ja, bitte. Geh doch. Ja, weil, 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 weil... Ne? Deswegen. Wir sehen noch Cyberpunk als PS4-Version abgewählt. Deshalb versuchen die es zum gefühlt 11. Mal zu verbessern mit dem 58 Gigabyte Datenpaket. Ja, Version 1.5 ist raus auf allen Systemen. Steam will auch noch ein Update machen mit 47 GB. Ich weiß tatsächlich immer noch nicht, ich weiß, dass es jetzt den Next-Gen-Patch gab für PS5 und so, aber ich weiß immer noch nicht, ob es auf den alten Konsolen jetzt besser läuft. Sie hätten es einfach nie für die Konsolen rausbringen sollen. Das, glaube ich, wäre das schlauere gewesen. Das ist dumme Warten, die PS5 war noch nicht verreleased. Da hätten sie einfach drauf warten sollen, ganz ehrlich. Aber gut. So. Mehr ist nicht, ne? Nö, mehr ist nicht. Cool. Ja, dann. Das war Farewell North. Es gibt einen Foto-Modus. Oh, das ist nice. Das ist, äh, okay. Mit allen möglichen klassischen Sachen, die man so haben kann. Kamera hoch, runter. Klassiker. Ja. Raste. Okay. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Äh, aber... Ich wollte eigentlich zurück das Spiel beenden. Genau. So, sehr, sehr schönes Spiel. Äh, hier nochmal die Infos und der Link, ähm, für, für das Spiel auf Steam, ne? Wer der Rest daran hat, das war jetzt eine relativ kurze Demo, logischerweise. Aber man kann das schon auch nochmal auf die Wunschliste packen. Und, äh, Wunschliste hilft den Entwicklern auf Steam übrigens sehr. Also wirklich sehr. So. Weil je mehr Leute das auf der Wunschliste haben, desto prominenter wird das Ganze gepusht. Ähm, und je prominenter das ist, desto erfolgreicher wird's wahrscheinlich, was das angeht. So. Gut. Ähm, ich stell schon mal die Kategorie um auf Hellpie. Ich hab keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich weiß nur, dass wir... Warte. Das hier ist die Demo von Hellpie. Okay. Gucken wir mal. Hellpie ist ein obszöner 3D-Plattformer, der schlechten Geschmack ganz neu definiert. In Hellpie packt ihr Nate, den Dämon des schlechten Geschmacks, bei den Hörnern. Er hat die ehrenwerte Aufgabe, die widerwärtigen Zutaten für Satans berüchtigten Geburtstagskuchen zu sammeln. Was auch immer. Und wir haben den Engel als Sklaven. Das ist hart, aber... Das wird wild. Das Spiel, glaube ich, wird auch gerade mal richtig wild. Ich starte schon mal. Und dann gucken wir mal, was das jetzt ist. Ich bin tatsächlich... Ich habe den Trailer gesehen und mir gedacht, so... Okay. Ich will das haben. Oh gut. Ja. Achtung. Wer fotosensitiv ist, sollte möglicherweise nicht zu genau hinschauen. Ich frage mich gerade, was in diesem Aufzug da passiert. Oder was auch immer das ist. Ach so, das ist das Tor zur Hölle. Oh. Ja gut. Kurz in die Settings gucken. Das sieht gut aus. Nein, du gehst auf 60% runter. Das ist in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Musik. Drehen wir mal so hin. Haben wir denn andere Sprache als Englisch? Oh, wir haben auch Deutsch. Stimmt. Ein deutscher Entwickler. War es wieder so ein Dr. Bibber-Wunsch? Nee, 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 nee. Das wusste ich, dass das Spiel absolut schräg ist, was das angeht. Streamer-Modus. Harmlos, unfassbar harmlos. Ähm. Aus. Alles andere ist langweilig. Okay, cool. Das, äh. Ich will das Spiel nicht auf harmlos stellen. Das wäre jetzt doof. Unfassbar harmlos ist was für dich. Ja, nee, nee, nee. So. Help, hi. Demo starten. Ach so. Ähm. Gleich mal als Info. Link und so weiter und so fort. Kommt auch irgendwann dieses Jahr raus, wenn mich nicht alles täuscht. Und, äh. Gucken wir mal. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Sehr gespannt. Okay. Demo starten. Allein, dass wir den Engel an der Kette hinter uns herziehen und uns mit dem durch die Gegend schwingen können, finde ich halt einfach großartig. Kanalisation. Wir sind gar nicht mal so groß. Okay. Wir sind also der Dämon des schlechten Geschmacks. Das ist, oh Gott, ist die Steuerung direkt. So, was, was können wir alles tun? Okay. Wir haben direkt einen Doppelsprung. Das ist gut. Der Engel. Ja, der, oh. Oh. Der Engel ist auch unsere Waffe. Ja, gut. Kann man machen. Oh, wir können dashen. Oh Gott, die Kamera ist viel zu direkt. Holy shit. Oh, was ist das hier? Weiß ich nicht. Eine Hörner-Auswahl. Äh. Okay. Ich glaube, das Spiel erklärt uns das schon noch. So, gucken wir mal. Wer bist denn du? Was willst denn du hier? Was machst denn du hier? Was drücke ich denn da? Y. Na, sieh mal einen an. Mein kleiner Helfershelfer. Bereits den ersten Schritten in dieser verkommenen Welt zu wagen. Wahrscheinlich hast du keine Ahnung, wer ich bin oder was du hier machst, richtig? Ja. Nun, ich bin der Koch, dein Vorgesetzter und Mentor und ich bin bestrebt, den widerwärtigsten Geburtstagskuchen zu fertigen, der Satan je kredenzt wurde. Du bist nichts weiter als ein Lakai, den ich damit beauftragt habe, grauenhafte Zutaten für dieses Unterfangen aufzutreiben. Und so bist du in dieser stinkenden Jauchekurge gelandet. Aber das wird heute wohl nichts mehr. Schließlich ist das hier nur eine Demo von Hellpye. Oh, ist schön. Angepasste Dialoge. Nice. Sobald du diesen Abschnitt gemeistert hast, wird dir zeitlich begrenzter Zugang zu einer unserer Oberwelten gewährt. Viel Spaß dabei. Okay. So funktioniert die Demo. Alles klar. Alles klar. Was ist das hier? Was mache ich damit? Nichts. Hüpfen. Weiter hüpfen. Nichts. Okay. Ja, gut. Schauen wir mal. Springen. Ah, ja, das hatten wir schon. Was ist das hier? Ich würde sagen, das ist... Ja. Doppelsprung. Ja, den hatten wir auch schon rausgefahren. Okay, der Sound ist schön, wenn man drauf geht. Ach, das ist ein Respawn Point. Ah, okay. Das ist quasi unsere Wiedergeburt. Ja, gut. Das ist ein Blob mit Dunschiss. Alles klar. Das ging dann wohl etwas schief. Sehr gut. Dämon überbohrt. Dämon überbohrt, ja. Okay, wir können Klappstühle verprügeln. Können wir auch Fässer verprügeln. Ja, aber es passiert nicht viel. Wir sammeln irgendwelche Kristalle. Oh Gott, diese Kamera ist viel zu sensitiv. Äh, Moment. Kann ich hier... Kann ich die einstellen? Äh... Gamepad-Type, Kameraempfindlichkeit. Die darf tatsächlich ein bisschen runter. Oh, viel besser. Okay. Was hat unser Engel da gerade gefressen? Ich will es gar nicht wissen. Ah, hallo. Wer... Ein kleiner Mann. Aber er ist rot, nicht braun. Was führt Ihnen die Kanalisation, wo die Mampfer früher wohnten? Ist er ein Freund? Spielt keine Rolle. Wir haben unser Zuhause verloren. Wer in den Käfig gesteckt. Die Matschlinge, sie führen Krieg gegen uns. Wir haben uns sogar unsere Insignie abgenommen. Der Tampon von Dulgorak. Mampfmutter des ersten Zeitalters. Nehmt diesen Rat. Mit Matschlingen kann man keinen Frieden haben. Sie werden euch jagen. Sie stecken euch in den Käfig. Ach so. Okay. Cool. Matschlinge. Und bitte nicht füttern. Ich mag jetzt schon alles hier dran. Das Spiel ist mindestens genauso schräg, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, schwingen. Im Fall gedrückt halten. RT. Warte. RT ist der untere Button. Der Trigger. Was? Ach so. Okay, die Kamera ist gerade in dem Ding gewesen. Ähm. Oh, praktisch. Oh, sehr praktisch. Sehr praktisch. Und da soll mal einer sagen, Engel sind so nix zu gebrauchen, ne? Oh. Hände hoch. Was? Hände hoch. Ähm. Wow. Okay. Das war... Das war eine Klobürste, oder? Ich glaube, das war gerade eine Klobürste. Beine sind weg. Ah, wir sind verloren. Körper ist nicht mehr. Äh, eher, ähm, also, viel Spaß beim Rumhängen. Okay, Angriff. Angriff haben wir. Oh. Oh. Ich hätte gar nicht schwingen müssen. Gut, dafür ist jetzt zu spät, ne? Also, angreifen wissen wir ja schon. Autoreifen. Ploppen uns nach oben. Sehr gut. Alles klar. Bei dem Typen, wie war der, ist happy. Der hat jetzt weniger Stress. Das war zu einfach. Okay. Ja. Gut. Also, wir haben hier gerade jemanden gerettet. Warum wir das tun, weiß ich nicht. Ob uns das was bringt, weiß ich nicht. Warum wir da jetzt reingefallen sind in die Scheiße, weiß ich nicht. Aber wir sind reingefallen. Sind die respawned? Ja, okay. Oh, warte mal. Da hinten ist was. Ach so, ich kann ja dashen, ne? Warte, dashen war hier, genau. Ah. Zwei von neun. Ach so, diese Hundefutterdosen hier sind offensichtlich ein Sammelobjekt. Alles klar. Verstanden. Wie hieß der Film mit den zwei Engeln, die die Welt untergehen ließen und feststellen mussten, dass Gott eine Frau ist? Oh, keine Ahnung. Oh shit. Sagt mir tatsächlich nix. Sagt mir tatsächlich nix. Warte mal. Das einzige, was mir gerade einfällt, der Teufel trägt Prader. Aber ich glaube, das ist es tatsächlich gar nicht. Also das, glaube ich, ergibt auch einfach keinen Sinn vom Film her, dass das dazu passt. Was ist denn das hier? Ist das eine Granate? Ich glaube, das ist eine Granate. Ich weiß nicht genau, was ich damit mache, aber ich mach mal. Gut, ich mach auch vielleicht nix damit. Warte. Jao. Ja, ist eine Granate. Mein Instinkt war leider richtig. Sag mal, ich weiß es tatsächlich nicht. Daran musst du über diesen Spiel voll denken. Das Einzige, was mir gerade einfällt, was auch so, ja nicht unbedingt komödiantisch, aber schon auch etwas Dings in die Richtung geht, wäre gerade, scheiße, da war mir Keanu Reeves, aber ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Ähm, nee, ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Ähm, das habe ich gerade voll und ganz vergessen. Den mochte ich eigentlich. Ich weiß aber nicht, nee. Ja, wenn ich sehe, dann weiß ich es, aber hilft mir jetzt nichts. So, guck mal mal. Ihr rettet mich, ich lebe. Ich werde nicht in den Käfig gesteckt. So viele Mampfer sind in den Käfigen gefangen. Hälft ihn, Mampfer wird große Belohnung geben. Okay, Mampfboss. Hudefuck ist Mampfboss. Ich will eigentlich auch gar nicht wissen, was hier durch die Gegend spritzt, ne? Ich, 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 so, so genau, nee. Ich glaube, so genau muss man das ab und zu gar nicht wissen. Okay, wir haben ein neues Häschen dazu bekommen. Das ist schön, das kann man nämlich brauchen. Eine neue Dose Hundefutter. Mahlzeit. Oh. Kacke Krieger. Oh, warte mal. Ja, das ist, das ist nicht schwer. Das ist tatsächlich nicht schwer. Obwohl die so in der Überzahl sind. Gut. Machen wir mal auf. Kann nicht schaden. Oh, ein Schalter. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich wollte einfach nur hier hoch. So. Okay. Bei Dogman wird auch alles zerfetzt oder explodiert und sonstiges. Ultra seltsam. Sollte ich mal schauen. Klingt aktuell nach etwas, was mir gefallen könnte, ja. Ich mag sowas sehr. Wie komme ich denn da hoch? Ach so, ja, schwingen, ne? Ach so. Vielleicht auch. Ja, okay. Ah, nein. Na, hm. Das war nix. Ich glaube, wir haben hier einen Schlüssel oder so, den wir brauchen für das kleine Collectible hier. Ne Winkelkatze. Okay. Ne Winkelkatze. Brauchen wir hier Schlüssel? Sieht so aus, ne? Hey, Gustav. Hallöchen. Du machst jetzt die Darstellung von Gott am liebsten und nicht, weil Gott eine Frau war. Ja, ich, äh, habe schon irgendwie jetzt so ein Gefühl, dass das da relativ schräg dann auch war. Es würde zumindest jetzt dazu passen von dem, was ihr jetzt gerade da geschrieben habt, äh, geschrieben habt. Ich, Deutsch, nix gut heute. Kannst du vergessen. Okay, warte, da muss ich irgendwie anders hochkommen. Ähm, oh, was haben wir denn hier noch? Au. Nugget. Stimmt, unser Engel heißt Nugget. Sie quälen die armen Kreaturen. Welche Kreaturen? Oh, warte mal, da ist noch einer. Da ist noch einer. Der Obermods. Mit seiner Pistole. Sehr schön. Wie geht's? Ja. Läuft. Läuft. Bitte, lass uns gehen. Jetzt. Nö. Nein, Nugget. Warte. Warte, warte, warte. Oh. Warte, warte, warte. Ich hoffe, bei dir ist soweit auch alles in Ordnung. Ah. Das bringen die... Was sind das eigentlich, Himbeeren? Ich gehe fast davon aus, dass das Himbeeren sind. Ah. Ich bin so ein Idiot. Viel zu nah dran. Achso, okay, warte. Dann machen wir das halt nochmal. Ist in Ordnung. Okay, alles nicht so wild. Jetzt ein bisschen Abstand halten. Abstand ist bei Granaten meistens keine schlechte Idee. Würde ich jetzt mal so behaupten. So. Alles klar soweit. Sehr schön. Sehr schön. Autsch. Okay. Okay. Oh. Ach, der Käfig bleibt offen. Aber unsere Freunde, die Kackewürste sind wieder unterwegs. Verstehe. Verstehe, verstehe. Gut, du bist auch raus. Das heißt, wir haben drei von vier befreit, wie es ausschaut. Warum befreien wir die überhaupt? Ich dachte, wir sind ein Dämon. Wir sind doch nicht lieb. Oder so. Also, wir sind der Dämon des schlechten Geschmacks. Warum befreien wir die Typen hier? Was stimmt nicht mit uns? So. Nee. Okay. Was? Ach, da hast du noch welche. Jetzt nicht mehr. Ich mag übrigens die Piepse-Stimmen von denen sehr. Jetzt schon ein großer Fan. Ja, ein Hebel. Oh. Das war das, was es hier gefehlt hat, um dahinter zu kommen. Alles klar. Okay, okay. Ich glaube, da haben wir noch zwei so Kristalle. Und dann haben wir alles. Ja, dann haben wir hier alles. Sehr schön. Jetzt sollten wir halt nicht mehr unbedingt drauf gehen. Das wäre noch so eine, ich sage mal, positive Sache. Wenn wir das einfach auslassen. Wo war noch ein Käfig? Da oben war noch ein Käfig. Warte, kann ich mit dem Ding hier hüpfen? Ja, kann ich. Sehr gut. Äh, ach so. Granate in der Hand heißt, nichts anderes geht. Warte. Moment. Ähm. Okay, drei von vier. Moment. Warum drei von vier? Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, das wären jetzt vier von vier. Da drüben waren noch auch zwei Käfig, die wir jetzt offen haben. Kann sein, dass das Spiel hier gerade falsch zählt. Ausschließen will ich ja nix. Und was ist das da drüben? Abgesehen von dem Shiny, das ich haben will. So, Kontrollpunkt. Ein Ziegenkopf. Würde ich jetzt spontan vermuten. Zumindest hat's gemäht. Okay. Ja, gut. Sehr schön. Ich lass gerade Kristalle übrig. Das geht gar nicht. Mäh macht aber Schafi. Äh, auch Ziegenmähen. Also die, die, die Bähnen mehr, aber. Das, das passt schon. Ähm. Okay, warte, 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 warte. Gerade in diesem Kontext hier macht die Ziege tatsächlich einfach mehr Sinn. Äh, da sind. Okay, 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 cool. Eigentlich nicht. Hm. Ja. Opferlamm. Ja, das ist richtig. Aber der Teufel wird auch gerne mal als Ziege dargestellt. Oder zumindest mit, mit Ziegenähnlichen Features. Sagen wir es mal so. Ich bin doof. Ich wollte zu viel. Zu viel hüpfen. Egal. Kriegen wir schon hin. So. War glücklicherweise nicht so weit. Ah, nein. Oh, oh, oh. Oh. Okay, gut. So. Das ist in Ordnung. Schwing. Was? Warum sind wir in Dämon, der mit Feuer nicht zurechtkommt? Was stimmt denn mit uns nicht? Was ist denn das? Warum? So, jetzt nicht wieder ins Feuer fallen. Das wäre ganz praktisch. Man führte die Opferlämmer halt zur Schlachtbank. Und ich will ja Futter sammeln. Ja, aber kein schmackhaftes Futter. Das Ziel ist ja, dass das Grausigste zu finden, was es jemals gab. Für die Geburtstagsparty vom Teufel. Okay. Und eine Ziege wäre ja an sich lecker. Also vermute ich jetzt mal. Okay. Niemand kann so grausam und unbarmherzig sein. Wir müssen diesen ersten beenden. Äh, müssen wir das? Achso, die Kisten gehen nicht kaputt. Oh, warte. Doch, die Kisten gehen... Achso, das war wegen dem hier, ne? Sammeln wir mal diese lustigen Kristalle ein. Ich habe keine Ahnung, warum wir sie sammeln. Aber wir haben über 100 Stück. Das finde ich in Ordnung. Weißt du wirklich, jemand, der Ziegen assoziiert wird, Schaf wird... Was? Der mit Ziegen assoziiert wird, findet Schaf lecker. Weiß ich nicht. Vielleicht? Das hat Fleisch? Oh. Oh. Ja, gut. Das hat jetzt nicht ganz so funktioniert, wie ich das wollte. Okay, verstanden. Wir brauchen also dich. Und wir brauchen dich auch hier. Achso, nee, wir brauchen dich noch nicht hier. Gut. Wir brauchen dich woanders. Ah, sehr schön. Die geben mir auch wieder ein Herzchen. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Zack. Ja. Das finde ich nicht so gut. Ich wette, diese Kristalle, sie hier sind einfach nur irgendeine Art von Ingame-Währung. Die man für irgendwas braucht. Was wird sich... Für was wird sich wahrscheinlich noch herausstellen? Nee, hier bleiben. So. Okay. Oh, warte. Bitteschön. Nugget hat ja offensichtlich lecker Futter. Wir können den Schalter nutzen, um das Tor zu öffnen. Ja, das sieht ein bisschen nach Bossfight aus, ne? Also. Da werden Herzen aufgefüllt. Das hier war auch nicht so schwer jetzt. Nugget hat noch was bekommen. Checkpoint. Das ist eindeutig eine Arena. Dann eben die Oberkacke. Ja. Das ist auch meine Vermutung. Dass wir gleich gegen Mr. Hanky persönlich antreten. Und nicht nur gegen seine Lakaien. Wow. Okay. Ich finde es spannend, dass sich die Scheiße gegen die... Wie heißen die Typen? Mammflingel. Das ist eine Scheiße mit Rüstung. WDF. Das hat ja super funktioniert. Ah. Nee, warte. Warte, 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 warte. Wow. Okay. What? Oh, warte mal, warte mal. Oh. Ah. 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 Moment. Moment. Ich muss dashen. Glaube ich. Ich kann nicht dashen. Warum kann ich nicht dashen? Warum bin ich so doof und werfe das Ding einfach instant weg? Moment. Warte. Oh, wirbelattacke. Wir, 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 wir. Okay. Sie wird von der Wirbelattacke selbst schwindelig. Das ist ja super. Ihr werdet das. Was hast du eigentlich da als Auge? Was, was, was soll das darstellen? Bäh. Okay, jetzt kann ich wieder dashen. Das funktioniert auch ganz gut. Ich habe schon wieder Dings weggeworfen. Einfach so. Warum mache ich sowas? Oh, pass auf. Hier, 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 da. Bumm. So. Ich vermute noch einen Treffer. Und wir haben hier eine nackte Scheiße stehen. Ja, das war nicht so praktisch. Gib ich zu. So, die ist schwindelig. Das finde ich gut. Ich sag's doch. Nackte Scheiße. Ach, das war's. Okay, das war jetzt nicht so schwierig. So gesehen. Wir sammeln erstmal noch ganz kurz hier unsere kleinen Kristalle ein. Was auch immer das für Kristalle sein sollen. Da drüben auch noch. Und hier geht's dann gleich raus. Die Scheiße ist am Dampfen. Ja, nicht mehr, ne? Nicht mehr. Aber gut. Jetzt haben wir den heiligen Tampon eingesammelt. Ja. Ah. Das ist die erste Zutat. Alles klar. Wir sind in Sashimi Bay. Wir haben einen Tampon. Wir brauchen noch einen verrottenden Tentakel. Und pinke Paste. Was auch immer pinke Paste sein soll. Gut. Okay. Wir haben offensichtlich sowas ähnliches wie ein Rezeptbuch. Oder... Nicht unbedingt ein Rezeptbuch, aber zumindest eine Auftragsliste. Oder eine Liste... Eine Einkaufsliste. Nennen wir es mal so. Okay. Schön. Kann ich die auch weiter... Kann ich die auch irgendwo anschauen, diese Liste? Oh. Oh. Oh ja. Ach, Mampfer heißen die hier unten. Pinke Paste ist die kleine Schwester von grünen und roten Schleim. Ja, irgendwie sowas, ja. Was haben wir hier noch? Oh. Oh, warte. Kann ich das? Oh ja, ich kann das weich halten. Zusätzlicher Schwung. Oh. Nice. Ach, deswegen sammeln wir diese komischen Dosen. Verstehe. Ah, und hier ist... Ja. Das ist tatsächlich das Rezeptbuch. Okay. Supermarkt ist erledigt. Backmischung Hammer. Joghurt, Eiterauge und Kefer, wahrscheinlich Käfer. Nicht sicher. Ach so, und wir sind hier in Sashimi Bay. Verdoptes Ei, graues Ei, frisches Ei, Lieferjunge, Antibiotika, Herz eines Kritikers. Alkkotze. Nice. Fruchtige Kotze, Fleischkotze, Blut einer Jungfrau, cremiger Cocktail, Kraftpille. Okay. Chlamydienzecke, Giftzecke, krankheitserregende Zecke, Lehm der Schöpfung. Alles klar, das ist die Zutatenliste, die es braucht. Hab verstanden. Ach so, warte mal, wir sind hier. Ah, okay. Und dann kommen wir hier theoretisch. Ich fände das schön, dass wir hier mit dem Engelchen durch die Gegend fliegen, ne? Das finde ich super. Was ist denn das hier unten? Helvetor. Verwendet, um zwischen der Hölle und der Oberwelt zu reisen. Ah. Ach, hell. Okay. Quasi hellweiter. Also. So ist es so in der Richtung. Gut. Was hieß es, nachdem wir hier raus sind? Kommen wir zeitlich begrenzt auf die Oberwelt, ne? So. Gut. Ich dachte eigentlich, wir haben gerade euren Boss erledigt. Also, war meine Vermutung. Aber offensichtlich nicht 100%. Ja. Au, 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 au. Das ist schön, glaube ich. Das ist der zweite. Könnte tatsächlich ein Schaf sein. Ich bin nicht sicher. Bist du ein Schaf oder bist du eine Ziege? Jetzt habe ich es nochmal genauer angeschaut. Könnte tatsächlich ein Schaf sein. Es gibt echt, äh, in echt Kochbücher aus Skyrim und Fallout 4. Von, äh, von denen möchtest du kein Kochbuch haben. Äh, das gibt's auch aus Final Fantasy 15 zum Beispiel. Auch da gibt's ein echtes Kochbuch. Halt mit entsprechenden Echtweltzutaten. Für das, was man halt nicht, äh, einfach so nachbauen kann. Aber das, das gibt's für mehrere Spiele. Und gerade wenn ich Final Fantasy 15 die Gerichte so anschaue, die sehen halt auch verdammt lecker aus. Ganz ehrlich. Ah, du bist Nummer 4. Ich wünsche es gäbe etwas, was wir für ihn tun könnten. Halten Sie durch, Herr Wackelpo. Wir werden Hilfe finden. Wer werden wir das? Ich bin nicht sicher. Okay. Oh, wow. Oh, so doch. Okay. Okay. Ich find's übrigens sehr, sehr schön, dass sich die auch gegenseitig abschießen können, ne? Wenn der mit seinem Klo-Pömpel da kommt, mit seiner Klo-Bürste und die im Weg stehen, dann sind sie halt auch hinüber. Find ich super. Ähm, zack. Zack. Ja, okay. Fast. Okay. Hier müssen Sie die Zuflucht finden. Sieh dir diesen großen Kerl an. Er ist wirklich pummelig. Äh, was? Ach so. Oh, da. Der hat einen Pömpel. Er scheint, als hätte ich es der letzte Ort, wo die großen Kerle in Frieden leben können. Das ist wirklich gemeint von den kleinen braunen Männern. Uh, kleine braune Männer. Kleine braune Männer. Okay. Ich weiß echt nicht, was ihr hier futtert. Ich mag diese Kerle. Die sind irgendwie freundlich. Ja, und eklig. Ist der da kacke? Ich glaube, ja. Was? Das ist seltsam. Das habe ich auch einmal versucht. Was? Okay. Ich glaube, es hat einen Grund, warum unser Engel in Ketten hängt. Du befreist sie alle. Du sprengst ihre Ketten. Bist sie frei. Jetzt werden wir uns an den Feinden lahmen. Machen wir ihre winzigen, weichen Körper zu einem Teil der unseren. Nimm dies. Es wird dir in deinem eigenen Kampf helfen. Oh, nice. Hier, bitte, Nugget. Friss. Schöne Blümchen. Wer kann denn noch irgendwas in die Luft jagen? Oh, da. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Warte, 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 warte. So. Jetzt haben wir fünf von denen. Das heißt, wir können, glaube ich, noch eine Fähigkeit machen. Was nehmen wir denn hier? Schwung, Regeneration, Nagel, der holt sich während ihr Fallt. Kann dafür sorgen, dass du einen zusätzlichen Schwung erhältst, während du in der Luft bist? Nice. Verbessertes Sammeln. Nö. Halte B in der Luft gedrückt, bis du wieder den Boden bürst, um abzuprallen. Damit kannst du höher springen und deinen Doppelsprung wieder aufladen. Das klingt spannend. Oh. Falsche Taste. Machen wir mal das hier. Okay. Cool. Oh, nice. Oh, nice. Ja, das, das, das ist cool. Glaube ich. Denke ich. Und das hier ist unser Koch, ne? Den haben wir gerade vorhin schon mal gesehen. Hi. Was willst du denn? Ich weiß nicht mehr, wie ich den gesprochen habe. Na, genießt du deinen kleinen Ausflug? Vielleicht hast du ja auf dem Weg schon ein paar Sachen aufgesammelt. Sachen, von denen du einfach nicht weißt, was sie dir bringen. Äh, ja. Knopf erlaubt dir, deinen Fortschritt zu sehen und die Wettigkeitenbaum anzuschauen. Vielleicht hast du ja schon genug Candymeat, um da was reinzuschalten. Ah, Candymeat ist das. Okay. Du findest es schon raus. Das ist schön. Wir wollen dir gar nicht so viel helfen. Mach mal. Finde ich gut. Oh Gott, ist das Ding schnell. Äh. Oh. Oh. Scheiße, wo sind wir denn? Wir sind wieder vor dem Raum, ne? Ja, wir sind wieder davor. Okay. Wofür wir diese komischen Kristalle einsammeln, weiß ich tatsächlich noch nicht. Gut, das haben wir alles. Äh, da haben wir noch ein paar Kisten. Da haben wir noch eine Kiste. Ich weiß gar nicht, warum hier eine Granate ist. und wofür wir die vielleicht brauchen könnten. Bin ich tatsächlich nicht sicher. Schauen wir mal. Jetzt muss ich erstmal wieder hier durchkommen. Und vor allem hier. Okay. Praktisch. Das lief halbwegs gut. Das waren die Kühlschrankmäuse. Äh, was? Was waren Kühlschrankmäuse? Jetzt bin ich mir nicht sicher, was du gerade meinst. So, machen wir mal die Schranke auf. Keine Ahnung, ob es das braucht. Machen wir einfach mal. Weil, schadet nicht. Oh. Juhu. Hallo. So. Okay. Schöner Bait. Hat funktioniert. Text davor. Oh, den habe ich noch nicht gelesen. Ups. Den, äh, habe ich dann einfach geflissentlich übersprungen. Oha. Gut, dass die halt auch nix treffen, die Typen. Selbst wenn sie mit ihren komischen Pistolen auf einen schießen. Dieses ist ja... Wow. Ah, shit. Das habe ich zu spät gesehen, dass ich das unterschätzt habe. Oder, dass ich den Sprung überschätzt habe. Sagen wir es mal so. Okay. Besser. Ja, man geht hoch. Oh, mein Gott. Sehr gut. Ah, okay. Ich glaube, wir kommen jetzt zur Oberwelt. Ich glaube, das hier ist die Oberwelt. Wir haben endlich die Kanalisation. Oh, mein Gott. Ist das hell. Die Kanalisation verlassen. Sehr schön. Ach, Leute. Sagt mir doch, dass ich in der kleinen Szene spiele. Wir sind die ganze Zeit in der Intermission und ihr sagt nix. Oh, nein. Wir haben nur noch 15 Minuten. Ähm, Obacht. Du hast es rausgeschafft. Du scheinst etwas weniger inkompetent zu sein, als ich ursprünglich dachte. Du kannst jetzt 15 Minuten freien, die Gegend der Kunden. Aber denk dran, das ist kein Urlaub hier. Versuch irgendwas Sinnvolles zu machen. Und denk dran, das Spiel auf deine Wunschliste zu setzen. Habt ihr gehört? Wunschliste. Hier, bitteschön. Da ist der Link. Ähm. Das ist super. Wir haben es nämlich 15 Minuten und ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen, was wir tun sollen. Das heißt, wir laufen einfach mal durch die Gegend und gucken mal. Ich finde es gut, dass wir uns einfach erstmal durchkloppen. Ähm. Du dachtest, das war gewollt. Nein, ist es nicht. Nein, 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 das ist nicht, nein. Wir spielen doch nicht in der, in der Intermission. Die Intermission ist für Spielwechsel oder sonst was gedacht, aber doch nicht für sowas. Nein, 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 nein. Spiele bitte immer im Fullscreen, weil die Spiele im Vordergrund stehen. Ähm. Hi. Hey, wer bist denn du? Ach ja, ich weiß, du würdest gerne nochmal da rein. Bist wahrscheinlich durchgerannt. Hast ein paar Einsamlings übersehen. Jetzt würdest du es gerne nochmal probieren und alles besser machen. Pech gehabt. Du kannst nicht zurück, weil das hier nur eine Demo ist. Die Vollversion wird 10 unglaubliche Jump'n'Run-Level enthalten, sowie hier frei erkundbare Oberwelten. Alle davon können jederzeit nochmal besucht werden, damit du dein gesamtes Arsenal an freigeschalteten Fertigkeiten nutzen kannst. Also tu dir den Gefallen und setz das Spiel auf deine Steam-Wunschliste, damit ich dich nicht nochmal wegschicken muss. Okay. Schön. Das heißt, da würde es rein theoretisch zurückgehen. Äh, ich laufe einfach mal hier lang. Ähm, warte. Warte, 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 warte. Brauchen wir dich dafür? Ich weiß es nicht. Ich nehme dich einfach mal mit. So. Gehen wir da wirklich rein? Ja. Ich könnte in was reintreten. Das ist kein Problem. Ich glaube, das kriegen wir an. Äh, das kriegen wir hin. Ähm, oh. Ja, ach so. Oh, wir können schwimmen. Oh, das ist, das ist gut. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, warte. Vielleicht will ich doch da hoch. Moment. Spricht sie nochmal an, ob sie uns nochmal wegschickt? Sehr wahrscheinlich ja. Da ist auch ein riesig, fettes, da geht's nicht weiter, Schild, ne? So. Ja. 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 Okay. Gut, das Klo spuckt Kristalle, das, klar, kennt man, ne? Das machen Toiletten halt mal so. Das, äh, Standardfunktion. Ihr beide tot? Ja. Ach so. Wollte ich hier hoch? Ja, ich wollte hier hoch. Alles klar. Ich wollte hier hoch. Cool. Ja. Oh, schön. Oh, wie es den Engel gerade zerflatscht hat. Oh, ich liebe es. Seid ihr, gut seid ihr böse? Seid ihr? Einfach nur da. Okay. So. Wir haben halt nur noch elf Minuten, ne? Oh. Oh. Wir können offensichtlich auch auf Fleisch bergen. Durch die Gegend hüpfen. Das ist gut. Was? Hi. Ich habe früher auf den Docks gearbeitet. Nach Anfang des Jahres tauchten diese lästigen Scheißhaufen aus der Kanalisation auf. Sie haben den Ort übernommen und greifen jeden an, der ihn zu nahe kommt. Ich hoffe, die kommen nicht eines Tages auch noch in die Stadt. Okay. Was haben wir hier? Eine Demo. Er ist ein so begnadeter Redner. Sehr inspirierend. sagt Eli. Und so stehe ich hier vor euch und ich sehe eure Gesichter. Und sie sagen, äh, was? Und ich höre euch und ich sehe, was ihr denkt. Denn in dieser Sache stehen wir zusammen. Welche Sache, Piet? Spricht mit uns. Aber die Frage, die ihr euch stellt und die auch ich mir schon oft gestellt habe, ist folgende. Hast du das Spiel schon auf deiner Wischlist? Was jetzt? Ach so. Ja, das auch. Und dazu sage ich, denn es ist die Wahrheit, was es auch kostet. Okay, inspirierend. Auch wenn ich keine Ahnung habe, von was er redet. Das ist... Was ist das hier? Teleporter. Uh. Uh. Was es euch kostet. Oh. Hoppala. Ja, ich... Ich gehe halt immer vom Guten aus. Was? Braucht ihr was? Was hast du gesagt? Sprich! Nein? Okay. Ein wilder Eingang für den Marktplatz. Okay. Äh. Sein Outfit sieht ziemlich langweilig aus. Ja, damit kann ich jetzt gerade aber tatsächlich leben. Das ist... Das ist ein Preis, den ich momentan gerne zahle. Ich laufe mal hier hinter. So. Kleine tropische Insel mit, äh... Fliegedingern in der Luft. Hi. Keine Zeit. Muss mich umschauen. Teleporter. Teleporter. Vögel, Vögel, Vögel. Ah. Das ist wieder so ein Typ, der uns wegschickt mit, ne? Okay. Hier würde es rein theoretisch irgendwo hingehen. Darf vermutlich auch. Weiß ich nicht. Wahnsinn, Kumpel. Ich habe noch nie jemanden mit dem Aufzug ankommen sehen. Das ist ja verrückt. Willkommen in unserem kleinen Paradies. Dein erstes Mal. Du wirst es lieben. Wir haben eine Menge Touristenattraktionen. Möchten Sie mehr wissen? Okay. Toll. Ich liebe es, über unsere Insel zu sprechen. Dies ist der älteste Hafen der Region. Wir haben früher viele Wale gefangen, gehäutet und gekocht. Aber hat uns eine Menge unerwünschte Aufmerksamkeit eingebracht. Jetzt setzen wir auf Tourismus. Apropos unerwünschte Aufmerksamkeit. Große Teile der Insel sind derzeit besetzt. Diese Leute sind mit allem, was wir hier tun, nicht einverstanden. Wale jagen, Müll verklappen. Keine Ahnung warum, aber wir haben dann angefangen, unseren Müll an Touristen zu verkaufen. Funktioniert prima. Willst du mehr wissen? Ja. Wow, ich habe noch nie jemanden getroffen, der so wissbegierig ist. Ich liebe es. Letztes Jahr hatten wir einen riesigen Sturm und dann lag plötzlich diese Wahl auf unserem Berg. Also haben einige von uns diese riesige Geschäftsmöglichkeit erkannt und eine Sushi-Bahn im Innern des Wals eröffnet. Sie ist inside out. Okay. Es ist großartig und ich wünschte wirklich, ihr könntet es sehen. Leider ist der Weg dorthin, ihr habt es erraten, besetzt. Willst du mehr wissen? Ich könnte dir mehr erzählen, wenn du willst. Ja, jetzt bin ich neugierig. Du saugst das Wissen einfach auf. Früher haben wir unseren Fang auf der Ostseite der Insel verarbeitet. Genau dort, wo wir unsere Abwässer entsorgt haben. Doch aus der Kanalisation fahre meine Armee von lästigen Scheißhaufen hervor. Buchstäblich. Scheißhaufen. Kannst du das, Mann? Jetzt arbeiten wir vom Hafen aus und die Kanalisation ist überrannt. Möchtest du mehr wissen? Ja, klar. Ich, äh, okay, das ist unerwartet. Dann muss ich jetzt wohl aus der Broschüre zitieren. Gib mir ne Sekunde. Unsere schöne Insel bietet eine Fülle von kleinen Riffen und Auslegern, von denen viele zu Fuß erkundet werden können. Dem neugierigen Besucher wird jedoch geraten, sich nicht so weit zu entfernen, dass ich bei den Inseln um Privatbesitz handeln könnte. Wie zum Beispiel Lil Smokes Spaßbrauseplantage auf Westseite der Insel. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo Westen ist. Ähm, äh, ja, wo, wo, wo Westen, Westen wo? Äh, äh, ähm. Okay. Gut. Ähm, schön. Also Inside Out, als Name für ne Sushi-Bar, find ich mega. Das Ganze innerhalb eines Wals zu machen, find ich noch mehr mega. Ich würd's ja besuchen. Ich wünschte, wir könnten da hin, aber wir kommen leider gerade in keine Level mehr rein. Wir haben nur noch die wunderschöne Oberwelt hier. Die ist aber tatsächlich... Das wird ein Mond. Ähm. Oh. Ja, gut. Ich bin etwas froh, dass unser echter Mond nicht so aussieht, weil ich glaube, dann hätte jeder von uns Schlafprobleme. Immer. Definitiv immer. So, was, was hast du vorhin jetzt verraten? Braucht ihr Müll? Ach so. Braucht ihr Müll. Okay. Nee, brauche ich gerade nicht. Danke. Ah. Ja, das war wohl mal ein Wal. Sehr schön. Was ist mit dir da unten? Was hast du für uns? Hallo, mein Kerl. Denkst du, es ist gefährlich, länger als einen Tag unter Sand begraben zu sein? Ich frage für einen Freund. Jemand, nicht ich natürlich, könnte einige von uns vergessen haben. Könnten sie vielleicht nach ihm sehen? Dafür habe ich leider keine Zeit, hier stundenlang zu stehen. Das ist für mich wirklich wichtig. Ach so, wir suchen jetzt Leute, die im Sand vergraben sind. Erstmal die Sandburg kaputt machen. Oh. Das war einfach. Okay, eins von vier. Sehr gut. Zwei von vier. Drei von vier. Vier von vier. Wow. Das war jetzt nicht so schwer. Ich hatte irgendwie vermutet, dass die weiter weg sind. Weiter verstreut. Du hast den letzten gefunden. Das bedeutet, alle sind tot. Verdammter Sand. Ich hasse dich. Nimm dies. Vielleicht hilft es dir, darüber hinwegzukommen. Oh. 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 Okay. Sie sehen jetzt aber nicht wirklich unglücklich aus. Also das, das muss man sagen. Sie sehen jetzt zwar vielleicht ein bisschen tot aus, aber nicht unglücklich. Ja. Kann nicht so schlimm sein. Ist das ein Auge? Das ist ein Auge. Okay. I don't judge. Schau mal hier hoch. Das sieht ein bisschen nach... Oh. Oh, da oben ist die... Oh. Kommen wir da noch hin? Nee, oder? Warte mal. Der Mond schwenkt ein Schild. Ich muss wissen, was auf dem Schild steht. Ich habe übrigens noch nicht die Erklärung zu den Kühlschrankmäusen gelesen. Gab es da eine Kühlschrank? Ach so. Wenn man merkt, dass die Mini-Dickmanns aus dem Kühlschrank schon halb vernichtet wurden und das nicht von einem selbst und der Ehegatte den Kopf einzieht und ganz schnell Kopfhörer aufsetzt. Ach so. Ja. 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 Okay. Das ist eindeutig. Aber hey, die sind auch lecker. Das muss man halt auch einmal dazu sagen. Kommen wir hier rauf? Ja. Kein Thema. So, wir haben noch zweieinhalb Minuten. Zum... Ja, zum Inside-Out werden wir es nicht schaffen, aber ich will wissen, was auf dem Mond steht. Also, auf dem Mond sein Schild. Nein. Auf des Mondes Schild. Oh mein Gott. Wie war das? Der Dativ ist im Genitiv sein Tod? Nein. Andersrum. Der Genitiv ist... Ich weiß es nicht mehr. Ihr wisst, was ich meine. Ende der Demo. Okay. Oh, schön. Oh. Au. Au. Nee, du. Nee. Nee. Nee, da. Oh. Das hat ja super funktioniert. Ähm. Wir holen uns noch mal ein Herzchen. Jetzt sollten wir nicht mehr wissen, was auf dem Schild steht. Nee. Tatsächlich nein. Äh. Ende der Demo. Was noch nicht mal stimmt, weil noch können wir spielen. Wo ist jetzt diese scheiß Muschel hin? Au. So. Du holst hier einfach einen neuen Panzer, ne? Ja, das dachte ich mir jetzt. Jetzt hast du aber keinen mehr. Edge. Okay. Gut. Wir haben noch eine Grabe erlegt. Das ist wunderbar. Äh. Jetzt wissen wir, was auf dem... Äh. Auf... 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 Dem Schild vom Mond steht. Was wir noch nicht wissen, ist, wie wir nach da oben kommen. Da. Okay. Ich dachte eigentlich ursprünglich, diese Insel hier wäre friedlich. Ne? So Oberwelt und so. Kann nicht so schlimm sein. Pustekuchen. Das ist mindestens genauso tödlich wie die Kacke, Erhofen. Oh, hi. Oh, du bist ja niedlich. Danke. Oh, ist schön. Ähm. Hier. Ne, da geht's nicht weiter. Haben wir da drüben noch was? Ne, geht's auch nicht weiter. Oh nein. Zehn Sekunden noch. Zehn Sekunden noch. Zehn Sekunden noch. Noch schnell. Oh. Oh. Okay. Ähm. Ja. Oh. Gut. Ja. Das, äh. Ist Hell Pie. Der Höllenkuchen. Oh, schön. Ähm. Schön. Schön. Ähm. Ja, Wishlist Now. Das ist tatsächlich, äh. Das ist tatsächlich super. Wir schauen noch mal ganz kurz den Trailer, ne? Wenn die den hier eingebaut haben, dann können wir auch noch mal ganz kurz den Trailer davon gucken. Machen wir das mal kurz. Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwo ist irgendwas passiert. Ich vermute, es ist gerade irgendwo ein Browser aufgegangen. Mit einem YouTube-Link. Ja, dann, äh, gibt's keinen Trailer. Okay. Ähm. Ah, ja. Dann beenden wir das. Ja, da, 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 da ist er. Okay. Ist jetzt aber gar nicht mal so viel mehr als das, was wir gerade sowieso gesehen haben. Cool. Sehr schön. Finde ich, finde ich gut. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Ähm. Genau. So. Dann habe ich jetzt hier in meinem wunderschönen kleinen Demo-Ordner noch vier Demos drin. Äh. Ich bin gerade am überlegen, was wir davon spielen sollen. Xeon ist ein Aufbauspiel. Ich glaube, Tinykin könnte ganz interessant sein. Es ist auch sehr bunt. Ich weiß nicht genau, was uns erwartet. Es ist auf meiner Wunschliste. Das heißt, irgendeinen Grund gab es, dass es mir gefällt. Ich weiß nur nicht welchen. Ähm. Und ich glaube, das werden wir jetzt einfach mal gleich rausfinden. So. Äh. Äh. Wie heißt das? Tinykin. Gibt's das schon auf Dingens? Äh. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Oh ja, das gibt es tatsächlich schon auf Twitch als Kategorie. Sehr gut. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Scheint auch relativ bunt zu sein. Oh Gott, das ist ja voll niedlich. Das ist ja mega niedlich. Oh mein Gott. Oh, wie süß. Da das jetzt schon auch auf... Ja, sehr schön. Sehr gut. Gibt auch schon alles dazu, den Link. Okay, das ist ein Platzhalter. Release-Datum mit 31. Dezember. 31. Dezember. Du willst Robo-Haustier. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das ein Robo-Haustier war. Na, ich... Bin mir gar nicht mal sicher, aber es ist mega niedlich. No. Okay, Hinweis. Dies ist eine Demo-Version eines Spiels, das sich noch in der Entwicklungsphase befindet. Sie enthält möglicherweise Fehler und spiegelt die Qualität der endgültigen Version nicht wider. Hinweis, wir empfehlen, dass du das Spiel mit einem Controller spielst. Hab ich. Check. Gut, wir sind auch nicht in der Intermission-Szene. Das heißt, weiter geht's. Auf geht's. Okay, das kennen wir schon. Der Blick. Der Blick am Ende ist so niedlich. Oh mein Gott, ey. Gut, Transitor-Kreuzung. Okay, es hat eine Vertonung, aber in Fantasiesprache, wie es ausschaut. Vitalfunktion, okay. Ausrüstung beschädigt. Ursprung. Unbekannt. Alter. Unbestimmt. Antennen. Nicht vorhanden. Mandibeln. Verkümmert. Okay, das sind offensichtlich wir. Es hat Schrauben an dem Beinchen. Würdest du also Robo tippen? Echt? Hatte es Schrauben an dem Beinchen? Ich weiß es nicht. Okay. Das ist... Ah, okay. Es ist doch 3D. Ich dachte gerade, die Perspektive wäre fest. Aber nein, die Figur ist 2D. Aber die Welt ist 3D. Oh, cool. Hey, du da. Du bist endlich wach. Du bist plötzlich aufgetaucht und ich hatte schon Angst, dass du nie aufwachen würdest. Es scheint dir... Gut zu gehen? Entschuldigung. Jemand deiner Art habe ich noch nie getroffen. Brauchst du Hilfe, dich zurechtzufinden? Gerne. Ich habe etwas vorbereitet, das dir helfen wird, dich zurechtzufinden und deine Ausrüstung zu nutzen. Zieh dich einfach um, ja? Gut. Ich gebe dir einen Moment, um dich zu orientieren. Wir treffen uns weiter vorne. Weg. Ah, schön. Okay. Wir sind 2D. Oh. Oh, das ist schön. Wir können gleiten. Motte. Ja, ich würde eher auf Alien tippen. Also irgendetwas, das nicht aus unserem bekannten Kreis kommt. Das wolltest du gestern auch spielen. Hast es nicht geschafft. Schön, das jetzt bei mir zu sehen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, woher ich das Spiel kenne. Bin ich ganz ehrlich. Zieh dich mit dem Joystick rechts um? Okay. Ich habe das irgendwann, ich habe vorhin mal kurz diese, diese Twitter, äh, Indie-Game-Dev-Bubble erwähnt, ne? Und irgendwann wurde das in meine Timeline gespült. Ich habe das gesehen, den Art-Style davon, und mir so gedacht so, wow, nice. Muss ich. Das muss ich ausprobieren. Okay, mit der A-Taste kann ich springen. Ja, das haben wir schon ausprobiert. B, äh, nein, X macht nix. Y, pfeift. Okay, cool. Aber cool, wenn du es auch ausprobieren wolltest. Sehr, sehr nice. Halt der A nach einem Sprung gedrückt. Ja, das kennen wir auch schon. Sehr gut. Oh. Okay, was machen die Dinger? Ähm. Wir haben Begleiter. Warum haben wir Begleiter? Und da, können, nee, kriegen wir da noch mehr davon? Oh, das Kette. Warte mal. Das ist vielleicht keine Motte. Das ist vielleicht doch nicht außerirdisch. Doch, du könntest ne Motte sein. Was? Doch, du hast Flügel. Vielleicht ist das doch ne Motte. Mir fällt jetzt erst auf, dass wir halt so klein sind. Wenn überhaupt. Okay. Warte. Die Tinykin folgen dir? Wie das? Normalerweise wandern sie im ganzen Haus umher und ignorieren alle. Aber ich scheine sie zu mögen. Tinykin haben faszinierende Talente. Habe ich etwa endlich jemanden gefunden, der sie einsetzen kann? Große Tinykin sind beispielsweise super stark. Sie können Sachen schieben oder tragen. In einer Gruppe können sie selbst die schwersten Dinger am Her schleppen. Prima. Mir nach. Okay, das sind also die namensgebenden Tinykin. Alles klar. Siehst du den Blumentopf da drüben? Wenn du deine große Tinykin dagegen wirfst, kannst du ihn wahrscheinlich bewegen und den Weg freimachen. Meine Vorstellung hat gegeben, dass ein bedeutender Gegenstand unter der großen Treppe verborgen liegt. Aber wir kommen nicht hinein. Neues Ziel verfügbar. Äh, das hier. Hilf Rhythmie, den Zugang unter der Treppe freizuräumen, indem du den Blumentopf verschiebst. Alles klärchen. Äh, wie komme ich hier wieder raus? Ah, okay. Gut, wir haben Tinykin. Aber kein Doppelsprung. Oh. 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 Ja, dann sammeln wir noch ein paar davon, oder? Die sind voll niedlich. Oh mein Gott. Wir haben eine Glubschi-Armee. Ja. Und ich liebe alles daran. Wir holen uns jetzt so viele von denen, wie es nur irgendwie geht. 15, 16. Mehr Glubschis. Mehr Glubschis. Okay. Ja, warte. Warte. Oh. Oh, noch mehr Glubschis. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Oh, ich liebe alles daran. Ah. Ich hab's verpennt. Zu spät. Nochmal A gedrückt. Es hat sechs Beinchen. Also Motte. Ja, gut. Gut möglich. Vielleicht ist es eine... Weiß ich nicht. Haben am Möben auch sechs Beine? Ich hab nicht die leiseste Ahnung. Ach so, wenn du, äh... LT gedrückt hältst, bekommst du ein Tinykin in die Hand nehmen. Ziele mit RT auf einen Ort, um es dort hinzuwerfen. Warte. Fomp. 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 Seht ihr noch irgendwo welche? Warte mal. Nö. Okay, da bleiben sie nicht dran kleben. Das Helle kann man nicht hochklettern. Oh, warte mal. Oh ja, guter Hinweis. Ich weiß es nicht. Wir finden es raus. Das Helle kann man hochklettern. Fünfundzwanzig. Noch mehr. An die Seile habe ich jetzt gar nicht gedacht. Sehr schön. Gut. Das heißt, wir haben jetzt... 27 müssten es sein. 27 müssten das sein. Hier drüben noch? Also, so wie das da aussieht, würde ich sagen, da geht das Level auf jeden Fall noch weiter. Oh, da. 30. Das klingt nach einer Zahl, die hier Sinn ergibt. Haben wir jetzt echt hier so... Ja. Wir haben 30 kleine Glubschies hinter uns. Ich liebe alles daran. Nee, die haben wir eingesammelt. Das ist... Das passt. Das ist... Okay. Okay. Ich glaube, wir brauchten auch alle dafür, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Okay. Der Weg ist frei. Hol das Bauteil, von dem ich sprach. Warum schickt der uns eigentlich direkt durch die Gegend? Was stimmt mit dem nicht, ne? Wir liegen rum, sind offensichtlich irgendwie bewusstlos. Haben keine Ahnung, wer wir sind, wo wir sind. Also, vielleicht wissen wir es, aber er weiß es nicht. Und jetzt scheucht er uns einfach instant durch die Gegend. Okay, schrauben. Und... Was ist denn das? Ist das ne... Das ist ne Skibrille, ne? Also, es sieht aus wie ne Skibrille. So ein bisschen. Ich war grad... Versuch, Taucherbrille zu sagen, aber... Nee, das ist definitiv Skibrille. Ähm. Ach so. Ja. Okay, da braucht's 20 für. Ah, verstehe. Verstehe, verstehe. Okay. Ähm. Hol das Bauteil. Ja. Also, habe ich. Ich weiß noch nicht, wo... Ach so, da. Okay. Wir brauchten wirklich alle, ja. Beini, Advin. Das erste Bauteil. Wenn du nur wüsstest, wie viele Jahre ich auf diesen Moment gewartet habe. Ach, übrigens. Ich heiße Ritney. Wir werden ein tolles Team abgeben. Milodane. Ähm. Milodane, richtig? Geh ruhig rein. Ich erklär dir alles. Zybrille. Zybrille. Jep. Zybrille. Tschauzen. So. Schön. Finde ich gut. Ich habe das Baier-Solle-Solle-Sagen können. Nicht jeder Baier fährt Ski oder Snowboard oder sonst was. Ich habe es tatsächlich lange Zeit gemacht. Aber, äh, ja. Nee, ist definitiv eine Zybrille. Das sieht ein bisschen aus wie eine Geheimbasis, ne? Willkommen in meiner bescheidenen Bleibe, Milodane. Siehst du den Bauplan an der Wand? In diesem Haus lebte ein Wesen namens Advin. Er war weise und gut und viele verehrten ihn als Gottheit. Ich glaube, er war eher ein Gelehrter. Ich glaube, dieser Bauplan wurde von Advin, äh, von Advin gezeichnet, um eine Maschine zu bauen, mit der man das Haus verlassen kann. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, die Bauteile zu suchen. Und dank dir konnten wir bereits eins ergattern. Ich habe fünf weitere ausgemacht. Sie zu erreichen wird allerdings nicht einfach. Dein Reiseapparat ist beschädigt und du musst nach Hause zurückgehen, nicht wahr? Also hast du keine andere Wahl, als mir zu helfen. Haha. Oh, und ich muss dir ein paar Freunde vorstellen. Plapper, der Kurator des Advin-Museums. Ein wahrlich endloser Quell des Wissens. Und Sicaru, der Nektarbraumeister, der Berg und Tal bereist. Das ist eine Ameise. Du solltest bei Gelegenheit mit ihnen reden. Das Haus ist groß und das Rumlaufen wird dich erschöpfen. Ich konnte dein Seifbrett nicht retten, aber ich habe Ersatz gefunden. Hier, nimm. Ein Seifbrett. Du als Franke nimmst dich da raus? Okay. Weil ich es schon erwähnte, trautest du dir den Satz zu? Ja, 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 ja. Das ist in Ordnung. Ich habe tatsächlich beides gemacht. Als Kind Skifahren gelernt, als Jugendlicher snowboarden. Unter meinem Snowboarden geblieben. Und seit Jahren halt nichts mehr. Weil keine Berge mehr. So. Seifbrett. Nice. Mit ihm kannst du an jeden beliebigen Ort rutschen und schneller vorankommen. Du brauchst vielleicht etwas Übung, aber es wird dir sicher gefallen. Halte X oder RB oder LB gedrückt, um mit deinem Seifbrett zu rutschen. Probier's aus, dann siehst du schon. Wir treffen uns oben. Okay, das heißt... Oh, warte. Oh, eine Sache hätte ich fast vergessen. Siehst du, das niedliche Feldknoll. Das ist einer meiner Assistenten. Sie sind nicht sehr gesprächig, aber äußerst gewissenhaft. Rutsche mit deinem Seifbrett auf seinen Seidenwaden entlang und komm zu mir. Okay. Ich könnte mal Windsurfen ausprobieren. Uh. Ja. Theoretisch. Theoretisch könnte ich das. Das ist richtig, ja. Okay, es gibt tatsächlich drei Tasten, um das zu machen. Warum gibt's drei Tasten dafür? Du willst das motten, Baby? Vielleicht gibt's irgendwann Merch. Vielleicht kann man das als Plüsch kaufen. Okay, was ist das? Springen wir mit deinem Seifbrett auf einen Seidenfaden, um auf ihn entlang zu rutschen. Ja, warte. Alte X, genau das ist das. So. Hi. Seifbrett, nein. Sikaru, naja, nah dran. Ah. Du bist also... Ja, du bist also Mino. Willkommen in der feinsten Brauerei im ganzen Haus. Das ist zufällig auch die einzige Brauerei im ganzen Haus. Seit alle dieses eklige, billige Dummes in sich reinschütten, ist die Kunst der Nektar-Destillation verloren und die Leute sind froh über jedes Gesöffter, das sie in die Fänger bekommen. Du siehst interessiert aus. Willst du mir helfen? In jedem Zimmer kannst du Pollen für mich sammeln, aus denen ich die köstlichsten Tropfen herstellen werde. Okay. Meine Theke ist ziemlich leer. Ich erwarte dich in jedem Zimmer und nehme dir alle wertvollen Pollen ab, die du findest. Alles klar. Gut, das heißt, wir werden jetzt quasi zum Alkohollieferant. Sind das Strohhelme? Das sind Strohhelme, oder? Oh, cool. Aber ich mag das. Ich mag so miniaturisierte Welten. Ich find die großartig. Medbrauerei. Im Grunde genommen ja. Im Grunde genommen ja. Okay. Das ist das. Und unsere Brille wurde zur Windschutzscheibe. Oh wow, das geht ab. Okay, nice. Ah, wie ich sehe, bist du stark klar. Komm mit, ich weiß, wo wir als erstes suchen sollten. Das zweite Bauteil, das wir finden müssen, ist ein Banner, das sich in der Stadt St. Tabe findet. Hier entlang, Milodain. Geh hier durch, sobald du bereit bist. Ja, warte. Du hast gesagt, wir sollen hier noch mit Leuten reden. Also reden wir mit Leuten. Ganz einfache Sache. Oh, Dieb, Ungeziefer, die Sammlung, bring sie zurück. Was hast du mit den Artefakten getan, Schurke? Moment. Das war's nicht du, oder? Nein, Tatsache, du bist zu klein. Hm. Willkommen im Artwin-Museum. Ich bin der Kurator, Plapper. Leider fehlen unsere Einrichtung einem abscheulichen und schändlichen Verbrechen zum Opfer. Der Großteil unserer Sammlung ist verschwunden. Die Riesenkäfer untersuchen die Angelegenheit, aber... Was soll ich sagen? Ich kann jede Hilfe gebrauchen. Bring mir meine Artefakte halt zurück, dann gebe ich dir die größte Belohnung. Mein Wissen. Okay. Das heißt, wir bringen dir was wahrscheinlich. Und dann erzählst du uns darüber was. Das wäre so der klassische Spieleweg für das Ganze. Dieses Museum umfasste die größte Sammlung von Artefakten, die nachgewiesenermaßen Artwin gehörten. 14 Artefakte hatte er genutzt. Unbezahlbare, unersetzliche Objekte, mit denen wir mehr über unsere gemeinsame Geschichte erfahren würden. Du musst uns unbedingt helfen, sie zu finden. Okay. Wissen ist Macht. Nix Wissen macht auch nix. Das ist genau das. Genau das. Okay. Hier ist der Eingang nach Sankta. Die Stadt ist ein heiliger Pilgerort zu Ehren des großen Arten. Das Barna gehört einer frommen Schildwand, den Namen Solaria. Es ist dir sehr wichtig, also wirst du es nicht einfach hergeben. Ich habe einen Ersatzschlüssel für Sankta. Den habe ich natürlich völlig legal bekommen. Hier. Die schlafen und schnarchen. Gott, sind die niedlich. Ich zähle auf dich. Und ich bin schon so gespannt, was du mit den Tinykin anstellen wirst. Ich auch. Die schnarchen. Gott, sind die süß. Oh mein Gott. Oh Gott, sind die niedlich. Okay. Okay, es braucht nur einen für den Schlüssel. Macht irgendwie Sinn. Oh Mann. So. Seine Kind folgen dir nicht in andere Zimmer. Das trauen sie sich nicht. Aber sie warten auf deine Rückkehr. Okay. Verstehe. Ich glaube, ich habe noch nie eine Tür gehört, die sich so massiv und bedrohlich anhört. Großartig. Auf nach Sankta. Okay, Tinykin folgen wir nicht. Ja, das... Tschüss, ihr Kleinen. Ich habe Dinge zu erledigen. Oh. Okay, also gut. So kann man es auch machen. Okay. Wir sind zu euch in Sankta. Glückwunsch, Leute. Die Expedition war erfolgreich. Was für eine Ausbeute. So viele unbekannte Objekte. Und dieses seltsame Relikt. Herr Advin, das brauchen wir, um unsere Mission zu erfüllen. Schwer zu sagen. Aber ich weiß, deinen Enthusiasmus zu schätzen. Es wird Zeit, dass wir das Rätsel lösen, warum der Lobgesang in unseren Köpfen wiederholt. Generationen von Schildwanzen verlassen sich auf uns und Advin höchstpersönlich. Ersten Tod ausgetestet. Ja... Nicht ganz freiwillig. Das gebe ich zu. Oh. Ach, willkommen in Sankta, einem von Advins melodischen Lobgesang gesegneten Land. Nur die Schildwanzen können seine Stimme hören. Seltsam, oder? Dieses Rätsel sträubt sich, gelöst zu werden. Wenn du uns helfen kannst, wissen wir das zu schätzen. Apropos Rätsel. Unsere Missionare haben gerade etwas entdeckt. Ein großes, rundes Relikt. Sieh es dir an. Wenn du es nicht siehst, musst du blind sein. Haha. Es wird nicht einfach werden, Solaria davon zu überzeugen, das Banner herzugeben. Offenbar wollen die Schildwanzen aus Sankta das Advins-Lobgesang für alle ertönt. Aber wie soll das gehen? Ich habe das Gefühl, dass dieses geistrunde Ding Teil der Lösung ist. Und ich frage mich, warum die kleine Schildwanze hier so aufgeregt ist. Okay. Ja, dann sammeln wir als erstes mal Tinykins, ne? Die sind jetzt rot, wie es ausschaut. Das sind diese Pollen, die wir sammeln sollen. Ja, die sind jetzt rot. Okay, cool. Oh, warte mal. Die sind nicht nur rot. Die sind tot. Ich gebe zu, das war jetzt nicht unbedingt das. Rote Tinykin. Lieben es, Sachen in die Luft zu jagen. Sie explodieren, wenn sie mit zerbrechlichen Dingen in Berührung kommen. Ja, die sind nicht nur rot, wie es ausschaut. Ah. Okay. Das muss wohl so. Ich kann nichts dafür. Es muss so. 740 Pollen. Nur, sag bitte, dass das insgesamt im Spiel ist und nicht nur in diesem Level. Gut, abgesehen davon, dass wir dieses Level wahrscheinlich sowieso nicht komplett spielen werden können. Weiß ich nicht. Also, ich vermute mal eher nicht. Weil Demo. Aber 740 ist heftig. Es tut mir leid, aber die explodieren offensichtlich gern. Ich wusste das vorher ja auch nicht. Ich hätte erst den Hinweis lesen sollen. Ich gebe es zu. Aber es ist, äh, ja. Wir werden da nicht drum rum kommen. So schade, wie es ist. So, wo sind wir eigentlich? Warum sind wir hier? Weiß ich nicht. Ich bin da reingelaufen. Okay. Ähm. Oh, nice. Eine Videokassette. Ist das eine echte VHS? Ist eine echte VHS. Okay. Leute. Ihr müsst jetzt ganz, ganz stark sein. Ganz, ganz stark. Wir müssen 8 Heiligens. Ähm. So. Okay. Was war das jetzt? Ich weiß es nicht. Bella, nicht traurig sein. Sieh es mal so. Es ist quasi der einzige Bestimmungszweck der kleinen roten Tinykins. Sie wollen explodieren. Das ist deren größter Spaß. Und deren größte Ehre. Und dementsprechend, äh, ne. Beherzigen wir ihre Wünsche sogar sehr. Ne. Anstatt, dass sie hier irgendwo in diesen komischen Dingern hier vergammeln. In diesen komischen Kokons. Nein. Wir führen sie tatsächlich dem zu, was sie wollen. Wir sind Wunscherfüller. Ah, okay. Sie hatten bestimmt ein gutes, wenn auch kurzes Leben an meiner Seite. Genau. Richtig. Exakt genau das. Das ist äußerst positiv, was wir für sie tun. Wer bist du? Das ist mein Knipser. Instagret. Hallo, Instagret. Oh, du. Das ist schön. Ach, deswegen kann ich pfeifen. Oh, die zu mir zu rufen. Alles klar. Okay. Das ist mein Knipser. Man drückt den Knopf, stellt sich vor das große Auge aus Glas. Und bam. Er macht ein Bild von dem, was er sieht. Er ist ziemlich schwer. Aber meine Follower helfen mir, ihn zu tragen. In jedem Zimmer habe ich mindestens ein Bild von mir. Okay. 25 braucht es, um den wegzutragen. Okay, das heißt, wir suchen kleine Tinykins. Hi. Wer seid ihr? Ich habe es gesehen. Dovakin. Da drin, ganz unten im Schrank. Ein Monster. Das war gigantisch. Und das hatte überall Haare. Röse Augen. Gefährliche Reißzähne. Das wollte mich ins Stück gereißen. Aber wie kann es sein, dass du noch hier bist und davon erzählen kannst, wenn das Monster so furchterregend war? Durch eine Lücke konnte ich entwischen. Und dann habe ich den Eingang verbarrikadiert. Denkst du, das nehme ich dir ab? Hm. Wir brauchen jemand Neutrales. Du, mit den seltsamen Haaren. Kannst du uns Beweise bringen? Ein Zahn, Haare oder eine Zeichnung? Beweise, dass sich wirklich etwas in dem Schrank befindet. Sonst wird Dovi nie die Klappe erhalten. Ach, ich... Ach, ich hab's. Du sollst zu Instagram gehen. Das ist eine Ameise, die hier sehr beliebt ist. Ja, okay. Dafür brauchen wir also... Okay, verstanden. Verstanden. Ist ja dein Gerät, das uns helfen könnte. Okay. Das heißt... Ja. Ich weiß nicht wo, aber... Find man schon, ne? Irgendwo. Oh. Ich dachte erst, das ist ein Puppenhaus. Aber nein, das ist ein Bücherhaus. Interessant. Dovah ist eine Ameise. Ja. Ja. Hier sind relativ viele Ameisen. Und was seid ihr denn? Expressius. Heute gibt's keine Wurst, mein Freund. Unsere Zusteller sind verschwunden. Sie haben ihre Frachter einfach weggeworfen. Wenn du in St. Da irgendwelche Briefumschläge findest, könntest du sie bitte in den Briefkasten von dem Schalter einwerfen. Okay, also quasi. Dich. Da. Oh. Es gibt Pollen. Nice. Wer sagt das dem realen Dover? Bitte? Hey, du kannst dich einfach in deiner Postfiliale aufkreuzen und erwarten, dass der Schalter offen ist. Hörst du? Ach so. Ja gut, das klingt ganz klar nach Post. Erinnert mich sehr an... Oh. An den Paketshop, an den öfter mal Pakete von mir gehen. Wenn nicht gerade, ne? Wenn Packstation voll ist oder sonst was. Am Samstag von 11 bis 12.30 Uhr offen. Ja. Ist halt total lächerlich. Kann man auch gleich zulassen, in meinen Augen. Aber, ja. Gut. Hi. Wer bist du? Wer bist du? Quikon. Der Schildschwanztrop ist wieder in St. Da, oder? Das ist erfreulich. Mein kleiner Bobby, waren wir sicher bei Ihnen. Vielleicht, hoffentlich, stattet er seinem alten Meistern einen Besuch ab. Was, Bobby, waren? Okay. Bobby, waren. Ne? Ist das klar. Klingt nach Speed abholen. Das klingt eher nach eineinhalb Stunden lang anstehen, weil ganz Bremen vor diesem Schalter steht. Und die von fünf möglichen Schaltern vielleicht zwei aufhaben. Es ist jedes Mal zum Kotzen. Hallo, die... Hallo, junge Larve. Du gehörst hier nicht hin. Die letzte Metaphrose ist ein Heim für alte, erschöpfte Insekten, die Leben in Adventsobwut ausklingen lassen wollen. Okay. Das, äh... Oh. 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 Das sind Pollenbaguettes und Pollen-Simmeln. Nice. Gallifat. Soll das ein Witz sein? Ein halbes Dutzend Eierlein für einen einzigen Leib Brot? So viel kostet es momentan. Wir haben eine selten Lieferung aus Ambrose. Sei froh, dass ich noch gutes Brot backen kann. Bei dem wenigen Mehl, das ich habe. Gutes Brot? Das Essen im goldenen Mutterkorn ist schon seit jeher kaum genießbar. Und jetzt sind die Preise auch noch astronomisch. Ich werde woanders einkaufen. Ja, ja. Wenn du wiederkommst, um dich zu entschuldigen, vergiss nicht, ein Dutzend Eierlein mitzubringen. Wir stecken in einer Krise. Die Preise klettern nach oben. Gott, sind die niedlich, wenn die pennen. Voll gut. Okay. Obacht. Baguette-Explosion. Äh, Croissant-Explosion. Das ist nicht nett, aber... Es geht um Nektar. Nee, Pollen. Entschuldigung. Ähm, musste. Ich konnte dem Drang nicht widerstehen. Oh, 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 oh. Oh nein. Die letzten roten sind weg. So. Oh. Oh. Warte mal. Neben Zwischenboden ist nichts von Relevanz für uns. Oh, da oben sind noch ein paar neue. Bin ich dem gerade aus Versehen auf den Kopf gehüpft? Das, äh, tut mir vielleicht leid. Aber auch nur vielleicht. Okay. So, Ersatz. Wunderbar. Oh, Entschuldigung. Hey, du. Mit den komischen Ahren. Aber du musst erst klopfen, bevor er das Zuhause von ehrlichen Rantan betritt. Keine Sorge, mein Vögelchen. Er scheint ein Weicher zu sein. Wenn ich einmal mit dem Nudelholz zuhaue, ist er platt wie eine Flunde. Ähm. Gut. Okay. Rentner. Freundlich wie immer. Kennt man, ne? Den ganzen Tag nichts zu tun. Aber keine Zeit haben und über Dinge meckern. So. Warte. Wer bist du denn? Oh. Oh. Zaghaft. Reisender. Hast du die Zeichnung von dem Tardigrate gesehen? Sie ist hier auf dem Relikt zu sehen, dass sie Schildwanzen gefunden haben. Das ist die gleiche wie die über dem Schrank, auf dem sich die koptische Maschine befindet. Sie werden es bald herausfinden. Lass dich lieber in Ruhe. Und dann nimm dich in die Nachtreisender. Okay. Willst du streicheln? Ja. Ich habe auch das wahnsinnige Bedürfnis hier gefüllt, alles zu streicheln. Weil niedlich. Hoppala. Das war nix. Ähm. Ähm. Okay. Okay. Wer bist du? Wer bist du? Eine charmante Dame. Eine charmante Dame, der ich im Bruch begegnet bin, hat mir von ihrem Malheur erzählt. Hier ist ein wertvoller Edelstein in die Bilderkiste gefallen. Du siehst ziemlich gelenkig aus. Kannst du da vielleicht hineinklettern und die Maschine wieder anschalten? Nur so können wir den Edelstein dort herausholen. Das spitze Werkzeug da oben könnte dir sicher dabei helfen, die Kiste zu öffnen. Ich würde sagen, um da heranzukommen, brauchst du zwei Schwebeblasen. Oh. Es wäre besser, wenn ich nicht beim Rumschnüffeln gesehen werde. Bring mir den Edelstein, falls du ihn findest. Okay. Wir hatten vorhin so ein Dingens, das eine Schwebeblase dargestellt hat. Irgendwie so eine Level-Leiste. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir das tun können. Wir haben nämlich bisher nur eine. Wir brauchen aber offensichtlich zwei dafür. Um darüber zu... Das ist voll das Riesen-Level, fällt mir gerade auf. Ach du Scheiße. Und gegen das ist meine Wohnung ordentlich. Und die ist schon Chaos teilweise. Wow. Okay. Cool. Die Trampolin-Mechanics sind gefühlt immer das Schwerste zu meistern. Ja. Ja, ja. Ist wirklich so. Die werfen einen irgendwie so aus allem raus. Und dann bist du erst mal damit beschäftigt, rauszufinden, wo du landen wirst. Und ja. Okay. Sehr gut. Oh, warte mal. Die Dinger... Okay. Die Videos kann ich offensichtlich bewegen. Ich weiß nur nicht, ob meine Dinger schon reichen. Aber ich brauche noch einen dafür. Ach so. Ja, das ist einfach. Gut. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ah. Okay. Das ist praktisch. Ich habe mich gerade gefragt, was denn das bewirkt. Aber das ist gut. Ah. Nein. Hm. Shit. Ein kleines bisschen zu spät gedrückt. Oh. Kein Problem. Tatsächlich kein Problem. Oh, dann macht das hier einen Kratzbaum. Das ist ein Kratzbaum, oder? Also, das sieht zumindest so aus. Oh, shit. Ist doch ein Problem. Nee. Ist kein Problem. Gut. Sehr schön. Wir sind übrigens nur um Erkunden. Wir machen null Story gerade. Wir laufen einfach nur durch die Gegend und machen Dinge. Das ist... Ich finde das super. Das ist ein Spiel, das voll nach meinem Geschmack ist. So, jetzt. Einfach nur rumlaufen und Dinge entdecken. Oh. Da. Oh, warte mal. Kann ich dich benutzen? Kann wir da durchschauen? Oh. Okay, das stimmt nicht ganz, was da angezeigt wird. Nee. Leider nein. Oh, schade. Das siehst du auch schon, wenn das Spiel irgendwann rauskommt, man ist nur um Erkunden. Ja. Voll gut. Voll gut. Okay, ich weiß nicht, wozu wir das brauchen, aber ich nehme es mal mit. Besser haben, als brauchen. Aha. Okay. Das ist praktisch. Eine Play-Taste kann man doch immer brauchen. Ja, total. Die Frage ist nur, wo wir sie einsetzen. Und für was? Wahrscheinlich gibt es irgendwo ein Gerät, wo diese Taste fehlt. Sowas in der Richtung. Wie ich mich selber zurücklehne, um was zu sehen. Ja, es ist furchtbar. Ich mache das auch in Rennspielen. Oder so. Ich bin immer der Typ, der so vorm Monitor sitzt. Je nach Kurve halt. So. Ach so, ja, scheiße. Ich habe ja keinen Doppelsprung. Okay. Okay. So. Okay, da. Zauberwürfel. Neuer Shortcut Das ist auch voll schön, dass wir hier die ganzen Shortcuts haben Voll gut Ich bin mega begeistert von dem Spiel gerade Du dachtest, ich werfe die Tasse ganz langsam runter Nee, nee, nee Tatsächlich nein Ich dachte auch eigentlich, dass ich sowas in der Richtung machen muss Und dann war es nur das Lineal Dass ich, sag ich mal, in die richtige Position bringen musste Okay Wie die auch immer jubeln Das ist voll schön Oh, warte mal Da sind noch ein paar Oh Sehr gut Da wollte ich sowieso noch hin Um zu gucken, was da ist Ich wusste nur noch nicht, wie ich zurückkomme Was ist denn hier hinten? Okay, nee, da gehen wir noch nicht hin Schade Hey Oh, das wollte ich gar nicht Naja, ähm, hier Hey, hey du Hast du meine Tochter Melodie gesehen? Ich wollte sie abholen, weil sie nicht zum Abendessen nach Hause gekommen ist Sie ist oft hier und stimmt dieses alte Klavier Aber mittlerweile sollte sie zu Hause sein Und langsam werde ich nervös Ich muss hierbleiben, falls sie kommt Vielleicht weiß jemand, warum sie verschwunden ist Nicht weit von hier ist das, äh, Felix Im Restaurant Im Katzenbaum Vielleicht hat dort jemand etwas gesehen Okay Ein Restaurant im Katzenbaum Ich frage mich gerade Was da wohl serviert wird So, erstmal nach oben klettern Und erstmal Stuff mitnehmen Erstmal Stuff mitnehmen Ich vergesse Dass wir ja sowas wie ein Seifenbrett haben Und wir damit auch ein bisschen schneller unterwegs sein könnten Theoretisch Wenn man denn Lust drauf hat Oh Praktisch Sehr praktisch Oh, cool Zwei von den Roten Für zwei von den Pinken Wunderbar Du bist auch voll begeistert Ja, ist ein mega gutes Spiel Du, du Du, du Nein Du, du Schubidu, du, du Ah Schubidu, du, du Nein, das braucht noch etwas Schliff Okay Stellt euch das in SingSong vor Oh, okay Ja gut, dass ich mit einer Seife nicht nach oben rutschen kann Macht irgendwie Sinn Wenn man so drüber nachdenkt Macht das erstaunlich viel Sinn So, was haben wir hier? Oh, einen Brief Sehr gut, mitnehmen Jungs Da Ich finde die Dinger so cool Ähm Dann hier rüber Kurz ins Restaurant Schauen wir mal, ob wir die Quest lösen Können Falsche Taste Ich habe drei Tasten zur Auswahl Um mit dem Seifenbrett zu fahren Ich nehme garantiert die falsche Das ist ja Ach Gott, ey So Jetzt aber Und ab Ja, sag ich doch Ich habe mich tatsächlich schon gefragt Wie wir diese Pollen hier einsammeln sollen Weil das erschien mir erstmal Nicht so ganz möglich Ich frage mich ein bisschen Was das hier ist Ist das einfach nur ein Aussichtspunkt Oder ist das eine Art Altar Man weiß es nicht so genau Naja Okay Ähm Was ist denn das eigentlich? Eine Taschenlampe, oder? So eine alte Oh Oh Auch praktisch Viele meiner Assistenten Stecken noch in ihren Seiten Kuchen aus fest Aber mit einem Wumms Hilfst du ihnen da raus Alles klar Verstehe Ja Pollen, Pollen, Pollen Mehr Pollen Mehr Tinykins Komme ich hier runter? Ja Waren wir hier schon? Nein Das ist ja auch irgendwie voll niedlich Der kleine Nachttisch Aus einem Korken Oh Das ist auch schön Oh, warte Warte, warte Oh Wusste ich es doch Da Okay Noch ein Brief Äh, da Okay, warte Jawohl Damit dürfen wir hier alles haben Textmarker Somit ist nun definitiv geklärt Das sind Motten Hö Inwiefern? Was hat das definitiv geklärt? Ich bin verwirrt Ich hätte gerne die Pfannenkarotten Aber ein paar Milligramm Muss ich noch abnehmen Milligramm Ach, Seidenkokon Achso Ja, okay Die Dinger Ja, 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 ja Okay Ja, ja Macht Sinn Gut Äh, nein Falsch Falsche Taste Hey, der neue Tisch wird vom Boss Äh, wird dem Boss gefallen So schön schwarz Und wie er glänzt Schade, dass wir nicht mehr davon bekommen können Über Nacht ist er von Wer weiß wo runtergefallen Fast hätte ich das Zeitliche gesegnet Es kam aber niemand, um ihn zurückzuholen Okay Dammit Wir haben einen zu wenig Oh nein Scheiße Weil wir zwei Briefe und einen Playbutton dabei haben Haben wir jetzt einen zu wenig Ja, okay Das heißt, wir kommen da später Nochmal Okay Ein Lauchkartar, bitte Hättest du es lieber roh oder angekokelt? Okay Angekokelt ist immer gut Sobald unsere Aufgabe hier erledigt ist Verlassen wir diese Kloake Seht ihr das an? Ich bestelle Apfelspalten zum Nachtisch Und sie bringen mir breiige Pampe Das ist Apfelkompat, mein Guter Eine hiesige Spezialität Hiesig was? Du meinst wohl barbarisch Ich seh nämlich so nach unserer Hauptstadt Okay Alles klar Die sind nicht so nett, wie sie ausschaut Also zumindest sind sie nicht Nicht nett gelaunt Zu viel Essen Was hat das? Was? Hattest du? Ne Du hast vielleicht Aha, du hast noch Dialog Ach, du bist Moment Ach Du bist der seltsame Typ, der gerade angekommen ist Entschuldigung, das meine ich nicht so Ich bin der Besitzer dieses hübschen Etablissements Hier im Felix brodelt die Gerüchteküche Die meisten Gäste sind Touristen, Reisende Die haben immer was zu erzählen Jedenfalls habe ich noch nie jemand gesehen Der so aussieht wie du Ja Ich weiß auch nicht, warum wir Ich glaube, wir sind irgendwie so Liebling Ich habe die Kinder geschrumpft Sowas in der Richtung ist hier passiert Okay Was wir hier kochen, schmeckt nicht besonders gut Aber wir geben viel Pollen dazu Dann schmeckt es ganz gut Das ist quasi eine Magieküche So mehr oder weniger Oh, 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 oh Moment Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon Dann haben wir das Regal hier bald fertig Ich weiß nicht, was die hier machen Da unten sind auch nur rote Tinykins Ich bräuchte noch einen pinken Tinykin Einen einzigen Und bald auch mal wieder ein paar rote Jetzt sagt niemand, was du vermisst, ein Tochter gesagt Das stimmt, aber Ich gehe mal davon aus, dass das hier auch noch Äh Fast weiter geht hier Schauen wir mal Ne, das hier ist eine Bar, oder? Eigentlich wollte ich heute Abend deinen Witz erzählen Aber lassen wir es lieber Er war zu schäbig Erzähl ihn trotzdem Das war der Witz Schäbig Scham Verstehst du? Die Animation dieses Grinsen Schaben Schäbig Bist du dafür bezahlt? Der Witz ist zu schäbig Ich bin so gut Ich möchte mit dem Boss sprechen Ja Schön Okay Mann, ich kann nicht mehr Advins Lobgesang Macht mich verrückt Ich weiß, es soll ein Segen sein, aber Wir wissen alle, wie es ist, Kumpel Wir versuchen doch, einen Weg zu finden, damit er aufhört Wie wäre es bis dahin mit noch einem Drink? Hilft er? Eigentlich nicht Und der Nektar hier schmeckt ziemlich übel Und ich habe gesehen, dass der Barkeeper hinter dem Tresen drei Flaschen hat fallen lassen, während wir uns unterhalten haben Benutzen sie hier nur Sachen, die zu Bruch gehen? Wegen des Namens der Bar? Entweder das, oder es ist Versicherungsbetrug Ich glaube, meine Teilchen haben auch so viele getrunken Schön Igitt, was ist das für ekliges Zeug? Nektar Wie immer Was hast du damit gemacht? Der schmeckt wie fermentierter Schneckenschleim Bitte was? Ach Mist, ich habe die Flaschen vertauscht Tut mir leid Hey Was habe ich getrunken? Schleim Aber der war nicht fermentiert Da passiert nichts Aber Normalerweise trinkt man ihn nicht Sondern trägt ihn auf die Haut auf Er belebt sie Möller Ich lasse dich gleich von der Wache beleben Wenn du nicht sofort die Klappe hältst Ja Ja, ich gehst mir Nee, ich mache mir nicht noch reif So kriege ich die Kneipen Hier, mach aus Nicht sicher Hicks Du bist ja die Widerlichste Bis dann, hoffentlich an einem erfreulicheren Ort Okay Ja, cool Kneipentour Oh, tschuldigung Kastel Das tut Bärölbstier Die Tannys sind eingebettet vor Langeweile Ja Ja Wenigstens schlafen die Nicht so wie Sammy die dann mehr Aufmerksamkeit will Wie die Schrift vom Schwibsel schwubbelt Ja, sehr schön Voll gut Wirst du zum ersten Mal hier Willkommen im Bruch Hier servieren wir den besten Nektar im Haus Aber ob das was für dich ist Wer weiß Die Gläser sind nicht bruchsicher Und das Getränk ist nichts für schwache Nerven Wie dem auch sei Heute Abend tritt hier ein Komiker auf Er ist Ach, das kannst du selbst zuurteilen Ja, ja, schäbig Das Ja, wir wissen schon Das Comedy-Programm hat sich uns schon voll und ganz erschlossen Es war Furchtbar Furchtbar Okay Aber wir haben tatsächlich keine Info bekommen zu Dingens, ne? Zu vermissten Hier ist tatsächlich niemand, der irgendwelche Infos hat Genau Du bist der neue Tischtyp Ihr seid die, die hungrig seid Mit euch beiden habe ich Ihr sagt auch nicht mehr Ja Mit euch beiden hatte ich auch das Vergnügen Oh Okay Damit ist hier erstmal alles erledigt, ne? Hm Ja, scheint so Ja, doof Es tut mir leid, du da hinten Ähm Wir haben noch keine weiteren Infos Ich Ich suche aber weiter Versprochen So Erstmal hier Schön brav Zeug sammeln Was? Nein Oh nein, wir haben keine roten mehr Oh nein Wir haben keine Ah Wir haben keine roten Teinichens mehr Das ist jetzt Hi Ich brauche aber mehr als die zwei Äh, drei Egal Zählen Es ist zehn nach elf Da muss niemand mehr zählen Das Das ist zu spät Oh Okay Okay Merken Wasser nicht gut Einfach mal werfen Ja, ich dachte mir Warum explodiert das nicht Weil Okay Es ist auch irgendwie schön Tatsächlich einfach mal werfen Hallo Frosch Oh, warte mal Die Musik hat sich verändert Die Musik hat sich verändert Oh Pinke Teinichens Hallo Hallo Wir schmutzern die Tempelwende nicht noch abauke Aber mein Herr Das ist nicht meine Absicht Ganz im Gegenteil Ich bin ein Mistkäfer Versteht ihr Wie kümmert man das um den Dreck Andere Leute Den ja nur eine Last ist Zu viele Worte Zu kompliziert Aber ich schmutz nicht Helfort Ich gehe da mal lieber So Was ist das hier? Ah ja Sehr schön Ah Fuck Meine Nase Falls ich euch mal irgendwie anrotzen sollte Gefühlt Es tut mir leid Meine Nase füllt sich irgendwie gerade mit Rotz Ich habe eine kleine Zeichnung von Adwin Als Opfergabe an die Wand gehängt Ach schön Was ist das hier? So eine Art Man weiß es nicht Die Mistkäfer dürfen bei dir einziehen Die machen den Dreck weg Ja Die dürften bei mir auch rein Das Da hätte ich gar kein Problem damit So lange sie ihn rausbringen Ist alles gut Ähm Okay Er ist geschossen aufgeräumt Wer bist du? Okay Mehr interessiert nicht Alles klar Das ist in Ordnung Äh Warte mal Das ist nicht der Vorstehen wir kennen Ähm Das heißt wir gehen hier mal Wer bist du? Ja Wo ist das Tempel? Es hat uns viel Zweck gekostet Aber hätte Adwin das zu schätzen gewusst? Who the fuck ist Adwin eigentlich? Das weiß Das hat uns bisher auch noch niemand verraten Wer oder was ist er? Außer dass er angebetet wird Von So vielen Ähm Kreaturen Hi LP Hallöchen Und willkommen bei der wohl niedlichsten Demo dieses Abends Du bist eine Art Priester oder? Moment Warum hören die Schildwanzen Adwin ununterbrochen? Ihr aber nicht Die Wege des Adwin sind unergründlich Er hat die frommen Schildwanzen auserwählt Er steht uns nicht zu den Schöpfer zu hinterfragen Thomas Oh Gott Das sind Priester Okay wo bringt ihr das hin? Ihr wisst offensichtlich mehr als ich gerade Ich habe euch einfach nur geworfen Weil es markiert war Aber was macht ihr damit? Okay Oh Oh Ich glaube das sind Stückchen Butter Der Frosch braucht seinen Stock Ja das habe ich auch gerade gesehen Finde ich Interessant Aber warum braucht der seinen Stock? Was haben Frösche mit Stöcken zu tun? Oh das sind die Wellen Die Wellen nehmen lange Und können sich an Dinge erinnern Ich weiß dass du nicht von hier bist Ich habe dich von dort oben aus beobachtet Und dein Misstrauen gespürt Du verstehst unsere Innenbrunst Unseren Glauben nicht Adwin Du hast noch nie eins der Wunder miterlebt Die er vollbringt Seiner Gunst verdanken wir unser Leben Lautlos Im Dunkel Repariert Adwin die Löcher in unseren Wänden Schockt unsere Vorräte auf Und sorgt für unser Überleben Das ist die einzig richtige Reaktion Auf so eine Ansprache Leute Es sollten mehr von euch schlafen Das ist ein Regenfrosch Da kann man mit dem Stock über seinen Rücken streifen Und Musik machen Aha Ist das ein Real Life Ding? Also gibt es das tatsächlich? Sagt mir nämlich dann Relativ nichts Tatsächlich nichts Nicht nur relativ Okay Es gibt Frösche die Musik machen Wenn man ihnen über den Rücken streichelt Mit dem Stock Wann ist die nächste Froschwanderung? Achso Nee Okay Gut Ähnlich wie eine Ocarina Okay Aus Ton Achso Das sind genau diese Holzfrosche Achso Okay Ich dachte jetzt gerade Echte Frösche Die machen vielleicht auch Töne Wenn du ihnen mit dem Stock Über den Dings streichelst Aber Über den Rücken Okay Ich kenne diese Holzfrosche Tatsächlich nicht Noch nie gesehen Das war halt für mich ein Holzfrosch Der jetzt Warum auch immer Einen Stock im Maul hat Was denn? Ich kenne die nicht Woher soll ich die kennen? Ihre Geburt Nadine und der Priesterin Er ist Advent Du Volltrottel Ihre Geburt Baldwin und der Priesterin Ihre Geburt Baldwin und der Priesterin Ihr seid ja auch zwei Helden Schön Ah okay Okay Kindheit Nee Nicht in meiner Nicht in meiner Zum Glück verbreiten die Libellen immer dein Wort Wir werden sie hören Bis du zurückkehrst Okay Wir können Adwin nicht hören Ich bin ja nicht der Hohlste Äh Helleste Aber ich finde wir sollten tun Was die Schildwanzen sagen Okay Da Es ist schon nicht einfach Ich versuche einen Grund zum Beten zu finden Aber alles ist so toll Ich bin so ein Glückspilz Meine Familie liebt mich Ich habe mein Vermögen geerbt Und drei von vier Malen Vergiss die Regierung von mir Steuern einzufordern Was für eine Bürde Ja gut Okay Cool Das nenne ich ein Leben Brumbledore Okay Unsere Vorfahren Sprach Adwin Wieder Eure Arroganz und Stolz Habt ihr Bescheidenheit und Mitgefühl gewählt Wieder Niederträchtigkeit und Zwiedracht Habt ihr Gültigkeit und Mithilfe gewählt Ich kann euch nichts mehr lehren Ihr findet nun selbst euren Weg Mein Zuhause ist nun euer Zuhause Und sollte eines Tages die Abmachung ins Wanken geraten Erinnert euch an diese Worte Diesen Moment und diese Stimme Dann selbst wenn ich vor Ort bin Wache ich über euch Es ist meine Pflicht Gegenüber den Geopferten Welchen Geopferten Darfst du mit ihm tauschen Ja ich würde auch ganz gern tauschen Ganz ehrlich Ja Voll gut Das klingt nach einem stressfreien Leben Weil Ja Juckt halt nix mehr Finde ich Finde ich super Finde ich voll gut Okay Ähm Wie viel Achso Keine Da war ja was Wir haben hier keine roten mehr Wir haben wieder rote Die Sache ist Jetzt will ich sie sofort dafür verschwenden Ja Die Antwort ist ja Natürlich will ich das Das finde ich nachher sonst nie wieder So Wunderbar Unser Onkel sagt Wenn wir ein Problem haben Sollen wir herkommen Und zum großen Adwin beten Aber er antwortet nie Vielleicht ist er schüchtern Ja Das 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 ist das Problem Das ist definitiv das Problem Adwin ist schüchtern Definitiv Nicht mehr ich bin halt genug Mich daran zu erinnern Aber zu Adwins Zeiten Leben wir Schildwanzen im Garten Mit den Mantis Damit waren sie nicht noch Noch nicht ganz so irre Ob ihr es glaubt oder nicht Als Adwin verschwand Baten die die Bälle noch zum Hilfe Riesenkäfer können gut auf Sachen einschlagen Aber es darum geht Graue Zellen zu nutzen Sollte man uns fragen Hahaha So Wie lange spielen wir die Demo schon Das ist eine gute Frage Ähm Keine Ahnung Schon wieder einer zu wenig Oh man Ähm Ne tatsächlich Keine Ahnung Wie lange wir die schon spielen Das ist eine sehr 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 gute Frage Oh hi Ach Da ist Rhythmie Ach Gott Den habe ich komplett vergessen Ich habe komplett übersehen Dass wir hier eigentlich noch eine Quest haben Also mehrere inzwischen Warte mal Kann ich Oh nee Schade Ich dachte das ist jetzt wie eine Halfpipe Oder wie eine Sprungschanze Weniger wie eine Halfpipe Ähm Ähm Wo wollte ich denn eigentlich gerade hin Wo war ich denn Ach hier hinten Oder Ja genau Hier war das So Ich liebe es auch wie die kleinen Chiren Wenn wir irgendwas kaputt machen Oder irgendwas schaffen Scheint eine große zu sein Das ist tatsächlich eine große Demo Ja Ich bin selbst ein bisschen überrascht davon Ich hatte die nicht so groß erwartet Zumal die beiden Demos davor Relativ kurz waren Oh nein Ähm Scheiße Wir brauchen die Pollen Leute Ohne geht nicht Wir sind schon bei über 500 Ich glaube knapp 600 Wir müssen jetzt Pollen sammeln Jetzt sind wir bei über 600 Ja Das hält nicht so lang 100% Run Ja 100% nicht vielleicht Oder vielleicht nicht unbedingt Aber So viel wir halt finden Und solange noch Sachen so offensichtlich sind Gibt es halt immer noch Dinge Also ich werde jetzt nicht hergehen Und wie viel waren das 750 von den Dingern Das ist dann schon ein bisschen arg viel Das muss dann auch nicht unbedingt Aber Es gibt immer noch Bereiche Wo wir noch nicht waren Wir waren zum Beispiel noch nicht beim Doch wir waren beim Fernseher Wir waren vor dem Fernseher Aber wir müssen eigentlich noch in den Fernseher Wie kommen wir in den Fernseher? Indem wir irgendwo Wo waren das? Von irgendwo her einen Schraubenzieher bekommen So Schraubenzieher Braucht aber zwei Luftblasen Zwei Luftblasen haben wir noch nicht Wir haben jetzt gerade mal ein Ein Wenn es gut geht Ein Ohpala Ein, ein Viertel Ähm Dann würden wir wahrscheinlich auch da rüber kommen Und dieses Game noch nicht mal ein richtiges Release hat Ja Das ist halt tatsächlich auch nur eine Demo Ich liebe es aber Wenn Demos umfangreich sind Das ist einfach nur großartig Das ist Mega Bin ich immer sehr, sehr groß Sehr, sehr großer Fan von Okay Sollen wir mal ganz kurz Die Quest starten Die wir eigentlich starten sollten Und hier mit dem Typen reden Also nicht mit dir Sondern Mit dir wahrscheinlich Nee, nicht mit dir Na egal Dann reden wir halt Ja Die Töne Oh, die Töne der Gitarre sind großartig Voll gut Ähm Wo sind wir eigentlich? Das war jetzt beim Klavier, ne? Ja Genau Hauptquist ist jetzt Findet den Playbutton Ja, richtig Und wir haben auch noch zwei Briefe für Für die Poststation dabei Und ich hab vergessen, wo die Poststation ist Ah, nein Ah, 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 ah Shit Oh, mein, da gehört's Am Fenster ist der Schraubendreher Ja, okay Gut Aber wir kommen da auf jeden Fall noch nicht hin So, das, das, das ist Fakt Unumstößlicher Fakt sogar Und das ist gerade eines der Problem Das ist gerade tatsächlich eines unserer Probleme Die wir haben So, was sagst du? Sei im Wasser vorsichtig Die Technik in deinem Anzug darf nicht nass werden Ja, das haben wir auf die harte Tour herausgefunden, ne? Nur die harten kommen in den Garten In der Gitarre waren auch noch so goldene Dinge Ah, warte, 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 warte Stimmt Die hab ich auch gesehen Hab sie aber schon wieder vergessen Ähm Oh, ja Oh Oh Das ist auch eine Art Bar Achso, und du bist, äh, frustriert Ich hab bei Subway bestellt Erstmal kam der Fahrer erst nach knapp zwei Stunden Und dann hast du auch noch was Falsches bekommen Weil die Verando deine Bestellung verkackt hat Oh, je Ja, das ist, äh Ja Ich hoffe, es war für, äh, ne? Es ist, äh Wenn es wenigstens für zwei Stunden angekündigt ist, ne? Das ist so die Sache, wo ich sage, okay Ne? Wenn ihr schon sagt, ihr braucht zwei Stunden Dann Ja, okay Ist halt dann so Da kann ich dann mit leben Aber wenn es einfach so zwei Stunden dauert Gerade wenn es schneller angekündigt war Und wenn dann auch was falsch ist Ja Ja, Lieferando schreiben Einfach Lieferando schreiben Die sind dann meistens sehr kulant Was das angeht Aber nervig ist es halt trotzdem, ja Ähm Noch eine Bar Ja, ich weiß noch nicht, was das ist Das ist Weniger Bar als Konzerthalle Guck mal Hörst du das? Ich habe eine Gänsehaut Ja, ich höre es Eine Hymne auf das Glück Eine Bejahung des Lebens Das ist genau das Richtige für mich Eine neue Shit Ich habe zuvor den Knopf gedrückt Moment Eine neue Obsession Okay Er spielt dieses Lied so gut Als ob er es selbst geschrieben hätte Okay Im Tempel wurde jemand gesucht Der die Leute Advents Lobgesang lehrt Ich organisiere musikalische Spektakel Und hatte da eine Idee Die beruflte Band Äh, die beruflte Band Im Haus zu engagieren Leck Okay Okay Ah, Lexi Ah, wie cool Oh, Fanboy Fangirl Das ist, äh Eine Ameisenband Sieht man auch nicht alle Tage Was für viel Oder wie viele kleine Details Hier drin sind Das ist so schön So cool Es ist voll gut Die Knopfstühle Ja, voll geil Ich liebe bisher alles An diesem Spiel Also wirklich alles Ohne Ausnahme Ich bin mega begeistert Außer die Standard Äh Ich lande die Einstellung der Kamera Ne, scheiße Das war das Spiel davor Entschuldigung Bin schon ruhig Ich liebe alles an diesem Spiel Ist das eine Zieharmonika? Was ist das? Tatsächlich eine Zieharmonika Okay Au, warte mal Es gibt mehr als 740 Aber das hat jetzt Ein schönes Geräusch ausgelöst Das uns einen Erfolg bestätigt Aber Für, für was? Für, für Dings Also Was, was passiert jetzt? Die Kamerageschwindigkeit War etwas schnell Äh Es war etwas schnell Ja Vorher ein Hellpye Das war tatsächlich zu heftig Das war so Weg Du bist eigentlich recht häufig Dann hast du Ein paar Mal angerufen Und am Schluss meint er dann Weil der Stammkondin bist Du hast das nächstes Mal Anrufen Dann tut er dir was Gutes Immerhin etwas Okay Na gut Immerhin etwas Ja Hoffentlich passiert dann auch Tatsächlich was Und es war ungefähr 40 bis 55 Minuten angekündigt Hast du nicht mal das halbe Sorte Dann gegessen Weil nicht das drauf war Was du wolltest Dass es dir nicht geschmeckt hat Ja Okay Bis jetzt nach deiner kurzen Abwesenheit Wieder hier für bessere Laune Ja Schau dir dieses wunderbar niedliche Spiel an Es ist einfach nur großartig Alles daran ist großartig Es ist bunt Es ist quietschig Es ist Es hat Ja Schlafende Tinykins Schlaft Jetzt Moment Hier Versammelt euch Und jetzt Schlafen Das ist nicht versammeln Das ist Gruppchenbildung Und einer steht ganz allein da Du tust mir leid Moment Moment Flo du kommst genau im richtigen Moment Hallöchen Dankeschön für den Raid Es tut mir leid Dein Raid ist gerade so spannend Dass offensichtlich meine Tinykins hier einschlafen Bis auf die drei Die was dabei haben Aber Ja Es tut mir leid Aber sie sind so niedlich Wenn sie schlafen Deswegen mussten wir sie gerade mal schlafen legen Schön Was gab es bei euch Was habt ihr gemacht Massenschnarchen zum Raid Ja genau Massenschnarchen zum Raid Genau so schaut es aus Ja Hi Willkommen bei Bennys lustigen Demotag Wir spielen heute Steam Demos Einige davon Das ist jetzt die dritte Und wir haben gerade Lara entdeckt Ich habe dunkle Grotten In Vergessenheit geratene Höhlen Und uralte Grüfte erkundet Aber dieses Relikt Die Spalte in der wir es gefunden haben War so eng und instabil Sie ist eingestürzt Als wir sie verlassen haben Aber kurz vorher Habe ich etwas seltsames gesehen Einen großen Augeapfel Der uns im Dunkeln anstarrte Nur ein violetter Schimmer umgab ihn Schade dass wir nicht nochmal hingehen Und es uns genauer ansehen können Violett Tatsächlich violett Warte mal Das war eine CD Die die da hatten Keine Blu-ray CDs hatten grüne Laser Hm Ja ok So Ein Schalter Das Essen Massagestuhl Ne Ok Kein Massagestuhl Aber Oh Ein toller Stuhl Sie sind wirklich sehr süß Wenn sie schlafen Die sind mega niedlich Wenn sie schlafen Die sind auch so mega niedlich Aber wenn sie schlafen Halt besonders So wie Hunde So wie Hunde So wie eigentlich das meiste Ok jetzt sind wir offensichtlich Hier Wo auch immer hier ist In diesem riesigen Zimmer Das wahrscheinlich gar nicht mal so groß ist Aber aufgrund unserer Minimalen Größe Einfach riesengroß erscheint Ein bisschen Training für DS2 All Bosses No Hit All Bosses Das ist momentan so ein Ich nenne es jetzt mal No Hit Trend Ne Dass jeder Oh Das ist praktisch Also zumindest lese ich das in letzter Zeit immer öfter Ok da ist nix Ich hab wieder versucht um die Ecke zu gucken Aber wie läuft's Wie läuft's Praktische Fahrten für die Post War die da oben Na Oh Gott Ok Im richtigen Moment daran erinnert Dass ich So ein schönes Bläschen habe Dass mich vor Tod Durch Gravitation Retten kann Weil Tod durch Gravitation Meistens uncool ist Warte mal Wir gehen erst auf die Pflanze Hier Hier Ok Jetzt müssen wir noch mal Ein Stockwerk nach oben Genau Und dann können wir hier noch mal starten Was ist denn eigentlich Hier mit der Nase los Ok da fehlt halt ne Nase Ok wir müssen ne Nase finden Das ist Ok Diese Statue ist fast ein Meisterwerk Aber Etwas fehlt dir noch Findest du nicht Ich hab einen Riecher für die Kunst Oh Gott Ah Schön Ok Das heißt wir suchen auch noch ne Nase Oh Gott Wir suchen einfach alles Komplett alles Wir haben immer noch zwei Briefe dabei Wir haben nen Play Button dabei Niemand weiß wo dieser Play Button hin muss Wir haben jede Menge Tinykins dabei Wir laufen über Kämme und Lineale So Wir haben noch mehr Tinykins dabei Du bist eigentlich Was Du bist eigentlich müde und bist ins Bett Aber du wirst auch nichts verpassen Dilemma Ja das kenne ich Das Dilemma kenne ich ja Durchaus Ok Kurz mal hier hoch Kurz mal hier hoch Ok Zwei Pinke für zwei Rote Das ist ein fairer Deal Ich glaube Wir schaffen es noch Über tausend Pollen zu finden Langsam halte ich das gar nicht mehr für so unwahrscheinlich Ich glaube wir haben auch gerade die Nase der Der Sphinx gefunden Ach shit Na egal Ähm Da 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 Okay Wir müssen nochmal hier durch Das ist in Ordnung Ich halte die Damenwelt vom Schlaf ab Das ist nicht mein Problem Ich schlafe auch nicht Ähm Ah da Die wollte ich noch mitnehmen Ja Warte Da Einmal Nase Ähm Wo musste die Nase hin Hier irgendwo ne Da Ok Leute wir haben was geschafft Yes Was ist Schlaf Ja das ist richtig Das ist äh Ja Das ist eine sehr 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 berechtigte Frage Ähm Hier waren wir noch nicht oben Papa Weißt du der alte Mann im Museum kann mir beibringen wie man das liest Bücher Unmöglich Schatz Klapper weiß nur was bestimmte Symbole bedeuten weil er sie oft gehört hat Außerdem ist er ein schrolliger Kerl Und Rosetta Ähm Ich will ja nicht gemein sein aber sie kommt nicht mal mit den wenigen Symbolen auf der Maschine von Tesla und Edison Das ist nicht klar Ja aber vielleicht sind Bücher ja total wichtig Du kannst es gern versuchen Aber du solltest vielleicht auch mal an die frische Luft gehen Sonst macht dich diese ganze Leserei noch ganz dumm Da hört ihr es Gut dass bloß der alte nicht da ist Die würde bei diesem Statement massiv protestieren So Wo müssen wir hin Ja hier eine Quest Ich glaube nicht dass es eine Quest war Das war einfach ein Ja das war halt da Ha Nein Stopp Den Fehler habe ich gerade vorhin schon gemacht So Okay guck mal Irgendwo hier drüben war die Post Ja Die Frage ist nur Wo genau Wo war die Ne die Post war irgendwo unten am Boden Achso und da drüben Ja ok 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 Also wenn ich Was wenn ich nicht schlafe dürfen andere auch nicht Genauso ist es Genauso So So ist es Hier ist bei diesem Statement Und du bist das böse alte Ja ne Das stimmt ja auch Irgendwo in dem Bücherhaus oder Ja Möglich Ich weiß es echt nicht mehr Ok Hier brauche ich zwei Ja genau Da drüben ist Ja da ist der Schraubens hier Das heißt wir müssen noch ein paar mehr von den Dingern sammeln Jetzt habe ich nicht aufgepasst Wir hatten gerade ein Stück Butter Und ein Stück Butter ist eigentlich genau das was wir brauchen Ähm Also ich gehe davon aus dass es Butter ist Sicher bin ich mir ja nicht Aber ich glaube es ist Butter Wo geht denn das hier eigentlich hin Warte mal wir können darüber oder Können wir da hinschweben Ne das reicht nicht Wir müssen Zum CD Player Irgendwie Betonung liegt tatsächlich auf irgendwie Du wettest mal dass die Demo vorbei ist Wenn wir die Stelle gefunden haben wo wir den Play Button brauchen Ne der Play Button ist tatsächlich Den haben wir nur unterwegs aufgegabelt Der ist überhaupt nicht Teil der Quest Also das ist eine kleine Side Quest Ähm Aber Hat nichts mit der Main Quest zu tun Oh Yay Die Main Quest ist eigentlich Ich weiß gar nicht mehr was die Main Quest ist Irgendwas mit ner CD Da ist die Post Hallo Okay Einen Brief brauchen wir noch Okay Sehr cool Oh warte mal Was habe ich Oh da habe ich ja was übersehen Oh da habe ich ja was übersehen Das geht ja gar nicht Bye Entschuldigung Das ist übrigens das Altersheim Glaube ich Also Teile davon sind das Altersheim Da deine Kinder eine wache Mama brauchen Du gehst dir nur nie Ha ja Ach Wachsein ist überbewertet Aber schlaf gut Was brauchen wir denn hier für Ist das ein Dino Gesicht Ich weiß es nicht Keine Ahnung So Okay Hey Joggle Hallöchen Kein Elden Ring Wir hatten nur vorhin das Unboxing Der Premium Collectors Edition Das war vielleicht ein bisschen groß Aber ansonsten Kein Elden Ring Auch später nicht Und hey Rayman Hallöchen Auch dir einen schönen Samstagabend Auch wenn es fast schon Fast schon wieder Sonntag ist Ach du Schade Hey Oh warte Äh Ich glaube wir schaffen tatsächlich noch die 1000 Pollen Holy shit Das ist äh Ich gebe zu Diese Demo ist echt umfangreich Das ist einfach ein komplettes Level Das die hier drin haben Inklusive aller Sidequests Das ist technisch wahrscheinlich die einfachste Art Eine Demo zu gestalten Aber holy shit ey Das ist mega Gefühlt alle spielen es Du hast darauf keine Lust Ich habe mega Lust auf Elden Ring Aber ich hatte ja gesagt Wir unboxen das Also muss ich sowieso warten Bis zum Stream Und ich hatte ja den Vorteil Dass ich den Netzwerktest schon gespielt habe Sprich ich kenne ja schon Zumindest das Startgebiet relativ gut So Okay Dann wieder nach oben Achso ja Für alle die sich gerade fragen Was wir hier tun Wir spielen Demos Vom Steam Next Fest Das hier ist die dritte Demo heute Ähm Das Spiel nennt sich Warte Muss ich selber nachschauen Tinykin Genau Tinykin heißt das Kommt irgendwann Da steht glaube ich noch ein Dummy Datum Ja das ist ein Dummy Datum Definitiv Ähm Und wir spielen hier schon Keine Ahnung wie lang An diesem Level Und es ist großartig Es ist super niedlich Und äh Ja Davor haben wir Fairway North gespielt Auch ein sehr sehr schönes Spiel Solo Entwickler Äh Wer mich nicht alles täuscht Und dann gab es noch Hellpie Ähm Ja Auch hier Oh Dich habe ich gesucht Dich habe ich gesucht Dankeschön Ich weiß noch nicht wie ich jetzt hierher gekommen bin Aber dich habe ich gesucht Das passt schon Ein Brief Ein Brief So Das wird die nächste Sidequest Die wir lösen Wo wir den Playbutton einsetzen Wissen wir immer noch nicht Cool Scheiße Äh Wo waren Die Da drüben war die Post Gibt es hier noch was für mich Gerade Hier So Zu tun Prinzipiell Oh ja Äh Okay Okay Warte Oh ja Da gibt es allgemein noch überhaupt was So Gut Jetzt wisst ihr Wie sich eure Showbläden Nachts öffnen Wenn ihr nicht aufpasst Was denn Tinykin Die das tun Der Titel hat einen verdammt geilen Artstyle Oh ja Oh ja Absolut Keine Lust in dem Sinn Dass du es irgendwann ohne Vorwissen spielen willst Ja 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 Wird aber wahrscheinlich Also wird schwierig Aber aus eigener Erfahrung Man kann relativ Gut spoilerfrei leben Wenn man ein schlechtes Gedächtnis hat Ich hoffe du hast Kein schlecht Ich hoffe du hast ein schlechtes Gedächtnis Das ist nämlich sehr sehr gut beim Spoiler vermeiden Das hier kommt auch für die Switch Echt Ich habe keine Ahnung wofür es kommt Wenn ich ehrlich bin Stand das gerade im Overlay Weil falls ja habe ich Ich sehe es nicht Also ich sehe dass es fürs Spiel kommt Und ich sehe dass das Richtige Spiel da drin ist Aber ich sehe Ich kann den Text nicht lesen Dafür ist meine Vorschau zu klein Bei dir öffnet die Schublade Immer deine Katze Hm Ja gut Deine Katze ist jetzt kein Tinykin Also hoffe ich Hoffe ich Stark gerade im Overlay PC und alle Konsolen Ah ja okay cool Schön dass mein Overlay nützlich ist Dann hat es jetzt schon sein Ziel erreicht Das ist hervorragend Das freut mich Das freut mich sogar sehr Pflänzchen Wir haben tatsächlich schon über 1000 Pollen Ich dachte hier gibt es vielleicht 740 insgesamt Weil das halt da stand Aber ne es gibt deutlich mehr Holy shit Will ich jetzt auch mal absetzen Willst du mit deinem Freund noch einen Film ansehen Er hatte in letzter Zeit nicht zu viel gemeinsam Zeit Alles klar Ich weiß nicht ob du die Kingsman Filme kennst Da kam jetzt wohl der dritte Teil Also das Prequel Von letztem Jahr auf Disney Plus Fällt mir nur gerade ein Weil ich etwas verwundert war Dass das auf Disney Plus zur Verfügung steht Weil ich dachte der läuft erst im Kino Oder läuft erst noch im Kino Sagen wir es mal so Aber ja Ansonsten viel Spaß natürlich Und Wir sehen uns Danke fürs Nasein Gut 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 Oh sehr schön Oh sehr schön Next Wunderbar Achso Ja gut Oh warte Da ist noch einer Den hätte ich jetzt fast übersehen Ah Yay Schön Sehr schön Amazon hat gestern Deinen Elden Ring verschickt Ehh Fies Du kennst die Kingsman Filme Den neuen habt ihr noch nicht gesehen Dann Ne Könntet ihr das jetzt nachholen Zumindest Theoretisch Wäre so eine Idee Äh Okay Wir müssen nach ganz oben Glaube ich Ähm Oder Ja genau Ich will nämlich auf dieses Seil da Pfff Und auf diesen Seidenfaden Das ist ja eigentlich gar kein Seil Das ist ein Seidenfaden Das sind ja Motten Oder was auch immer Irgendwie sowas in der Richtung So Sehr gut Dann einmal quer durchs Zimmer gesaust Oh ich hab was gesehen Was ich übersehen hatte Das war hier unten Äh Hier nämlich Nochmal drei Tiny Kings Was muss man da hoch Ne Ah shit So Ähm Genau Ich will eigentlich darüber Okay Sehr gut Hab ich noch irgendwas Übersehen Ne Ich glaub Ne Passt Äh So wie es aussieht Hast ja auch ein neues Tattoo Motiv Äh Tattoo Motiv Was als nächstes kommt Zumindest Grundmotiv steht mehr oder weniger Ein langer Hals Aus Horizon Uh nice Nice Finde ich gut Finde ich tatsächlich gut Siehst du das Kabel da drüben Ja Er scheint durchgedreht zu sein Und muss ersetzt werden Ansonsten können wir die Kryptische Maschine nicht starten Ich hab meine Assistentin losgeschickt Ein Leiterstück zu holen Das sich in der Nähe des Riesen-Essersels befindet Aber sie ist nicht zurückgekommen Ah Könntest du mal schauen was sie macht Ich muss hierbleiben und dieses Schlitzohr Edison im Auge behalten Das war Tesla ne Ja Oder so ähnlich Tesla und Edison Als Namen Finde ich auch großartig Du liebst das Wesen Das ist majestätisch und friedfertig Ja Ja doch Stimmt Ja doch Doch Sind sie Oh play play button Yes Wir haben noch kein Stück Butter Das macht nichts Aber wir haben endlich einen Teil dieser Quest hier erledigt So wo sollen wir hin Zum Riesensessel Wo war der Riesensessel Ach du Schande Wo war denn der Egal Wir gehen erstmal hier rein Da gibt es nämlich noch Sachen Pauli So noch mehr Pollen Sehr schön Da sind noch mehr Pollen Scheiße für was sammeln wir eigentlich Pollen Entschuldigung Ja stimmt Für den einen Typen Das war jetzt gerade eine explosive Version dessen Dass mir was eingefallen ist Gut So Erstmal aufmachen Oh hallo Ja das ist gar kein Problem Fragt ihr das Ding mal durch die Gegend Ich folge euch Friedfertig ja Aber man kann trotzdem totgetrappelt werden Ja das ist richtig Das Ja Das kann man Oh Okay Oh, 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 oh. Oh. Ein Stück Butter. Oh, wo? Wo, wo? Wo ist es? Oh, da. Okay, cool. Die haben die Stimmgabel dahin gebracht und die macht jetzt wieder... Okay, klar. Die macht jetzt Strom. Alles logisch. Gut. So. Das war der falsche Weg. Ich bin ein Idiot. Das ist mir auch selbst dran schuld. Das kann man nicht übersehen und hören. Ja. Können schon. Können schon. Okay, wir haben immer noch keine volle weitere Blase. Alles klar. Wo, wo, wo? Wo sind unsere Kumpels gerade hinmarschiert? Ach, hier. Da. Hier war das. Ähm... Gut. Das ist schön. Ach so. Der Strom fließt. Das ist eine behersmäßige Lösung. Ich muss noch was besseres finden. Aber in der Zwischenzeit solltest du meinen Kollegen helfen. Äh, okay. Okay, 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 okay. Du? Tatsächlich hat die Taste gefehlt. Aber das war meine Idee. Vergiss das nicht. Äh... Wir hatten noch nicht das Vergnügen. So, und was haben wir hier? Mit der Maschine stimmt das nicht. Da fehlt ein großes, rundes Teil. Ich versuche schon länger, die Symbole auf der kryptischen Maschine zu entziffern. Aber es bringt nichts, wenn ein Teil fehlt. Hm. Das ist die CD, die fehlt. Wenn wir das machen, haben wir alles erledigt. Warte mal, wir haben noch einen Brief dabei, ne? Genau, wir haben noch einen Brief dabei. Den bringen wir nochmal ins Postamt. Ähm. Den bringen wir gleich nochmal ins Postamt. Warte. Wo muss ich dich hinschieben? Ne. Achso, hier lang. Ah. Verstanden. Verstanden. Alles klar. Ah. Ja. So läuft das hier. Hoppala. Wer bist du? Hast du das gehört? Der Doverkin meinte, da wäre ein Monster drin. Ich habe gesehen, wie er aus dem Loch rauskam. Er hat es verschlossen und lief nach seiner Mama, äh, lief nach seiner Mama rufend davon. Ah. Das hier ist das Monsterloch. Oder ist das das Lochmonster. Oder was auch immer. Verstehe. Oh, praktisch. Oh, praktisch. So. Die Instameise. Ja, genau. Die, die, äh, äh, Insta... Scheiße, wie hieß die denn? Instagretter? Ich glaube, Instagretter. Irgendwie sowas in der... Och, du bist ja putzig. Dich brauchen wir auch irgendwo. Das, äh, ich kann mich daran erinnern, dass dieses Zeichen irgendwo aufgetaucht ist. Warte. Also, wir suchen die Kamera. Äh, die Kamera war hier hinten. Stopp. Post. Ähm. Oh, zwei Stück Butter. Nice. Also, ich gehe davon aus, dass das Butter ist. Es sieht aus wie Butter. Also, ist es Butter. Und Butter ist toll. Butter macht stark. Okay, wir brauchen 25 davon. Hammer. Gar kein Problem. Wir haben sogar noch welche übrig. 14 Stück. Sogar schon deutsche Texte. Das ist dann doch eher selten für eine Demos. Sofern es nicht eine deutsche Entwicklung ist. Ich bin gar nicht mehr sicher. Ich glaube, es ist tatsächlich eine deutsche Entwicklung. Ähm. Ich bin nicht mehr sicher. Aber ich meine, ja. Also, ich habe tatsächlich auch so, so, ne. Ich konzentriere mich ja auch auf Indies. Ähm. Auch Dingens. Jetzt so gerade hier auch thematisch. Und ich habe schon auch einen großen Fokus auf, ähm, auf deutsche Entwickler. Also, wenn ich, wenn ich einen finde und die auch nur annähernd irgendwas haben, was ich cool finde, von der Idee her, dann ist auf jeden Fall ein Twitter-Follow drin. Damit ich mitkriege, was da passiert. So. Jetzt gucken wir mal. Das ist das Monster. Das große Monster. Und das müssen wir jetzt zu Doverkin bringen, ne. Passenderweise ist das Monster auch ein Drache. Also. Drache. Du isst den Riegel, Butter. So muss das. Einfach direkt rein in die Hand abbeißen. Läuft. Bin's denn Stärke. Und, äh, ja. Ah, okay. Verstehe. Was haben deine Teilchen denn da? Den Beweis? Mach den Rahmen drum, damit wir ihn besser sehen können. Jo. Bitte. Rational. Sieh dir das an. Er hat es geschafft. Ein fotografischer Beweis. Moment mal. Das ist das Monster. Wie ich doch sage. Die Szene ist so scharf, wie das hier klingt. Die Augen dunkel wie die Nacht. Und es hat eine Aura des Hasses. Dovi. Das ist ein Plüschtier. Davon gibt es im Haus Dutzende. Ach ja? Und? Da hast du schon mal so ein furchterregendes Plüschtier gesehen? Willst du mit ihm kämpfen und zeigen, was du drauf hast? Okay. Wenn du meinst, Dovi. Ich zittere vor Angst. So was habe ich noch nie gesehen. Du bist ein echter Held. Können wir jetzt heimgehen? Ja. Jetzt habe ich auch Hunger. Danke, Fremder. Ohne dich wäre ich als Wahnsinniger abgestempelt worden. Übrigens. Während meines heldenhaftesten Rückzugs habe ich das gefunden. Das gehört wohl ins Adventmuseum. Könntest du es für mich hinbringen? Oh. Schön. Das ist hervorragend. Ja, das nehme ich gerne mit. Gebrochene Ehre. Museumsstücke gefunden. Okay, cool. Das war kein Stück Butter. Das ist jetzt doof, dass das kein Stück Butter ist. Oder wahr? Warte mal, da ist noch was. Wie kommen wir da rein? Das Twitter-Profil vom Entwickler kommt ja aus Frankreich. Ah, okay. Ja, das ist auch gut. Ist ja nicht weit weg von Deutschland. Oh. Oh. Hallo. Hallo. Ich glaube, wir machen hier mehr oder weniger aus Versehen doch einen 100%-Demo-Run. Ich bin noch nicht sicher. Ich glaube, ja. Äh, warte mal. Boo. Ja, genau. Ich bin so wahnsinnig erschrocken. Es ist der Hammer. Okay, cool. Warte mal. Haben wir nicht irgendwo eine Übersicht? Reparier den CD-Player, damit alle Adventslobgesang hören können. Ah. Das ist übrigens das, was wir tun sollen. Mhm. Cool. Reparier den Fernseher. Gelange in das Klavier und finde Melodie. Ach, in das Klavier müssen wir. Oh. Verstehe. Okay. Ähm. Alles klar. Das heißt, nächstes Ding. Klavier. Ja, 100%. Ja, offensichtlich. Das war eigentlich gar nicht mein Plan. Aber es, äh. Gott, es ist auch so ein Spiel. Du siehst was. Du läufst hin. Es ist irgendwas passiert. Es ist großartig. Es ist einfach nur großartig. Wo ist denn das Klavier? Da ist das Klavier. Wir müssen in das Klavier, Leute. Und, äh. Die CD müssen wir dann auch noch mitnehmen. Aber das ist, da das die Main-Quest ist, machen wir die natürlich als allerletztes. So wie sich das gehört. Okay, nee. Das, äh. Bringt mir noch nichts. Okay. Finde einen Weg in das Klavier. Ah. Gut. Das ist jetzt nicht unbedingt das, womit ich gerechnet habe. Aber, okay. Cool. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Das hilft uns aber noch nicht unbedingt in das Klavier. Ähm. Wir müssen erstmal irgendwo nach oben. Oh, warte mal. Da sind wir noch nicht hochgerutscht. Also, nehmen wir das noch mit. Wenn wir schon dabei sind. Hier. Oh, 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 oh. Hier waren wir auch noch nicht. Das sind tatsächlich noch unentdeckte Sachen. Das geht gar nicht. Ach, nee. Das ist gar nicht unentdeckt hier. Hier sind uns vorher nur die explosiven Tinykins ausgegangen. Ja, ups. Ja, genau. Ich kann mich erinnern. Okay. Dann, glaube ich, können wir noch einmal runter. Ja. Die sind uns hier vorhin einfach ausgegangen. Da waren wir schon. Da kommt das Wasser. Okay. Passt. Dann nochmal nach da oben. Dann hier rauf. Warte mal. Diese Taste hier. Erstens kann ich die mitnehmen. Zweitens. Gucken wir mal, wo die jetzt hin landet. Was? Das war gar kein Tisch. Nee, leider nein. Tut mir leid. Aber schön, dass du uns das Essen hier draufgelegt hast. Das finde ich super. Okay. Wo bringt ihr das Ding hin? Aha. Aha. Ist das eine Klaviertaste? Ja, tatsächlich. Da hinten fehlt eine Taste im Klavier. Das sehe ich jetzt erst. So, wartet mal. Hier. Warte. 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 Hier. Ich muss als erstes durch. Ist mir vorher nicht aufgefallen, dass da eine Taste fehlt. Bin ich gerade über die drüber gesprungen? Warte. Oh ja. Oh shit. Das geht. Entschuldigung. Das ist großartig. Ich klaue einfach das Buffet. Ja, Entschuldigung. Es ist, äh. Ich habe halt Hunger. Oh. Da. Da. Oh mein Gott. War. 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 Ja. Jetzt. Oh. Oh. Sehr gut. Aber. Ich habe hier Dinge übersehen. Das ist, das, das ist schlimm. Dass hier noch Dinge übrig sind. Tut mir leid. Mach es gleich noch zweimal. Ja, weil, 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 ja, weil halt. Weil toll. Ich kann auch nichts dafür. Das ist halt super. So. Ähm. Klitzekleines Problem. Wie komme ich hier raus, ohne zu sterben? Oh, warte. Oh. So. Okay. Das ist gut. Dann, äh, hier rein ins Klavier. Dann sollten wir auch genug Gedöns haben, um zur, zum Schraubenzieher zu fliegen. Okay, so sieht alles so ein Klavier von innen aus. Irgendwie glaube ich das nicht. Aber egal. Nein. Achso. Ja. Die sind ja sogar hier. Ja, sehr gut. Oh, ich dachte schon, ey. Wir müssen jetzt einmal das komplette Level hier durchsuchen. Auf der Suche nach, äh, ja, nach roten Tinykins. Das wäre furchtbar gewesen. Okay. So weit, so gut. Da sind noch ein paar. Sehr schön. Äh, runter oder hoch? Erstmal runter. Erstmal runter. Also. Ja gut. Jetzt ist die Entscheidung relativ leicht nach oben. Hopp. Hm. Gut, wir sind im Klavier. Aber wen wir suchen, ist nicht hier, oder? Nee, warte mal. Das hier ist eine andere Ebene. Das sieht anders aus als gerade eben. Oh, ah, da ist, da ist Melodie. Nice. Puh, ich, ich stelle mir auf, dieses alte Klavier. Normalerweise wird es nach längerer Zeit verstimmt. Aber dieses Mal ist es über Nacht passiert. Subito. Äh, subito. Subito. Latein. Plötzlich. Ich habe mir was gemerkt. Ich bin enttäuscht von mir selbst. Diese goldene Münze war schuld. Die hatte sich in den Seiten verhärtet. Ich wollte sie rausziehen, dann steck dich selber fest. Danke, dass du mich, äh, danke, dass du mich befreit hast. Keine Sorge, ich weiß, wo es lang geht. Die goldene Münze kannst du haben. Vielleicht weißt du, wozu die, wozu die gut ist. Okay. Nehme ich gerne. Noch ein Museumstück. Coole Sache. Schön, schön. Ähm. Warte mal, ist das die Richtung, wo wir gerade hergekommen sind? Ja, das ist die Richtung, wo wir herkommen. Okay. Hier ist offen. Äh. Okay. Läuft. Sehr schön. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Ich brauche noch irgendwo ein Stückchen Butter. Oh, warte. Da ist noch. Ja, da ist tatsächlich noch was. Blop, blop, blop. Ähm. Ich brauche noch ein Stückchen Butter. Äh. 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 Ach so. Ja. Damit wir zwei dieser schönen Blubberblasen haben. Gleichzeitig. Also ich weiß nicht, ob gleichzeitig oder dann nacheinander. Keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall zwei. Und wir haben bisher nur knapp zwei. Knapp zwei sind halt nicht zwei. Sind noch Quests offen? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. So. Suche auch. Gelange in das Klavier und finde Melodie. Repariere den Fernseher, um Arsens Edelstein zu finden. Ja, dafür brauchen wir halt den Dingens. Genau. Wir haben jetzt sechs von acht. Ach so. Da sitze ich jetzt genau davor. Warte. Hier. Ähm. Sechs von acht Stückchen Butter. Und äh. Äh. Moment. Zwei von drei. Ähm. Ja. Dingsens. Ähm. Dingsens. Museumsstücken. Genau. Äh. Ja. Hm. Das ist jetzt, äh. Schwierig. Wo ist denn hier noch was? Gibt es irgendwo einen Bereich, wo wir noch nicht waren? Da oben liegen noch ein paar Pollen. Da liegen noch ein paar Pollen. Das ist okay, okay. Das, äh. Ja. Das kann sein. Ich konnte jetzt natürlich die CD machen, aber wenn ich die CD mache, habe ich halt einfach das Gefühl, dass die Demo vorbei ist. Und ich will nicht, dass die Demo vorbei ist. Das, äh. Ist deutlich schlimmer als das Schlafen gehen und nichts verpassen wollen. Dilemma von vorhin. So. Ähm. Cool. Da haben wir alles. Ich könnte jetzt natürlich die CD nehmen und, äh, ab dafür, aber... Nee. Oh, warte mal. Die Kneipen im Haus sind wie in eine Fadebrühe. Frühe, äh, eine Fadebrühe. Die ist ja aus allem Braun, was sie finden können. Also hör mir bitte zu. Eine Quest. Die Pollen hier. Singen. Man muss sie nur im Rhythmus brauen. Hör zu. Ich sorge für die richtige Mischung, wenn du mir nur Pollenbälle aus ganz Sankta bringst. Du konntest alle Pollen aus Sankta sammeln, die ich brauche. Hier, für dich. Äh. Redmi meinte, du konntest diese Substanz gebrauchen. Ha. Fertig. Noch eine Flasche von meiner Sammlung. Bada bam bam bam. Nice. Okay, cool. Das war die Quest. Ah, Mann. Was ist denn jetzt mit meiner Nase los? Entschuldigung. Ähm. Wenn ich euch gerade echt massiv angerotzt habe. Das ist doof. Das tut mir leid. Ähm. Genau dann, dass ich nicht mehr gehustet habe, natürlich. Äh. Gut. Das ist bis gerade auch, dass es Butter ist. Nee, das, das hier ist Seife. Das hier ist Seife. Aber. Das andere ist für mich weiter Butter. Ähm. Nee, scheiße. Warte mal. Wir haben jetzt, ja, wir haben jetzt zwei Bläschen. Okay, cool. Das heißt, wir können, wo, wo, wo können wir denn jetzt hin? Wo müssen wir denn hin? Zum Fernseher. Auf den Fernseher. Genau, wir müssen den Fernseher reparieren. Die Butterstückchen. Ja, aber was sollten es, was, was sollte das denn sonst sein? Wenn keine Butterstückchen. Das sind doch Butterstückchen. So falsch kann ich doch gar nicht liegen mit dem. Ähm. Ich glaube, wir nehmen gerade den längsten Weg, den es, äh, gibt. Um auf den Fernseher zu kommen. Aber das macht nichts. Ich sag's mal nicht, äh, was? Du sagst mal nichts. Du magst, dass ich das so Butter sage. Ich wüsste nicht, was es sonst sein soll. Was ist denn das sonst? Also, ich schaue mir gerade das Icon an, das genau hinter mir ist. Ähm, aber. Ich habe keine Ahnung, was das sonst sein sollte. Das ist, das ist Butter. Mini-Butter. Ich bin voll dafür, dass das Butter ist. Okay. So. Jetzt Fernseher reparieren. Okay. Gar kein Problem. So. Äh, wo ist der Fernseher? Wo muss ich denn jetzt hin? Oh. Okay, da ist noch ein bisschen, da war noch ein bisschen Pollengedöns. Wo muss ich jetzt hin, um die Fernseher zu reparieren? Ich bin davon ausgegangen, dass ich vielleicht nach oben muss. Aber offen. Ah, na, na, na. Wie sie alle hinterher fliegen. Sehr schön. Ähm. Ich finde es toll, dass die Viecher so loyal sind. Ach, da. Hier, okay. Das ist einfach. Butterstücke aus dem Holzfrühstücksbuffet. Puh. Äh. Ja gut. Auch egal. Dann ist es auch Butter. So. Sie haben sie kaputt gemacht. Meine Bilderkiste. Ich bin seit Ewigkeiten hier. Dann kommt dieser fiese Dieb. Durchtrennt das Kabel und alles ist aus. Keine Funken mehr. Nichts. Du suchst den Edelstein, den dieser Dieb gestohlen hat, oder? Als ich ihn überrascht habe, hat er ihn fallen gelassen. Er ist in der Kiste nach ganz unten gefallen. Weil du ihn haben willst. Musst du mir helfen, die Bilderkiste wieder anzuschalten. Ja, das kriegen wir hin. Glaube ich. Denke ich. Äh. Geilo. Nu alter Fernseher. Mit, mit Bildröhre. Bildröhren sind irgendwie toll. Keine Ahnung warum. Da bin ich nostalgisch. Oh, warte mal. Aber, warum funktioniert das jetzt nicht? Bin ich so weit weg? Wirklich? Nicht sicher? Nee, das war jetzt nicht ganz mein Plan. Ähm. Ich wollte hier rüber. Das macht er nächstes Mal. Ah ja. Ach so. Ha! Ist das so ein Kaugummi-Automat-Diamant? Oh Gott. Oh Gott. Die Dinger habe ich ja auch seit Jahren nicht gesehen. Im Ring, im Ring, Pop. Ah. Ja, stimmt. Das war ein Lutscher, ne? Das war ein Lutscher. Da war was. Ja, richtig. Oh Gott, hey. Furchtbar, die Dinger. So. Hier, bitteschön. Ja, du bist ein echter Gentleman. Wenn ich es mir recht überlege, kann ich mit diesem Edelstein was Besseres anfangen als die eigentliche Besitzerin. Hey, ich habe gehört, dass du dich für Sammelgegenstände dieser Art interessierst. Ganz zugänglich haben meine Freunde und ich ein Paar gefunden. Falls dich solche Arbeit interessiert, sprich bitte mit den anderen im Team. Wir tragen alle die gleiche Maske. Ach so. Das letzte Museumsstück. Warte mal. So. Ich bin gerade verwirrt. Sie tragen... Ne, da ist ein Band. Ist das über die Augen? Oder sind die Augen doch die Dinger auf der Brust quasi? Das sind doch die... Ich habe keine Ahnung von Käferanatomie. Ich weiß nur, dass ich jetzt verwirrt bin. Okay. Gut. Ja, dann bleibt uns nur noch die CD übrig. Die CD wohnt hier drüben. So, Tinykins. Kommt mal mit. Ach so. Ich muss euch nur noch folgen. Ja gut, das kriegen wir wohl hin. Wisst ihr was? Wir laufen schon mal. Und warten. Wir warten einfach. Es müsste hier... Ja, genau. Oh, das ist ja wohl der einfachste von allen Wegen. Einfach geradeaus. Voll schlau aufgebaut, das Level. Holy shit. Das ist tatsächlich einfach nur geradeaus dann. Voll gut. Die Augen sind oben. Die Augen am Bauch zu haben, ist meist sehr unpraktisch. Ja. Das ist richtig. Vielleicht hat er auch nur ein T-Shirt mit Augen drauf an. Nee, ich glaube nicht. Aber ich dachte, die sind... Ich dachte, vorhin hatten wir schon welche, die auch quasi mit den Bauchaugen Mimik von sich gegeben haben. Okay. Okay, das ist also der Lobgesang. Wie... Wie ist das möglich? Advents Lobgesang. Er ist in ganz Sankta zu hören. Sogar die Ameisen können ihn hören. Jetzt kann die Stimme des Schöpfers von allen gehört und studiert werden. Hat Advent persönlich dich geschickt? Ja, meine Tinykins interessiert es nicht, ne? Die schlafen wieder ein. Sehr gut. Als Belohnung für deine Bemühungen zum Wohle der Sanktarianer und des Temples gebe ich dir meinen wertvollen Schatz. Äh, Melodain. Äh, gebe ich dir meinen wertvollsten Schatz, Melodain. Das Banner. Das Banner. Nächste ist mein Banner, das seit langer Zeit in unserem Besitz ist. Frage es, mein Freund, und sei stolz, ein Diener Advents zu sein. Unglaublich stolz. Absolut. Voll Gas. So. Okay. Cool. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir folgen jetzt mal dem Banner, weil ich weiß nicht mehr, wie ich zurückkomme. Ich weiß nicht mehr, wo es hier zurückgeht. Coole Sache. Juhu. Die sind alle voll happy. Ich bin echt gut. Ja, natürlich. Ich kriege die Motten. Ein Lied, das auf einer Plastikschnappe versteckt ist. Advent ist total im Geruf. Jura, endlich werden die Steiergelder für was Vernünftiges verwenden. Okay. Gut. Wo sind meine Vor- Ach so. Okay. Gut gemacht, Melodain. Ich bin äußerst beeindruckt. Betreten wir den Tunnel nach Griesal und erweitern die Maschine sofort um dieses Bauteil. Ich frage mich immer noch, was das für eine Maschine sein soll. Vom Weg. Schön. Tschüss, meine kleine Armee. Bye. Hey. Wir müssen jetzt leider, ne? Ja, wir müssen uns jetzt leider. Ihr kommt ja nicht mit. Durch den großen, bedrohlichen Schacht, den ich schon wieder völlig verloren habe. Wo ist der Schacht? Wo habt ihr das Banner hingetragen, meine Freunde? Scheiße. Ach da. Okay. Hier muss ich hin. Tschüss. Tschüss. Ich richte meinen Freunden drüben Grüße von euch aus, ne? Ja. Und auch von euch Roten. Wollt ihr noch mal? Hier. Da. Oh. Jeder einmal. Mindestens. Ich fände das so gut. So. War super, ne? War, war, ja. Okay. Bye. Tschüssi. Tschüss. Ihr müsst nicht traurig sein. Tschüss. Geht einfach schlafen. Das, was ihr immer tut. Tschüss. Wollt ihr doch mitkommen? Nee, ne? Oh. Glückwunsch, Melodin. Wir haben ein neues Bauteil für die Maschinen des großen Adwin. Glückwunsch. Du hast gerade die ersten Teile für Milos Raumschiff. Ach so, das soll ein Raumschiff werden. Okay. Hoffentlich freust du dich schon, in der Vollversion den Rest zu sammeln und bei der Heimreise zu helfen. Tinykin erscheint im Sommer 2022 für PC und Konsolen. Nicht verpassen und auf Wunschliste sitzen. Ja, der Link für alle, die das, ne, auch noch auf die Wunschliste setzen wollen, hilft den Entwicklern sehr. Tatsächlich. Wahrscheinlich auch auf anderen Plattformen. Bin ich nicht 100% sicher, aber, ne, schon mal vormerken. Irgendwann im Sommer. Und, äh, ja. Bin ich sicher, bist du sicher, dass du alles im Wohnzimmer gefunden hast? Erkunde es noch weiter. Ach so, shit, nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Das wollte ich tatsächlich gar nicht. Ja, ich hab tatsächlich alles gefunden. Wir, ja. Also, ein bisschen, ein paar Pollen sind vielleicht noch übrig, aber das ist jetzt auch tatsächlich nicht das große Problem. So, jetzt geben wir mal ihm hier noch ganz kurz Zeug. Meine Theke ist ziemlich leer. Äh, bababa, du nimmst mehr Pollen ab, die du ich finde. Das ist... Oh, okay. Oh, warte. Untersuchen. Eine Harmonie aus Aromen, das Sancto Concerto. Man kostet das in drei Schritten. Erst erhält die süße Sonate die Stimmung, dann zaubert das leicht säuerliche Lied ein Lächeln auf die Lippen und schließlich sorgt das Rondo für eine runde Applaus. Achtung, der letzte Schritt birgt Verschüttungsgefahr. Ja, aber wie, hab ich dir jetzt Zeug gegeben? Oh, warte mal. Kann das sein? Ja, das ist... Ach so, das hier füllt sich, je nachdem wie viel ich wahrscheinlich gefunden habe. Ähm, in dem Zeug. Also, in dem jeweiligen Level. Das heißt, das hier sind andere Level. Und ich würde sagen, insgesamt gibt's dann sechs Level, wo wir Pollen sammeln können. Ah. So läuft das wahrscheinlich. Das füllt sich automatisch. Okay, cool. Ähm, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ich dachte gerade, wir müssen das tatsächlich... Das fände ich ein bisschen schade. Ich dachte tatsächlich, wir müssen das irgendwie selbst übergeben. Das fände ich noch ein bisschen schöner. Und hier haben wir... Haben wir hier schon unsere... Ah ja, da. Genau. Gebrochene Ehre. Intakte Ehre. Und... Da drüben noch. Ich wollte gerade sagen, wir hatten drei Sachen. Die Kreatur. Okay. Das heißt, du kannst uns jetzt Dinge erzählen, ne? Ich habe gründlich untersucht, was du gebracht hast. Und das ist in makellosem Zustand. Wenn du mehr über die Artefakte im Museum erfahren willst, geh näher hin. Dann zähle ich dir alles drüber. Ja, okay. Das heben wir uns aber jetzt für die Vollversion auf. So. Das Bärtierchen. Ja, genau. So heißen die Viecher. Ich wusste, dass ich die schon mal gesehen habe. Schönes Spiel. Super Spiel. Ich freue mich total, wenn das irgendwann mal rauskommt. Im Sommer. Hoffentlich. Und ich würde mal stark davon ausgehen, dass wir das dann auch hier nochmal spielen. So. Dann auch komplett. Und, ne? Hui, hui, hui. Aber was für eine Demo. Holy shit. Das war tatsächlich lang. Das war richtig lang als Demo. Sehr, sehr cool. Hat mega Spaß gemacht. Gut. Ja. Jetzt bin ich am Überlegen. Achso, über eine Stunde. Oh Gott, wir haben. Was sagst du da? Wir haben jetzt zwei Stunden dran gespielt. Holy shit. Das ist gar nicht mal so lang. Gar nicht mal so kurz. So rum. Gar nicht mal so lang. Ja, genau. Ich bin auch so ein Held. Ähm. Gut. Also. Aufgrund der fortgeschrittenen Stunde. Das hier ist ein Aufbauspiel. Wenn wir das jetzt anfangen, sitzen wir die ganze Nacht hier, glaube ich. Ähm. Das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Das hier ist ein Story-Spiel. Äh. Ähm. Ähm. Auch Open World, wenn mich nicht alles täuscht. und vielleicht ein minimales bisschen egoistisch, was das angeht. So. Wisst ihr was? Wir spielen Abriss. Das ist in Ordnung. Gibt's das schon als äh Ja, gibt's tatsächlich auch schon als Kategorie auf Twitch. Das ist sehr gut. So. Du kannst leider nicht die ganze Nacht. Ja, ich halt auch nicht. Aber dann machen wir noch Abriss zum Abschluss. Ähm. Und gucken mal, was das ist. So. Kategorie sollte ich aktualisiert haben. Das probieren wir noch kurz. Gefolgt von Wieso wird schon wieder hell draußen. Ich bin nicht Gronkh. Ich gucke auf die Uhr. Äh. Nein. Nein. Das äh. Nein. Okay. Welcome to the Abriss Demo 1.2. Äh. Enthält dir erst ein paar Level, die du äh. Im Spiel als... Ja. Okay. Enthält dir erst ein paar Level. Okay. Sind alle noch work in progress. Alles klar. Hey Tom D. Hallöchen. Hi. Okay. So. Erstmal Optionen. Accessibility. Ne. Audio. Das kann hoch. Die Musik ein bisschen runter. Graphics. Vsync. Wie 1, 2, 3. Es gibt nur an oder aus, ne? Oh, das ist schön. Performance Profile. Kartoffel. Alter Gaming PC. Neuer Gaming PC. Oh, das ist cool. Das, das finde ich super. Das finde ich jetzt schon gut. Oh, nice. So. Irgendwann demnächst sollte auch mal die Kategorie aktualisiert sein. Ähm. Tony. Wie läuft's bei dir? Wie läuft's bei dir? Ähm. Gucken wir mal. Starten wir mal Kampagne, oder? Intro. Ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt, was das ist. Ach so. Das, äh, obligatorische übrigens. Einmal hier. Und, äh, einmal das. Wer Interesse dran hat. Link zu Steam steht jetzt im, äh, jetzt im Chat. Okay. Haltet den rechten Button. Zum Rotieren. Okay, das ist Kamerasteuerung. Alles klar. Äh. Linker Button zum Bewegen. Jawohl. So weit, so gut. Scrollen, um zu zoomen. Jawohl. Okay, neues Teil. Der ultra-schwere Würfel. Der ultra-schwere Würfel. Ach so. Select the Cube. Äh, ja. Mhm. Klick-Left-Mouse-Button to fast place. Okay. Ach so. Hold to move. Äh, okay. Was heißt, ich setze den da jetzt drauf und dann kann ich... Ah, ja. Ach so. Nur das Teil hier. Ah, okay. Verstehe. Dann kann ich es noch so leicht durch die Gegend schieben. Äh, äh. Okay, scrollen. Ja, verstanden. Ah, okay. Und die roten Dinger müssen wir kaputt machen. Damit wir die Runde gewinnen. Okay. Das war noch nicht so schwer. Oh, ich glaube, dieses Spiel ist ultra-satisfying. Ähm, ultra-befriedigend. Hahaha. Das, glaube ich, ist richtig, richtig, richtig gut. 94% zerstört in einem einzigen Move. Alles klar. Nächstes Level. Use Connectors to link parts. Aha. Was ist ein Connector? Das da. Ultra-heavy, heavy pillar. Okay, nehmen wir hier mal... Wir müssen das rote Zeug hier kaputt machen. Glaube ich. Dann nehmen wir mal dich. Und nun... Dreh ich dich hier durch die Gegend. Äh. Warte. Erinnert dich gerade ein wenig an Boom-Blocks? Äh. Das sagt mir nix. Das sagt mir nix. Aber ja, ich gehe auch mal stark davon aus, dass das nicht das erste Spiel ist, das so in der Richtung existiert, wo man Sachen aufbaut, um sie danach einfach zu zerstören. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt mit diesen Connectorteilen hier tun soll, wenn ich ehrlich bin. Es ist schön, dass ich die habe, aber sie bringen mir gerade relativ nichts. Okay, wir setzen einfach mal das Zeug hier oben drauf. Aber die ist durchwachsen. Oh ne. Das ist nicht gut, Tony. Das ist nicht gut. So. Leute, was glaubt ihr? Kriegen wir das hin? Ich habe eher das Gefühl, dass das einfach so hier runterfällt und nichts nach vorne kippt. Äh. Jo. Oh. Scheiße. Ja. Mist. Ja, das war nix. Okay. Reset Level. Ich habe es ja gesagt. Das hat nicht... Nee. Okay. Pass auf. Wir setzen dich schon mal hier hin. Wir setzen dich da hin. Dich hier. Dich hier. Ich bin immer noch nicht sicher, was ich genau mit den Dingern hier tun muss. Ich würde ganz gerne... Das sind halt Säulen. Ich würde die ganz gerne anders da dran platzieren, wenn ich ehrlich bin. Das könnte funktionieren. Das sieht so aus, als würde es funktionieren. Ähm. Ach so, warte. So. Okay, wir bauen einfach höher. Höher bauen ist immer gut. Gut. Go. Das hat funktioniert. Da muss ich immer mittels V-Mode und Bewegungssteuerung Türme und andere Gebäude mit... Ah. Okay. Ja, okay. Verstehe, verstehe. Das ist nicht sehr befriedigend übrigens. Gerade eben. Oh, warte mal. Diese Verbindungsstücke halten die Teile auch so zusammen. Kann das sein? Na gut. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das ist schön. Wir haben aber nicht viel zerstört. Nur 71%. Das war jetzt nicht so wahnsinnig... Befriedigend. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Äh. Zerstöre Ziele auf... Und Build Grounds to Unlock. Ach so. Ja, okay. Das heißt, wir können hier Dinge drauf zerstören. Um dann hier hinter zu kommen. Moment. Heißt das... Ja, was heißt das? Ich baue erstmal tolle Konnektoren. Ich baue vielleicht nicht nur tolle Konnektoren. Ich glaube, wir brauchen hier noch ein bisschen mehr. Ne? Ob das funktioniert? Ich glaube, ich verstehe langsam diese Dinger hier. Diese Verbinder. Wenn ich den hier jetzt hätte, würde dieses horizontale Teil mit diesem vertikalen Teil verbunden. Und die würden gemeinsam einfach vor den Überkrippen. Wegen dem Übergewicht, was da ist. Hey, Eol. Hallöchen. Hallöchen. Wünscht mir das Beste für den Neustart. Ganz ungewohnt der Name. Ja, das... Ja. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ich bleibe dir immer sympathisch. Ja, ich hoffe doch. Freut mich, dass du hier bist. Das war... Erstaunlich schön. Also, was mir noch fehlt, ist das da drüben. Aber... Prinzipiell? Ich habe das hier... Achso. Ja, doch. Oh, IC. Oh, verstehe, verstehe, verstehe. Ja, das wird jetzt schwierig. Okay, das ist dann doch zweistufig, das Ganze hier. Das wird jetzt wild. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Würde mich sehr wundern, wenn das funktioniert. Ne, never. Aber es fällt halt einfach runter. Scheiße. Oh, warte. Oh. Oh, mein Gott. Okay, ich habe nicht damit gerechnet. Es hat tatsächlich noch funktioniert. Nice. Oh, cool. Oh, sehr cool. 92% sogar. In zwei Moves. Okay. Das ist schön. Okay, wir können jetzt auch Dinge rotieren. Ultra Heavy Connector. Ah, verstanden. Okay, das ist relativ einfach. So, wir setzen den hier drauf. Dann setzen wir einen Connector hier drauf. Der dürfte sich dann einfach drehen. Ähm, dann nehme ich jetzt nochmal... War der? Ja, genau. Ähm, nicht sicher. Funktioniert das so? So, ne? Glaube ich. Dann brauchen wir den hier noch. Das sieht nicht schön aus, aber ich glaube, es wird funktionieren. So, und der räumt dann hier am Ende ab. Und dich stelle ich einfach nur... Ja, warum nicht? Ich stelle dich mal da oben drauf. Ach so, ich sollte vielleicht... Okay, ich muss rotieren drücken. Alles klar. Verstanden. Es ist aber nicht alles kaputt. Da lebt noch was, ne? Da lebt noch was. Bullshit. Das hat nicht gereicht. Es hat gereicht. Gut, vielleicht ist doch alles tot. Alles klar. Das ist aber... Das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Ähm. Vom Dingens her. Ich finde das richtig gut. Das ist super vom Konzept her. Und vor allem ist es, glaube ich, richtig echte Physik, die dahinter steckt. Also im Sinne von... Ähm. Ja. Die haben da tatsächlich ganz schön Hirnschmalz reingesteckt, wie man das sauber umsetzt. Jetzt bin ich aber... Darüber überlegen. Ne? Ich kann hier... Oh, ich glaube, ich weiß, was das Spiel will. Ich glaube, ich weiß, was es will. Wir haben zwei Bomben. So. Wir haben zwei Bomben. Wir haben jede Menge tolle Konnektoren. So. So. Es muss nicht schön sein. Es muss nur funktionieren. Ähm. Ja, okay. Warte. Ist das hier schon... Naja. Das passt tatsächlich so ganz gut. So. Ich setze dich hier hin. Ich setze dich da hin. Sieht ein bisschen aus wie eine... Ja, wie die Spitzhacke. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. So. Und jetzt hoffe ich, dass das Ding stehen bleibt. Das ist gerade meine größte Sorge. Ich glaube, ich baue hier nochmal einen Konnektor dran. Und mache hier hinten noch ein bisschen Gegengewicht. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Keine Ahnung. Ne, das... Das will ich nicht. Ne. Ah, okay. Man kann auch rückgängig machen. Das ist sehr schön. So. Ne. So. Okay. Cool. Dann. Ja. Ich bin nicht sicher, ob das funktioniert, aber man kann es ja mal ausprobieren. Okay. Äh, Bombe, Bombe. Es ist tatsächlich erstaunlich stabil. Wenn ich ehrlich bin. Und es hat funktioniert. Haben wir 100% zerstört? Das könnten 100% sein. Oh, ich kann auch beide Bomben gleichzeitig zünden, ne? Das ist schon schön. Das ist schon echt schön. 97. Oh, Mann. Es gibt einfach keine 100%, ne? Das ist, äh... Das ist eine Sache, die gibt es einfach nicht. Okay, jetzt haben wir Raketenantrieb. Äh... Verstehe. Verstehe. Alles klar. Das heißt, wir bauen... Zack. Zack. Ähm... Ich würde ganz gerne die Kamera ein bisschen weiter runterdrehen, wenn ich ehrlich bin, aber ich glaube, das passt so von der Höhe. Das ist in Ordnung. Man kommt schon auch relativ nah dran hier. So rein vom Optischen. Ähm... Genau, dann haben wir hier einen davon. Hier den Ultra Heavy Cube. Hier müssen wir das Ding drauflegen. Und zwar bestenfalls so, dass es nicht irgendwie vor ein Überfeld oder sonst wie es, sondern... Ja. Das ist nicht mittig. Das Ding fliegt uns irgendwo hin, aber nicht dahin, wo wir es haben wollen. Okay, das ergibt Sinn. Ähm... Gut. Das hier sorgt für die Höhe. Das hier hält das da oben irgendwie fest. Und ich glaube, es könnte gehen. Die Höhe scheint zu passen, um diese Kerne hier zu treffen. Wie viele Kerne haben wir denn eigentlich? Zwei, oder? Das sind nur diese beiden. Ja, scheint so. Okay. Okay. Okay, das war definitiv nicht das, was ich erwartet hatte. Ähm... Ja, gut. Das, ähm... Hä? Nee. Ähm... Nein? Was für ein Abgang. Ja, total. Äh... Ja, scheiße. Aber warum? Okay. Muss ich zugeben, verstehe ich gerade nicht. Vielleicht sind es doch... Vielleicht brauche ich hier doch diese Konnektoren. Ähm... Damit das funktioniert. Ach... Nee, warte. Nein, 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 nein. Ich weiß, was das Problem war. Vielleicht sollte man die Rakete als, äh... mit einem Konnektor befestigen. Das würde vielleicht auch Sinn ergeben. So. So quasi. Damit die auch da dran klebt und das Ding wirklich nach vorne weg schießt. Okay, probieren wir es nochmal. Ähm... Nein. Nein. Ähm... Nein. Offensichtlich nicht. Scheiße. Äh... Weg damit. Wir haben immer noch zwei Konnektoren übrig. Das wird immer besser. Es wird immer schlimmer. Ist ja furchtbar, was ich hier treibe. So, hier. Und... Da. Nee, ist nicht schön. Warte. Hier. Und... Da. Okay, ich bin nicht sicher, ob das geht. Ob wir jetzt überhaupt noch abheben. Okay, ja. Wow. Okay. Wir haben Torshammer erschaffen. Aus Versehen. Aber... Gut. Das... Ja. No parts left. Ja, ja. Das ist... Ja, ja. Da hat er da. Also, hier kein Konnektor. Das... Gut. Schön. Kein... Kein... Kein Konnektor. Alles klar. Das ist in Ordnung. Das habe ich jetzt auch gelernt. So. Jetzt aber. So, und weil ich es kann, baue ich das hier vorne noch dran. Ähm... Nee, nicht da. Hier. So. Wunderschönes Gerät. Ich bin gespannt. So. Wir haben Gleichgewicht. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Fast. Nein, warte. Moment. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Nicht so, wie ich es geplant hatte, aber es geht. Jawohl. Ich halte mal die Rakete aus. Das war interessant. Gut. Wir haben 80% zerstört in vier Moves. Das war jetzt nicht unbedingt so gut, ne? Okay, Laser. Nice. Ich mag Laser. Äh... Wir können jetzt hier Dinge... Warte mal. Wir haben hier einen Rotierer. Mhm. Wir haben einen Rotier... Oh, ich weiß, was ich baue, glaube ich. Clockwise. Wie ist mir komplett egal. So, wir bauen das Ding da hin. So, wir bauen das erstes Mal das Ding da hin. Dann gucken wir mal, auf welcher Höhe sind wir hier eigentlich. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm... Connector. Ach so, warte mal. Das ist jetzt... Doof. Äh... Wozu brauche ich jetzt die Dinger? Brauche ich die? Ich bastel hier einfach mal. Ja, warte mal. Jetzt weiß ich halt nicht, wo der Laser ist. Ach, hier. Okay. Äh... Äh... Nee. Doch. Nein. Doch, verstanden. Doch, 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 doch. Ich kann dich hier drunter setzen. Das dürfte, müsste, könnte... Nicht sicher, ob das geht. Ähm... Zack. 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 Laser. Den wir hier dran setzen. Nee, es ist nicht schön, aber... Was muss... Das muss jetzt auch nicht schön sein. Okay. Ach so, nee, warte. Stopp, 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 stopp. Den Laser... Der... Der... Nee, ja. Nee, das ist nicht gut. Nicht sicher, ob das funktioniert. Nee, das kann nicht funktionieren. Ähm... Das Abriss ist auch so ein, äh... Auch an sich so ein deutsches Wort, was in der englischen Sprache auch existiert. Bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Gefragt habe ich mich das auch schon, aber... Wissen tue ich es nicht. Warte. Das Problem ist, dass wir nur diese Balken hier haben. Okay, warte. Das könnte gehen. Wie bringe ich denn das Zeug hier unten drunter? Nein. So offensichtlich nicht. Oh, ich bin nicht sicher, ob das gut ist. Ich bin nicht sicher, ob das gut ist. So, und jetzt setzt man den hier noch da oben drauf. Und, äh... Hier. Ja. Ei, 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 ei. Oh, 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 oh. Aber, warte. Prinzipiell die Idee? Ach so. Ja gut, warte. Warte, warte, warte. So, wir haben jetzt hier abgeschnitten. Ich muss die gar nicht direkt treffen. Ich muss die hier entsprechend abdingsen. Wie sieht das hier oben aus? Okay. Okay. Wir bauen das nochmal komplett neu auf. So, als erstes das dahin. Dann dich dahin. Das müsste gehen. Das müsste gehen. So, dich dahin. Dich da oben drauf. Dich da oben drauf. Dorthin. Dich hier oben drauf. Passt das von der Höhe her? Das ist zu hoch. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das hier würde gehen. Das hier aber wahrscheinlich auch. Okay. Setzen wir es einfach mal so hin. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Der erste Laser ist... Oh! Ja, funktioniert besser als erwartet. Was ist mit dem zweiten Laser? Ist der zu hoch? Ist der zu niedrig? Er ist perfekt. Okay. Okay. So. Nice. Sehr schön. Das sind... 71 Prozent. Ja, passt. Okay, und jetzt haben wir noch... Scheiße, was heißt denn Pistons auf Deutsch? Ähm... Das ist wirklich eine gute Frage. Ja. Irgendwas. Äh, gut. Aber wo sind die? Ich frage mich gerade, wo die sind. So, wir haben jetzt hier... Warte, was bist du? Schwere Cubes. Konnektoren. Und Heavy Beams. Das sind meine Pistons wahrscheinlich. Moment. Oh. Oh, warte. Hier. Oh mein Gott. Da. Kolben. Ja, dankeschön. Dankeschön. Ja, Kolben. Kolben macht irgendwie Sinn. Tatsächlich ja. Warte. Ja. Es ist... Was bei Pistons wurde, die erst mal das amerikanische Basketballteam Detroit Pistons angezeigt. Okay. Die kenne ich nicht mal. Von dem her. Da bin ich überfragt, was das angeht. Das bringt mir halt jetzt nichts, ne? Ich kann jetzt die Dinger hier zwar wunderschön stapeln, aber... Achso. Nee. Doch. Doch, 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 doch. Verstanden. Verstanden. Das machen wir nochmal. Alles klar. Alles klar. So, wir haben... Äh... Dich. Wir haben... Noch eins hiervon. Nee, warte. Das darf nicht. Nee, 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 nee. Das muss locker hier drauf sein. Das muss locker hier drauf sein. Und zwar so locker, dass alles schön brav mit runterfällt. So, nämlich. Und dann lege ich das hier mal oben drauf. So, das kann verbunden sein. Zack, 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 zack. Es sieht wild aus. Dürfte aber genauso funktionieren, wie ich mir das vorstelle. So, theoretisch sollte jetzt alles erstmal da runterfallen. Und irgendwann kommen die Pistons zum Einsatz und schiebst das da raus. Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass die langsamer sind. Okay. Okay. Ja. Ja. Oh, ja. Aber ich glaube, es ist nur ein Kern kaputt gegangen. Kann das sein? Nein. Beide kaputt. Schön. Sehr schön. Ah, das ist so ein... Ich mag das Spiel. Ich finde das sehr, sehr, sehr befriedigend. Ach so, das war auch das quasi schon alles. Einmal jede Mechanik, wie es ausschaut. Okay. Sehr, sehr geil. Ähm. Gut, dass ich quasi gerade bei meinem Fazit angekommen bin. Ich mag das. Ich mag sowas unglaublich gern. Es ist sehr, sehr schön anzuschauen. Ähm. Ich habe auch schon immer die GIFs auf Twitter davon gefeiert. Weil es ist mega gut. Super cool. Ähm. Ich glaube, ich werde mir das kaufen. Ich glaube, ich werde es nicht unbedingt streamen. Aber es ist wahrscheinlich so ein Spiel, das ich öfter mal so einfach für mich spielen werde. Um so ein bisschen zu knobeln, ne? Sowas in der Richtung. Voll schön. Total cool. Freue ich mich drauf. Kommt, glaube ich, auch irgendwann dieses Jahr. Kommt Ende Juni. Wenn ich das gerade richtig, äh, entziffern konnte. Ich muss irgendwo nochmal für mich auch die Einblendung machen, damit ich weiß, was da ist. Ja, cool. Aber das ist... Nice. So, quit. Genau. Wishlist auf Steam nicht, äh, nicht vergessen. Und, ähm. Ja. Tatsächlich ein PC-Only-Titel bislang. Ja, 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 ja. Wundert mich tatsächlich relativ wenig, wenn ich ehrlich bin. Das wundert mich sehr wenig. Ähm. Ich will nicht wissen, wie die Physik gerade auf meiner Grafikkarte arbeiten musste. Also, ich habe, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber ich hatte jetzt schon durchaus ab und zu mal so, so das, das kleines bisschen an Ruckeln. Ähm. Ne, wo, wo man wirklich kurz gesehen hat, so, uh, okay. Hey, gut, da muss doch irgendwas arbeiten, weil, soweit ich das verstanden habe von denen, ähm, ist das Ding wirklich 100% Physik. Das sieht jetzt so easy peasy aus, aber das ist wirklich alles. Jeder einzelne Pixel da drin, der kaputt geht und so, ist irgendwie berechnet. Und, äh, ja, finde ich, finde ich cool. Finde ich sehr cool. Und damit kann man offensichtlich auch gute Grafikkarten etwas auslasten. Auch wenn da natürlich eine Physics Engine und keine Ahnung was mit drin ist, aber, äh, ja. Ne, cool. Ja, Leute, dann haben wir, schade, dass zwei unserer Demos hier kein Poster-Image haben. Das finde ich etwas schade. Aber, dann nochmal ganz, ganz kurzes Fazit hier, ne? Farewell North, äh, blablabla, blablabla, Farewell North. Ähm, ich freue mich total auf das Spiel, äh. Sehr, sehr schön, sehr, sehr ruhig. Ähm, und ich glaube, das wird eine sehr schöne kleine Geschichte haben, was das angeht. Hellpie, äh, ja, ähm, großartig, dämlich und witzig. Und, äh, ich glaube, das wird auch sehr, sehr cool. Ähm, klassisches Jump'n'Run in einem, ähm, etwas merkwürdigen Setting, sage ich mal. Äh, ne? Ja. Ja, dann Tinykin, das spielen wir definitiv hier und streamen nochmal. Das ist großartig, es macht super Spaß. Ähm, es, es befriedigt meinen Sammeltrieb 100%. Äh, gut. Und Abriss ist wahrscheinlich was, was ich eher für mich privat spielen werde. Ähm, wenn ich mal irgendwie so ein bisschen knobeln will oder gerade, ne, sowieso irgendwie streamen gucke oder sonst wie sowas in der Richtung. Ähm, ja. Macht auch als Zuschauer Spaß, sofern ich mit meinen Konstruktionen versage. Ja, richtig. Das, das, das glaube ich gern, ja. Das glaube ich gern. Ähm. Aber, ne, ich glaube nicht, dass ich das, äh, nochmal streamen werde. Aber ich kann es tatsächlich sehr empfehlen. Also, wer denn, wer denn den Rechner hat und, äh, auf sowas steht, dem, äh, kann ich das durchaus jetzt ans Herz legen. Sehr, sehr schön, das Ganze. So, gut. Aber, Obacht. Dann gehen wir mal ins Outro. So, dann verbleibt mir nämlich jetzt um kurz vor eins, nach knapp sieben Stunden Streamen, nur noch eins, äh, ne. Wir hätten noch zwei Demos, aber das eine ist ein Aufbauspiel. Ähm, ja. Schwierig. Das, das könnte uns die ganze Nacht kosten. Und, äh, das andere weiß ich jetzt auch noch nicht. Ähm. Ne, ich finde, wir haben jetzt mit den vier Demos, die wir heute hatten, ganz gut, ganz gut abgedeckt. Finde ich. Ähm. Was das angeht. Also, ne, ich hoffe, irgendwie, äh, jemand von euch hat vielleicht noch was für die Wischlist gefunden. Ähm, oder, ne. Wäre ganz cool. Ansonsten, lasse ich mal hier die Credits laufen. Heute war relativ ruhig. Von allem zwei. Zwei Rates, zwei Subs. Ach so, ja, das war's. Nice. Finde ich in Ordnung. Ähm, ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Äh, danke schön fürs Dabeisein. Ganz grundlegend. Und, ähm, ja, wir sehen uns Freitag. Äh, also ich gehe jetzt mal ganz fest von Freitag aus. Ich hoffe, Freitag, ne, Freitag ist eigentlich der Plan. Samstag ist eigentlich so, dass mein, mein Fallback, wenn es Freitag nicht klappt, hat diesmal nicht geklappt. Äh, will ich eigentlich auch gar nicht, dass das nicht klappt. Aber, äh, ja. So. Und jetzt suche ich euch noch jemanden, der hoffentlich nicht Elden Ring spielt. Was gar nicht so einfach ist. Ähm, schauen wir mal. Haben wir irgendjemanden, der vielleicht ein Indie-Spiel spielt? Irgendwas aus meinen Follows. Äh. Äh, wir haben Manio, der spielt Grime. Grime ist, glaube ich, ein Indie-Game. Ich bin nicht 100% sicher, aber ansonsten Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring. Oh, da ist Wolfenstein. Ja, gut. Gut. Dann, äh, schicke ich euch zu Manio. Der spielt Grime. Und, äh, genau. Wir sehen uns hoffentlich am Freitag wieder. Ne? Kommt gut noch durchs Wochenende. Ähm. Hoffentlich eine zu schlimme Woche nächste Woche. Und dann, äh, verabschiede ich euch mal. Ne? Dann, Moment, muss ich hier meinen, meinen Ende-Button drücken. Und, bye-bye. Ciao, ciao. Schlaf gut. Ach so. Äh. Watt ab Montag 18 Uhr auf YouTube, ne? Ausrufezeichen Watt. Für alle, die es noch nicht wissen. So. Jetzt aber. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.